Oh Leute, Time ist hier, es geht weiter. Wir sind immer noch in 14 Stunden Bruch-Stream. Wir hatten gerade eine 2-stündige... Die Server sind einfach down. Ich mache einmal in mein Leben eine Fortnite-Challenge. Die Server sind down. Das geht wieder rein. Man kann die Map schaffen, sagt ihr. Ja, ich kann anfangen. Ich kann Vollgas geben. Ja, auf jeden Fall. Aber mit dem Mantling ist er noch nicht Publish, ne? Ja, also der Bug ist noch da, aber du kannst ihn aber auf jeden Fall wieder schaffen. Ja, ja. Na, da kommt schon wieder die. So, also ich war vorhin bei meinem höchstes, letzter oder fast letzter Jump von Junk Junction. Was kommt denn danach? Wenn man den Würfel geschafft hat, ist man eigentlich schon... Wenn du den Würfel geschafft hast, dann bist du safe. Oder wenn du auf den Würfel bist, bist du safe? Ne. Außer du läufst gegen diesen fetten Bumper da oben, so wie ich, dann bist du nicht safe. Okay, aber auf den Würfel hat man schon so gut wie geschafft. Da kommen zwar noch schwere Sprünge, du fällst runter, aber du fällst dich komplett runter. Ja, richtig. Gut. Also eigentlich ab dem schweren... Ich hab volle Energie, ich hab gegessen, ich hab mir, ich weiß nicht mehr, das letzte Mal mir einen großen Energy Drink um 22.30 Uhr reingehauen habe. Es wird noch ein langer, geiler Abend. Oh. Also du gehst halt auch noch kaputt vor Sam vs. Wild, ne? Ich geh nicht kaputt. Wieso, woran geh ich denn kaputt? Du gehst so kaputt. An allem, Alter. An dem ganzen positiven Stress, den du jeden Tag am Fair hast. Daran gehst du kaputt. Der ist so krass. Irgendwann ist einfach auch zu viel positiver Stress. Gibt's nicht. Ist das jetzt eigentlich Public, wann ihr da weg seid? Nein. Nein. Es gibt einen Tag, an dem wir... Es wird auf jeden Fall einen Tag geben, an dem werden alle großen deutschen Streamer aufhören zu streamen. Digga, hier ist ne fucking Fliege drin. Wie zum Fick. Ich hab noch nicht mal Fenster. Wie ist die hier reingekommen? In deinem Pizzakarton ist die angereist. Ich hab einmal kurz die Tür aufgemacht, man. Ich kann die jetzt auch nicht töten. Die ist zu schnell für mich. Oh. Ist eigentlich smart gewesen von Monte zu sagen, er geht nicht mit, weil er ist jetzt der einzige, der noch streamt. Ja, ja. Mhm. So werd ich das machen, wenn alle zu Kick gehen. Werd ich der einzige, der noch aufs Hütz stellt. Oh, wer will denn zu Kick gehen? Oh. Ja, aber wirklich, wer geht jetzt mal wirklich? Wer geht zu Kick? Ja, ist man aber selber schuld dann. Das stimmt. Stell dir vor, einfach so kommt ein, ich weiß nicht, eine Ankündigung auf einmal von... Ja. ... oder von der Platte, dass der zu Kick geht. Auf keinen Fall. Ich glaub, da sind wir Deutschen zu Glücksspiel gehässig. Ja, ja. Das wird, glaub ich, ganz schwierig. Ja. Das krasseste ist ja auch immer noch, dass die Leute das nicht verstehen. Die sagen, yo, auf Twitch wird mehr Glücksspiel gestreamt als auf Kick. Die verstehen's ja gar nicht. Das ist auch krass. Die verstehen's einfach gar nicht. Die waren wir. Es geht darum, was gestreamt wird. Und das ist auch bei Kacke bei Twitch. Aber es geht darum, dass die Streamer bezahlt werden zu 100% Geld aus Glücksspiel kriegen. Naja. Von Leuten, die ihre Existenz kaputt machen, ihre Familie, ihr Leben oder wie viele Leute da Suizid beginnen oder sonst was. Von denen kriegen die das Geld. What the fuck? Das ist... Ich lese das immer wieder, das Argument. Das ist so krass. Ja, schon heftig, was Glücksspielen mit einem macht, ne? Soll ich mir auf gar keinen Fall unterstützen. Ja. Ne, 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 ne. Es ist, äh... Ihr seht mich in einem Jahr auf Kickstream und ich mach nur noch FIFA Ultimate Team. Ja, ich schwöre, die greift mich an. Ich kann sie nicht töten. Sie ist zu schnell für mich. Warum haben sie so krass Reflexe? Sie sind so hässlich und dumm. Die ist morgen eh tot. Die lebt nur einen Tag, weil sie so dumm ist. Steffen, du bist extrem hässlich, lebst nur einen Tag, nervst und hast übertrieben krasse Reflexe. Das bringt dir auch gar nichts. Die ist morgen trotzdem tot. Stimmt. Morgen liegt sie hier tot in der Ecke. Ja, toll. Und? Ei, Romatra, uns werden Mücken so krass ficken. Ey, ich hab nur Videos aus Alaska gesehen. Ich hab leider noch keine aus, äh, Dingens gesehen. Was? Ich falle! Ich bin, was? Ich bin da noch nie gefallen. Ich bin da noch nie gefallen in meinem Leben. Sputnik Update. Sprünge sind alle noch fairer geworden. Den haben wir hier? Was läuft hier für eine private Party? Alter, was geht, privater Reapers. Ab jetzt nennst du mich noch Halbhass, okay? Weil ich Halle. Verstehst du? Gut, machen wir. Gott. Oh Gott. Und ist es gefixt jetzt? Kann man jetzt zocken wieder? Nein. Kann wieder zocken jetzt. Also man könnte ja auch vorher schon zocken, nur konnte man es halt nicht durchspielen. Ja, okay. Da warst du auch nicht da, Mika, ne? Nee, auch bei meiner Sitzung nicht. Und jetzt ist ja die Frage, wieso? Ach so. Ja, du kannst ja Julian einfach nach dem Korb wieder fragen. Boah, dieser Bug, der... Also, allein die Angst vor dem Bug bricht... Ja, danke Romatra, du musst es sagen. Allein die Angst vor dem Bug, bei jedem Sprung... Oh, klitsch ich jetzt durch. Jeder Sprung ist so ein kleiner Coin-Flip einfach. Oh, fall ich runter? Fall ich nicht runter? Ja. Genau, was ich gecallt habe. Wie witzig. Es ist nur die Angst. Ja, deswegen ist es ja so dumm, dass Sebus geschafft hat. Sonst würden wir einfach sagen, er hat drauf geschissen. Aber der übertrieben Alte hat es einfach gepackt, hä? Ja, ja. Aber er hat sechs Stunden gespielt, ne? Also ihr schafft... Ihr habt schon viel mehr gespielt. Nee, oder? Und eigentlich... Natürlich! Und eigentlich hatte ich es auch schon mehrmals geschafft. Naja, jetzt fängt er so an. Reapers... Ja, eigentlich, ne? Eigentlich ist man so eine Sache. Riesen-eigentlich. Ja, ja, Reapers, dein Stream-Moment ist echt geil. Vor allem dieses eine Artwork habe ich aber auch geschrieben gehabt, ne? Reapers hat einen so einen Artwork von sich selbst. Hinten hängen. Was übel zwingend... Ja, wo ich nackt bin auch. Ein Artwork von mir selbst, wo ich nackt bin. True. Ja. Deswegen finde ich das so nice, hä? Danke, danke, danke. Was gelohnt also. Push me to the edge. Was soll das? Nein, nein. Das hasst Max, da musst du aufpassen. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Äh, Anton, wie heißt nochmal die Setting? Da kann ich nochmal kurz nachschauen, ob die auch bei mir sie übertragen, oder? Jo. Weißt du was noch? Äh, ich muss diese Öko suchen, aber dann kann ich dir sagen. Zack, nach oben. Ah, schade. Ich bin wieder stabil, meine Mechanics sind absolut... Die sind wieder da. Also wenn du diese Map speedrunst, ohne Angst vor Bugs zu haben, ist das unendlich satisfying. So diesen Anfangspart... Speedrun ich dir so weg und das ist so satisfying, Alter. Wenn du so durch alles einfach durchjumpst, Fullsprint, niemals bremst und sowas. Das ist so geil einfach. Dieses Spiel ist einfach kaputt. Fack das ab. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Zack und weiter. Denkst du, dass du die Map schaffst? Ich werde jetzt 24 Stunden die Map streamen, bis ich es geschafft habe. Also ich saff, ich schaff's nicht. 24 Stunden, ich muss irgendwas mal lernen. Oh der Bug, oh mein Gott. Julian kommt und fragt immer wieder, welcher Bug, ne? Ja, ja. Wirklich? Ja, ja, ja. Wirklich? Soll ich ihn als Interview reinholen? Ja, aber er trollt. Er trollt. Nein, er trollt nicht. Ja, also wenn er wirklich sagt, da ist kein Bug, dann, keine Ahnung, trollt er einfach. Ja, aber er kann es so machen, dass er den nie bekommt. Ja, aber selbst wenn, dann trollt er trotzdem. Verstehst du? Indem er dann sagt, dass der nicht existiert, trollt er. Ja, ich weiß, was du meinst. Aber bei ihm passiert's halt nie. Ja. Sure. Ja, sure. Ich will gar nicht wissen, wie oft Julian schon von diesem Bug gefickt worden ist in seinen Runs. Ja, ja. Ich will's echt auch nicht wissen, Alter. Egal wie gut er ist, also es ist halt da. Kann ich ja nicht leugnen. Ja, so ein Test läuft mir sehr oft. Sag es. Ich weiß, ich hab keine Zahl, viel zu oft. Wir alle wurden viel zu oft von dem Bug gefickt. So, jetzt. Danke. Max versucht die ganze Zeit irgendwie gut zu reden. Dass der nicht existiert oder sowas. Oder man den so hart umgehen kann. Nein. Aber man kann ihn nicht so hart umgehen. Man kann ihn minimieren, aber trotzdem, ganz oft fällt er einfach runter. Ja. Man denkt halt immer dran, so das zu machen, dann bei jedem Sprung. Oh, hab ich das gesehen, Leute. Wenn wir Glück haben, dann hat sich eine Setting jetzt einfach gefixt. Oh, ihr Kackbuns. Was geht ja immer. Ja, du bist der epic. Kackste Kackbun, Alter. On Earth. Oh, schön. So, Sebo, wenn du jetzt, wenn du die Map nochmal vor mir schaffst. Ja? 20 Subgifts. 20? Hm. Ja, ich glaub, ich geb schon was an. Reapers, wie hab ich dir versprochen? Du hast auch noch 10 Schulden bei mir, du Geier. 40. Ja, du geierst. 40 hab ich dir versprochen. So. Was sagst du? Ich hab Micky auch nochmal 50 versprochen, ne? Hier Assis, Alter. Warum mir 40 und Micky 50? Ja, weil Micky das nicht hinkriegt. Ja. Der checkt doch nicht mal, dass es diesen Bug gibt. Oder? Du unterschätzt Micky, der ist so richtig Triad in dem Scheiß. Ja, aber so Bug-Umgehungsmäßig. Boah. Boah, der ist schon richtig verschwitzt, Max. Also wirklich. Der hat mit das stärkste Mindset von allen. Stärker als meins? Ja, definitiv, hä? Bro, du hast nicht mal die Reapers Map durchgezogen. Ja, also das schon. Also du hast nicht mal... Der war der schnellste auf meiner Map von allen Creator Kollegen. Er war 3 Stunden durch. Du kannst nicht sagen, du schaffst sie nicht, wenn du nach 8 Stunden aufgibst. Mal mehr, oder? Was ist das für ein Lacher-Mindset? Oh, 8 Stunden nicht geschafft. Oh, ich kann sie nicht schaffen. Er wollte unbedingt vor Eli schaffen. Also Elis Zeit war halt 13, 14 Stunden. Ja. Hauptsache vor Eli, aber jetzt hat er einfach aufgegeben. Also... Weiß ich nicht. Krank, Max. Krank. Ja, das ist echt schwach. Ach, Sebo, du? Du? Wirklich? Ja. Sebo, du? Du, Sebo? Du hast genau so aufgegeben, die Map. Hä? Ja? Habe ich? Du hast genau so aufgegeben. Ja, sicher. Aber war auch chancenlos. Sag ich, wie es ist. Ja, okay. Für mich da safe. Ja, genau, Sebo. Sag es ihm. Man kann auch zu schlecht sein für eine gewisse Challenge. Ich habe sie noch nicht gemacht. Ich habe sie noch nicht gemacht. Digga, auch Noah. Noah hat die allererste Stage nach 8 Stunden nicht einmal geschafft. Das ist keine Challenge. Er kann es nicht schaffen. Er war auf 2,5 Promille, als er die Map gespielt hat. Das kannst du nicht vernehmen. Er war körperfrei um halb 5 Uhr morgens. Und hat einfach 2,5 Promille gehabt. Also, wie soll er das schaffen? Und hat trotzdem Stage 1 nicht geschafft. Sicher? Der war auch drunk, Alter. Ja, war auch vorher 8 Stunden nicht drunk und hat nicht 1 Meter geschafft. Bin ganz runtergefallen. Alter, ich auch, oder? Ich auch, oder? Nein, doch nicht. Halt mich jetzt hier instant zu töten. Ich bin voll da. Ich bin da. War aber auch schlecht gespielt, leider. Ich bin richtig da. Zähl, Mommy. War leider auch schlecht gespielt von mir. Ich glaube, ich hätte mich retten können. Boah, warst du schlecht gespielt. Ich finde den Anfang unfassbar satisfying, wenn man so durchrennt einfach. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich der Einzige, der das fühlt. Ja, fühle ich auch. Fühlst du nicht? Fühl dich, Digi. Lüg nicht. Sebo, es ist irgendwie witzig, wenn du so redest. Ja, ne? Es wärst du nicht 45. Wie so ein junger Hüpfer, ja, ja. Ja. Ist krass. Okay. Ja. Sebo, ich hab grad deine Doku gesehen mit den kleinen Gärtnergarten. Das war ultra geil, was du da, dass du da als Furcht hast, als du übernimmst. Das ist geil. Ja. Kannst du uns da ein kleines Grundstück verpachten? Ja, kostet, ne? Halt's im Maul, ihr Reaction-Streamer. Fuck, Jungs. Oh, ich bin Sebo. Ich spiel den ganzen Tag nur Rust. Hä? Was? Junge, das letzte Mal, dass ich Rust gespielt hab, ist... Junge. Hä? Haben wir zusammengespielt. Ja. Oh, du bist der größte Mobile-Andy. Du spielst jeden Tag 12 Stunden Flash of Clans on-Stream. Ja, und? Fuck, Jungs, hab ich mir runtergefallen. Nur Max 20 Subs abzunehmen, Alter. Nee. Fünfzig. Nein, und die Ehre. Fünfzig und die Ehre. Max genießt gar keinen Urlaub mehr wegen dir. Du kannst den Clash of Clans auf-Spielen, Alter. Und das alles für 50 Subs, Alter. Ja, ja. Alles 50 Subs und Insta-Story, jede Insta-Story von Max. Ja, Sebo ist uns wieder auf dem Fersen, deswegen heute Clash of Clans-Stream. Das heißt ja auf dem Fersen, Sebo hat doch eh schon gewonnen, so wie ich das verstanden hab. Ja, 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 ja. Oder? Nö, also seine Helden sind schlechter. Nein, nein, nein. Viel schlechter, der Gladiatorin ist vier Level unter mir. Drei. Da seid ihr hässlich. Ach, der Höhlenmensch, der gibt's ja auch noch. Wie viel hast du gewonnen und verloren heute? Neun Games, neun Losers. Ich glaub, vier zu drei stehe ich, glaub ich. Vier zu drei, wie viele Punkte hast du damit dann gewonnen? 25 bis 30. Okay, in wie viel Zeit? Prozent. Gute Frage. Acht Stunden? Gerne, gerne. Ja. Acht Stunden hast du jetzt plus 25 gemacht? Ne. Fünf Stunden, ja. Kurz full mute, ich hab gleich Rekord bei mir. Okay. Geht einfach full mute. Geht der eh nicht, der ist nicht mehr full mute, Alter. Lass dich doch nicht so einfach verarschen. Der braucht nur zu lange, der geht noch. Es sind jetzt sieben Leute im Discord. Ich bin jetzt hier echt am... Das ist voll laut. Mir ist auch voll laut gerade. Ähm, wo krieg ich den Mapcode her? Ach Digga, da müde ich mich komplett. Da jetzt auch für 40 Minuten, da bin ich raus. Also das ist ja respektlos der Typ, ne? Also dafür höre ich doch hier nicht zu im Discord, dass ich den Typ da jetzt noch irgendwie Fortnite installieren muss. Per Team-Viewer-Ferndiagnose. Hast du deinen Launcher geupdated? Der spielt seit vier Jahren nur Valorant. So Leute, jetzt hier wichtiger Part. Die Schirme. Wenn ich Schirme sage, rastet immer aus. Aber wenn ich Schirme sage, dann sagt Jesus richtig. Jetzt kommt ein schwerer Part mit den Schirmen. Schirm. Sonnen-Schirm. Scheiße, das heißt Schirm und jeder weiß das. Stabil. Oh, ja, jetzt. Komm, komm, komm. Zack. Oh, ja. Junk Junction. So schnell. 15 Minuten läuft der Aal hier. Alter Leute, ihr könnt mich alle mal. Junk Junction. Wow, zum 20. Mal. Nein, zum dritten Mal. Zum dritten Mal. Seit 30 Stunden. Ihr spielt schon die ganze Zeit, Leute, ist das normal? Ich geh wieder voll mute, der ist im öffentlichen Match, der Junge. Ja, du bist halt auf dem öffentlichen Match gegangen, ne? Ja, das ist so krass. Hier spielt schon Leute, hä? Hier haben schon Leute angefangen zu spielen ohne mich. Ja, das ist so krass. Kann man die Map spielen? Ja, jeder kann die Map spielen. Wir brauchen jeden, der die Map spielt. Wir brauchen ja auch Leute, die auf K stehen. Spielerzahl mal Spielerzeit ergibt Geld von Epic Games. Und das geht. Das nehmen wir. Und daraus wollen wir das VW Golf kaufen für die Community. Und den verlosen wir dann an euch. Kommt alle rauf. Webcode habt ihr hier. Kommt alle dazu. Jeder Spieler zählt. Boah, die macht Buggy ein bisschen. Die Hundehütte sprinten, wichtig. Ich hab richtig Schiss, ich krieg wieder Puls hier oben. Hier oben krieg ich Puls. Ich bin gleich so weit, wie ich noch nie war. Gleich kommt dieser Hardcore Sprung, in den ich jedes Mal versagt habe. Den Party hab ich auch noch gebaut. Das ist ja das Doofe, ne? Der ist ja auch schwer. Der geht richtig weit. Oder mit hochziehen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich wollt mich festhalten jetzt nicht. Ich wär fast gesprungen. Ey Leute. Ich bin gleich bei meinem Record. Jetzt werd ich wieder so nervös. Hier ist er gleich. Fuck! Was war das? Was hab ich denn heute alles gemacht durch Max? Ach klar. Meinst du beim Baum? Ja. Doch das geht noch. Also heute wurde gemacht. Der Restart Button oben, dass du neu starten kannst. Der Tilteturm wurde noch einfacher gemacht wegen Max. Was? Was ist denn Max? Deine Tische mit dem Besteck drauf sind jetzt weg durch normale Tische. Wow. Und dann durch das Fortnite Update konnte man manche Sprünge nicht mehr schaffen ganz oben. Was ist beim Tiltet Towers passiert? Der wurde einfacher gemacht durch dich. Der Tisch. Welcher? Du meintest den Tisch soll ich größer machen. Hab ich gemacht. Welcher Tisch? Oh wie schwach meine. Dass man ganz oft? Genau. Den hab ich besser gemacht. Den hab ich besser gemacht. Okay. Das war der Call, den du mir gegeben hast. Oh, das ist geil. Das ist sehr gut. Warst du denn schon mal durch Chunk-Chunkenschen durch Max? Ich bin immer beim gleichen Sprung tot. Bei welchem? Jetzt wieder oder was? Ja, ja. Gerade wieder gestorben. Ich hab's instant hoch geschafft. Das ist geil. Ich hab den Sprung, den du meinst, den hab ich nicht einmal verkackt. Weil du einfach nur weit springen musst. Ja, ja. Ich weiß, ich spring extra geisteskrank spät und ultra weit. Ich bin gefühlt an der Kante dran, aber er grabt nicht. Der grabt einfach nicht, ne? Aber meine Zeit ist halt, könnt ihr alle schlagen, weil ich hab immer bei den Stages hab ich immer Pause gemacht. Ich hab durchgeatmet, hab mich kurz entspannt, ich hab gejubelt, ich hab mich gefreut. Du hast sie halt einfach geschafft. Wo ist hier der Skipper? Sagt mir das mal einer schnell, wo der Skipper hier ist. Nee, 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 nee. Gibt Schottkarts oder was? Ja, gibt. Ich glaub ich den. Wow. Ich glaub ich hab ihn gefunden. Was für Low-Bob-Tische hier beim Labyrinth. Oh Mann. Der soll einfach mal drauf springen auf Glück? Kann man den verkacken, den Skipper? Ja, den kannst du richtig dick verkacken. Echt jetzt? Soll ich ihn trotzdem mal machen? Also du musst wissen, wo der hinführen soll, damit du ihn eigentlich fast verschaffst. Aber vielleicht hast du Glück. Ja, der soll wahrscheinlich zu dem Buster, ne? Äh. Was für'n Skipper habt ihr wieder was Neues? Ich sag nix, ich sag nix. Muss man selber herausfinden. Ich will hier nicht das allen vorweg nehmen. Der 15 Minuten Speedrunner hat's komplett selber herausgefunden. Der wäre unfair, wenn ich das einfach allen sage. Das stimmt. 15 Minuten? Ist das Rekord? Ja, ja. 15, äh. 48, glaube ich. So krank, ne? Das ist schon echt stark. Ja. Keine Ahnung. Aber am Ende haben wir locker 13 Minuten oder so. Der Strubel, du musst erstmal ne komplett neue Mechanik lernen. Aber das wirst du eh nicht tun, weil du nach halbem schnell wieder in Valorant drin bist. Was ich schade finde. Ist das okay, dass ich das schade finde? Was für ne komplett neue Mechanik? Wie du den Kletter-Bug umgehst. Ja, ich versteh's nicht. Wie lernt man den? Bevor du irgendwas anderes lernst, gehst du immer instant wieder in Valorant rein. Wie lange spielst du jetzt mit uns? Weiß ich nicht. Das ist ja schon... Mehr als 20 Minuten? Ja. Ich bin nicht überzeugt. Hast du Bock auf Valorant gerade? Ja, das hier macht auch grad Bock. Was heißt das in vier Jahren? Was heißt das in den Kletter-Bug? Du darfst nicht sprinten, während du kletterst. Sonst klappt er manchmal Sachen durch. Und du darfst nicht zu krasse Richtungswechsel machen. Während du kletterst, dann springt er auch durch. Und du darfst nur einmal klettern drücken, sonst kann er auch abrutschen. Wann glipscht man hier runter? Das war gestern auch nicht. Was? Wann spiel ich doch immer so weit? Willst du einen Tipp bei dem Junk-Junction-Sprung? Ah, das geht ja. Okay, ich seh. Also ich mach den Run hier flawless am Anfang, ne? Ich find's schon gut, ob wir so... Keine Ahnung. Aber das Nervige ist, dass man das ja manchmal hochklettert und einfach über das Ding springt. Das ist ja das Nervige. Ja, das ist auch ein Bug, wenn du zu Sprinten gedrückt hast. Oder zu schnell ans Indernis kommst. Auch das umgehen die Speedrunner zu 100%. Hals, Maul, ich hab extra Doppelsprung gedrückt. Ich hab extra Doppelsprung gedrückt. Einfach achtmal an der gleichen Stelle gestorben. Das, das Ding, das Teil ist am heftigsten. Das Ding nimmt mich am heftigsten auseinander. Da könnt ihr klippen, da hab ich schon fünf, sechs, sieben Tode. Das ist doch nicht mein Hindernis. Ich hab Doppel-Leertaste gedrückt, aber er ist nicht abgesprungen, leider. Er war dann schon wieder hinter der Hitbox. Ist das krass. Hinter so den zweiten Schritten holen wir mehr Zeit. Jaja, was sieht er als Autocress? Direkt unter dir. Digga, what the fuck? Wieso ging der Fuß-Effekt nicht weg? Wo machen wir das hin? Ja, das ist ja der Doppelgeberhill. Doppelgerettet. Einfach mal aufzuzeigen was man drauf hat. Einfach mal aufzuzeigen was man drauf hat. Hä? Ja, der Discover down. Echt? Mhm. ich habe nichts gehört vielleicht war nur ich da und wir haben die map gebaut super lange eine woche zirka oder aber sie hat schon echt reingehustelt das wahrscheinlich schon kraft den einfach noch mal jetzt mag das ist ein bug chat das verstehe ich nicht gibt es nicht wir sehen uns ja sonntag ach du scheiße warum sonntag schon kommen da kurz vorbei ist ja nicht weit von mir battle of the socials ja ich komm kurz mal vorbei darf ich bei dir zu hause pennen könntest du machen wenn du willst will ich nicht habe eine suite gestellt bekommen weil das so offensichtlich war also wirklich das war das offensichtlichste was passieren konnte hallo ja sebo warum höre ich euch nicht mehr mann der ist so alt er kriegt die technik nicht hin man jetzt redet er die ganze zeit hört uns nicht ich höre gerade gar nichts mehr wie kann man so überhaupt genommen werden so einem billigen versuch ich höre euch nicht mehr der eine ist so alt dass er nichts hinkriegt alter der andere ja 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 und der andere ist so krass ich höre euch nicht weil unter zwei minuten meister meyer dann halt doch die fresse sebo wenn du dich hörst und red doch nicht die ganze zeit weiter mann hallo 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 ja das ist wir machen neue regeln hallo ja wir machen neue regeln für das kurz nur noch leute unter 40 ja ja u40 ist jetzt das gut hat sich das gott oder nee nee weder weder wurde eingeladen noch habe ich eine suite gestellt gibt überhaupt gar kein grund für mich da vorbeizukommen ja ich habe auch in der einladung bekommen aber also für so aber keine ahnung ja ich kann ja kein cent kriegt da irgendjemand was und geiles event macht einen geilen blog raus und wer da richtig geil kippen ich höre ich immer noch nicht so dick bezahlt sebo ist so im arsch dick bezahlt du kannst bei mich dick bezahlen du assi wir sind mit dem vorbereitungsstream wieder irgendwie 14.000 im minus ja sagt doch wieso sagt doch wieso wieso denn da sagt du es mir warum hat das 14.000 gekostet mehr also schwarzen bildschirm ich sehe gar nix mehr was ist gecrasht man der ist so alt kann jemand rausmoven hier ich war ich war um schon in acht minuten oder so muss denn jetzt auch ich sehe gar die nicht man ist das krass ja warum eigentlich nicht romatra was denn wir hatten dann über wagen für über zwei ja aber den wollte ich doch gar nage stream ja sonst aber ja das war ja eine milliarde so eine milliarde bessere qualität als den stream mit deinem ding und wie viel besser hat das video performt viel besser nein das ist einfach gelogen was die beiden videos zusammen haben nicht so wie klicks wie das eine was wir mit der scheißkamera aus okay fahrradtour ist 22.000 euro minus gut will ich will ich keine ahnung dass wir raus aus der rechnung ich nehme ein handy und stream von dem aus dass wir in ruhe das geht so nicht auch so geht das dann geht ihr dann wie wann geht die denn das weißt du doch du bist das eingeblaschen schrubbel nein bin ich nicht ich bin raus warum weil max verkackt hat warum wird verkackt warum nein ja ganz witzig der roboter wir haben ja noch in amerika darüber geredet aber sagt mir juffi ja max hat mir geschickt schon neun leute du hast gesagt du hast irgendwie so eine fitnesschallenge da und weißt nicht ob du das zeitlich schaffst und dann habe ich dann raus es haben sich 22 leute für die tour beworben dabei ich hab dann gesagt dann mache ich die woche dort cardio mit dem fahrrad fahren das ist alles fein das war das letzte stand amerika da warst du schon raus da warst du da zu dem stand im amerika nein du hast wie kann man so lügen ich habe da mit juffi hatte geschrieben über noch überwege fußball aber wahrscheinlich so juffi ja max habe mir die liste geschickt da bist du nicht dabei ich habe keine liste geschickt und jetzt deine 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 verteidigung dazu dass das mark eggers stefan gierig davon schon vor monaten gehört haben ja und die unbedingt dabei sein wollten und das war drei monate bevor überhaupt schrubbel irgendwas dazu gesagt hat und da hieß es noch er weiß in amerika in amerika hieß es ich bin dabei und ich mache diese woche kommen durch cardio doch das haben wir da war ich da war da war da warst du aber schon raus nein was denn ich war das weißt du da warst du doch schon raus wie kann das so krass gelogen sagen wie kann ich dann auf der ersten liste die juffi geschickt das dabei gewesen sein erklär mir das aus der logik du knecht du bist davon runtergeflogen weil du nicht hundertprozentig gewissheit hattest man aber du lügst einfach dass das krasse ich werde wahrscheinlich auf der fahrrad tor sterben ich auch also abgesehen davon okay warum das ist also ich kann es nicht genau sagen aber wir kommen halt von 7w so weit zurück ja und machen halt direkt die fahrradtour und ich werde dann ich werde zu dem zeitpunkt nur noch 60 kilo wiegen wahrscheinlich ich habe auch chef strobe und romatra eingefallen für die no food challenge die machen weil sie nicht hier und da das ist auch gelogen und da war aber so dass ich auch wohnungsbesichtigung und so hat und ich durfte das nicht verschieben du hattest eine wohnungsbesichtigung und kannst dabei der no food what the fuck was muss ich mich hier anhören weil mir ganz kurz zu dann war es doch so dass ich einen termin hatte wirklich einen sehr wichtigen den ich nicht verschieben konnte und habe ja auch gesagt ich müsste dann verein für eine stunde oder zwei drei von der von dem ding weg und das ging auch nicht das ging halt nicht ich hatte wirklich einen geisteskack wichtigen termine ich nicht verschieben konnte sonst wäre ich doch dabei gewesen weißt du doch alles also ich wäre nicht dabei gewesen außerdem außerdem war das so dass ich einen tag oder zwei davor gefragt wurde weil breitenberg wurde sechs stunden vorher gefragt er wurde morgens angerufen hat zugesagt ja warte ganz kurz weil ich abgesagt habe sechs stunden davor weil ich diesen einen termin nicht umschieben konnte weil er so giga wichtig war so so hier ist er wieder und ich kann euch hören das hat er jetzt noch gefehlt das ganze zeit die ganze zeit gehört ich dachte ich war gemutet jedes verfickte fahrrad kostet 3000 euro und ich muss das danach mitnehmen und die gibt es nicht die sind geisteskrank beschissen weiß ich nicht muss ich danach versuchen mit weniger wert zu verkaufen mir ist das wichtig dass wir da ein geiles projekt haben damit gehe ich wieder so doll ins mir ist das glaubst du gar alleine alleine fünf tage durch zu stream mobile mit allem drum und dran jeden tag fünf euro mit einer auto karte falsch das wird immer klappen oh man ich werde so toll mein handy einfach anschließend mit ein paar mobile sim karten halt auch nicht mehr so doll durch stream fünf tage das letzte mal gar nicht funktioniert wann letztes mal ja weil genau wie ist das eigentlich mit streaming können wir da jetzt dann auch selber ja sieben tage ohne dings hat das ist ja jeder für sich selber so romantra wenn du so ein fahrrad set up holt schickt mir mal dass ich muss mir da auch alles selber holen ja die dinger sind so teuer wie autos ja bis wann fährt ihr denn jetzt überhaupt also wann ist zu ende das ist nicht public mann hör wer ist hier mit drin wer ist das ich bist du mir gejoint nicht wo muss ich denn hier hin wird wieder sinnlose zwei blicken mitgenommen das ding ist max hat ja noch alles der letzten fahrrad tour letztes mal haben wir davon viel benötigt bro was weißt du nicht weißt du nicht du sagst du ja vierminütig und deine antwort auf was ist weißt du nicht ja im wald war übel gut ich kann auch max ich bin ja die nächsten drei spiele nicht da ne wie immer weiß ich auch das heißt wie immer ich bin alle ausschärtsspiele da wenn du nicht da bist aber jetzt hat die ist es ist ja gerade klasse spiel ich bin nächste woche fünf tage in spanien naja was geht in spanien kuba nur angelina und alexis und ich machen hier bei ihrem format mit around the world na das macht sie macht jeden jeden morgen verschiedenste und also in jedes land einmal ich würde anbieten dass der strobel du setzt dich hinten bei mir aufs rad drauf wir wechseln uns ab mit fahren das ganze rad wird geht am arsch ich bin stage 2 jetzt so gut gespielt chef muss sagen und das ist echt gut also das echt schön gebaut danke ist schön die sieht gut aus die macht spaß also ich als strenger kritiker dafür kann keiner der mappersteller was habt ihr einen guten job gemacht und der shortcut das haben wir geil muss ich auf den reifen und da hoch oder kann ich den sprung so schaffen ich kann das die reifen die reifen sind der shortcut du kannst einfach da außen rum wieder verbreit war rekord park jump wir runter natürlich wilde taus wieder aber da war ich heute jetzt auch schon 20 mal es tiltet schwer war wo ab wo wird es denn richtig schwer was ist so richtig hardcore ich sage sogar die ersten die ersten fünf stages deutlich schwerer als die letzten fünf ja echt auch leichter die mehr als ein sprung bei junk richtig krass der eine sprung bei schank ist noch mal krass ja aber da muss eigentlich nur springen ja ja man muss springen krass ok es gibt noch einen krass ich komme nicht mal bis zum pavillon du hast auch springen auf hast du immer noch springen auf hast du schon schon immer wieder sagen wie viel meter du warst das park geht nicht wo sehe ich denn wie viele mädchen siehst du gar nicht siehst du gar nicht wieder weg scheiße dann macht ihr den ping nach unten oder merkt ja wo du bist ähm ja ok ich sagte gleich einfach wenn ich sage streibe oh ja schuhe die meter stehen nicht mehr ach so ich liebe diesen band kopf diesen aus stein wisst ihr ja ja ich bin runtergefallen der ist übel süß ich will gar nicht mehr leben jetzt gerade du darfst jetzt aufhören zu spielen wenn du es geschafft hast max ja sowieso ne fresse chat fresse chat fresse chat wäre krass wenn du machst ja damit ich mal von meinem thron erlöst werde wäre mal geil dein thron war verbuggt ja dann ist halt ja die topzeit gilt dann ja auch nicht mehr doch kommst du auch zum edelich du musst wissen sebo max macht sich die regeln wie er lustig ist ja ja für jeden geht es und für sebo nicht was wurde gefragt elicap ja kommst du auch klar gut kleine aftershow auf dem elicap oder das und rein den shortcut habe ich drauf muss man einfach mal sagen soll ich naja wir müssen das gleich nochmal machen so pressure plant wo ist das stage was das war das war das war das war irgendjemand die drei eiswürfel hardcore abkürzung von euch irgendjemand noch nie genommen das weiß ich nicht wie viel spaß du da 30 sekunden da scheiße ich drauf ich starte bei fünf minuten da gucken wir mal genau dauert es dauert schon ja von mir aus dann brauchst du halt eine minute außenrum aber oh du willst ja nicht auf speed gehen du willst ja erstmal schaffen max ich hab sie vier von fünf mal geschafft ja nimm doch erstmal den sicheren weg bevor du da irgendwas rumprobierst ja ich sterbe ja immer bei deinem anderen weg ja der ist ja jetzt ultra einfach junge da sind jetzt so fliesentische gefühlt da sind echt die fliesentüter da ist man nicht da bin ich ein einziges zweimal gestorben sonst nichts ja sie wollte einen fliesentisch hab ich auch hab ich nicht mann ihr müsst euch immer fragen bei den hindernissen steigert das die spielerzahl oder senkt sie das apropos und für schwere sprünge und dass die map so schwer ist und alles ich frage mich immer bei allem was du sagst frage ich mich steigert das jetzt mal in die kuh oder senkt es denn die kuh und meistens senkt es denn die kuh und wenn du auf einen kech springst überall geht es überall geht es aber auf 1% des tisches ist dieser eine kech wo die hitbox so ist dass du einfach chancenlos runterfällst aber nur bei jedem hundertsten sprung du kannst nichts machen du kannst nichts festhalten du kannst nicht drauf landen du kannst du bist einfach tot dann hat das keinen mehrwert okay ich bin so tilte towers okay nächstes mal muss ich euch fragen wie dieser jump geht das kann nicht sein welcher denn bei diesen meteoriten ist so also wo man diesen drachenkopf hochklettert ne das sind doch so meteoriten so alter und das so ich glaube der letzte meteoriten jump richtig dumm dämlich schwer den habe ich jetzt dreimal schon nicht geschafft da komme ich auch nicht weiter was muss er da machen weiß er da nicht ne ok ich zeige ihn gleich das ist neu das ist echt neu also der ist insane schwer der jump schon zwei oder dreimal verkackt apropos wohnung max ich bin auch schon ich habe jetzt schon freddy aus unserer manche noch gefördert nein 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 du darfst du darfst du mir wieder das wort wohnung an leute chef strobe die mietpreisen in hamburg haben sich verfünffacht ja und chef strobe sucht eine sechs zimmer wohnung für sich und kuba mit mindestens 290 quadratmetern im zentrum neubau geile küche aller höchstens aller höchstens für zwei personen 1200 euro im monat wir sind mittlerweile bei der dreizimmerwohnung bei knapp 2 4 warm angelangt das ist einfach witz das kracht echt ja aber du verdienst mit kuba zusammen 50.000 euro im monat ja ich weiß auch nicht also wir verdienen zu zweit 50.000 euro im monat und dann wird sie jetzt er hat sich jetzt bei einer genossenschaft angemeldet dass er jetzt eine wohnung für 800 euro im monat kriegt nein habe ich nicht ich hätte es dir zugekaut tatsächlich das ding ist ich habe mal angefragt du musst zwei jahre außerhalb wohnen bis du eine wohnung innerhalb bekommst in hamburg was? echt? ja ich habe keinen bock da nach pinneberg oder so zu ziehen was hast du gegen pinneberg alter? ja nix das war was du jetzt mein ganzes leben gewohnt du wichser ich hätte noch ein pinneberger kindzeichen man ja klar da brauche ich eine stunde nach hamburg rein dann kann ich auch keine ahnung wohin ziehen halt mal dein maul was genau ist der pinneberg alter? das hast du gegen elmshorn und pinneberg man nix habe ich dagegen so mal dein digga ich will nein ich habe nein der bug du verdienst mit kuba zusammen 50.000 monat da könnt ihr euch doch eine wohnung leisten ja ja und davon kommen 48.000 von kuba du schloss jetzt seit echt der Mann hat einfach 10.000 subs ja ja echt? der macht gerade wieder sub 10.000? ja ja aber 1000 euro für eine wohnung ist zu viel so leute wir wollen die 10.000 subs erreichen for seven versus wild wir sind bei 9.410 das ist nicht mehr weit twitch prime ist mehrkostenfrei kostenlos gönnt euch einfach ihr habt sie bereit die laufen sonst aus die laufen aus ihr habt den prime bereit und dann wenn die kein streamer kriegt kriegt die einfach jeff bezos oder irgendein ceo weißt du was ich meine das ist ja auch nichts dann kriegt die twitch selbst deswegen zündet ihn jetzt lieber zompi ronni mace dragon tommy mit sogar 5 gifte subs multi johannu neox pointy guck mal da sind sie bereit guckt euch mal wie viele primes hier mittwochskind der einzig wahre erik super hoodie mit 5 sub gifts ach du scheiße barterkrieger stony hannepiep violet smg johann klaus peter b super jt torben mape glow shitten destroyer flocke stormy gary mit dem pido tv mit prime twitch fanner beef battle stone krieger glaube man ey die namen sind auch schwierig ey Leute vielen dank für den guck mal es waren schon wieder zack 60 primes bereit teilweise sind eure namen schwer vorzulesen bin ich ehrlich das gesehen die waren direkt bereit deflurateur 1 mit wie viel sind das hä das hab ich angezeigt ich muss meine seite neu laden mit mir ist ein bug ups 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 seite neu geladen proskiller mit 5 sub gifts deflurateur mit 10 sub gifts raubi king mit 5 sub gifts oliver pokemon mit 5 sub gifts hoodie mit 5 sub gifts tommy mit 5 sub gifts heilige scheiße im hype train level 6 vielen vielen dank ey mir werden meine subs nicht mehr eingesteigt im chat was ist das ronis mc420 apfelstrudel vielen dank für eure primes ich weiß es jetzt zu schätzen vielen vielen dank für den support das waren einfach schon 100 subs beef nochmal mit dem frischen prime rein super macher mintos geil vielen dank vielen vielen dank vielen vielen dank superian superian the archangel einer der besten sub gifter haut 50 sub gifts raus und hat damit insgesamt schon 411 subs verschenkt wahnsinn alter vielen vielen dank das ist krank das ist krank das ist ganz krank vielen dank immer wieder ist er mit dabei euer glückwunsch an die 15 Leute die gerade ein sub geschenkt bekommen haben viel spaß mit den emotes und mit keiner werbung und mit sub chat vielen dank leute wahnsinn der twitch lädt nicht mehr nur noch 400 subs ich wollte jetzt hier auch kein stream machen oh je mehr subs reinkommen desto länger streame ich ich mach dann lange streams und dann kommen die primes oder nicht hier muss auch keiner subben ihr habt ein prime bereit ihr könnt auch andere streamers subben aber ab und zu mal der reminder ist schon schon gut weil ihr seht wie viele Leute die primes oder die haben wir sind halbtun level 8 drakeboy 1 auch noch mit dem sub krass eli stell dich ins tor ich kann gar nicht ins tor ich bin mit meiner hand kaputt ich kann überall du nicht ins tor master muri 5am holmes tv vielen dank wir machen weiter wir machen weiter ich weiß guckt noch mal nach ob ihr eure primes habt wir wollen die 10.000 erreichen halbt ist noch 3 minuten da checkt eure primes ab ich weiß ich in einzelnen zu schätzen die 10.000 machen wieder voll die machen wir voll man weiß halt eigentlich was so ungefähr passieren muss ne weil es ist ja ein rückblick aber man weiß nicht wie ja genau das interessiert mich auch sehr weil sie sah schon sehr ramponiert aus der boy ja ja genau ich hab mich auch schon gefragt wie kann das sein holy shit durch die halsschlagader durch die brust du hast es nicht gelesen ne ich komplett auseinandergenommen ne ich lese keine mangas ich schaue nur anime warte mal kam jetzt gerade jemand auf viertel viert drauf niemand sebo fühl dich nicht so wir spielen alle private lobbies du bist jetzt schon weiter als max den ganzen tag ja ja aber ey ich komm hier nicht hoch gestern ging das direkt hoch doch doch der ist möglich du musst nur von der kante die hinter dir ist die bisschen höher ist genau na ja und dann schafft man den auf jeden fall der ist machbar gut ja bin ich gestern ging da halt direkt davor deswegen chef und du bist kacke in dem spiel nein ja nur so ich earnings check dich gerne gleich mal ich earnings check dich gleich erstmal der typ ist einfach 30 und redet wie er als wäre 14 jähriger fortnight profi ja ja l plus ratio sag ich jetzt in der na gut das hat man auch vor dem jahr gesagt ne ja ich muss ja ein bisschen hip bleiben du musst da scheiß jump hat hin also ich bin super zufrieden mit meinen mechanics wie zufrieden also extrem zufrieden wie geschmeid ich hier einfach hoch sprinte das ist echt die leute haben spaß beim zusehen und keiner und die verkacken alle ich bin so dumm ich hab's schon wieder geschafft quasi ne ich bin schon wieder oben aber wie kann ich denn wie kann ich denn bei dem baum direkt auf das erste boot springen das verstehe ich nicht mit sprinten und springen also mit diesen schnellen sprinten und von der anderen seite also da wo es ein bisschen höher ist genau wenn du höher abspringst kommst du auch höher das ist immer so die gewisse bei dem game du willst ja hier quasi nach oben klettern wow was die haben jetzt auch ein neues spiel rausgebracht only climbed die selben ja nein nein das ist ein anderes das ist auch ein koop game dass man es jetzt zusammenspielt andere grafik aber einfach ja ähnlicher spielstil ja aber auch trashig man was ist rimpers das krasse ist dass wir hier den reapers haben der first try die only up map geschafft hat und die chef strubel haben der monatelang den deutschen rekord in deutschland gehalten hat mit only up dass ihr jetzt beide hier drin seid und ich euch einfach outperforme hä du warst auch nicht outperformt Junge du kommst nicht weiter als jump junction so hä als map hersteller zählst du niemals das stimmt du konntest jeden jump trainieren du konntest dich auch immer teleportieren und jeden jump vorher schon angucken das konnten wir nicht negativ doch lügen machen ohne lügen muss auch nochmal in only up noch einmal rein ich will einmal unter 20 minuten schaffen wer zum sack gefahren hat oh mein gott ist das buggy es gibt einen neuen shortcut mittlerweile what man muss den sprung schaffen wir haben hoffenweise hardcore sprünge hier bei uns ja warte mal scherstrubel du hast doch mal länger probiert wie weit bist du gekommen eigentlich äh boah das hat sich auch ein bisschen gedreht sag ich dir wie es ist ja was hast du probiert äh die map von reapers das geistesfang diese aber warum hast du denn die schwierige angefangen wer hat dich da verarscht äh ja ich kannte ja die andere schon komplett vom zuschauen ja du hast ja nicht geschafft oder ja aber kann ich dann auch noch machen aber die ist ja lange nicht so so Leute jetzt die schirme die schirme was geh mir geh mir und die ist wirklich unmöglich da habe ich gesagt keiner von den creator-kollegen schafft die auch hat die schon wer geschafft es hat sie nur so ein ultra tryhard kleiner fallguys streamer back to back motherfucking junk junction geisteskrank immer wieder so schnell er hat ja echt krasse sprünge da musst du auch wirklich geisteskrank und mechanics da musste ich mir auch schon am anfang äh wieder ranjodeln die lernst du aber relativ schnell also der streamer der es geschafft hat der hat 8000 kronen hat 25 stunden für die map gebraucht boah 25 stunden und der typ hat 8000 kronen ich bin bis zu stage 3 glaube ich gekommen ich bin dahin gekommen wo man so bounce überhaupt double bounce muss nach dem schleim äh slide double bounce nach dem show du bist jedes woche dann double bounce was laberst du hast du den checkpoint aber auch bekommen dann ne ich war mal kurz davor das hat mich gebraucht da fängt es dann an schwer zu werden erst ey hast du das video von tomatoleaks gesehen Chef Strubbel welches mit springer naja das neuste ja ne oh nur gesehen dass da da wieder komisch krass ich hab die ganze zeit gedacht dass du da gleich auftauchst in dem ja ich auch ich dachte der läuft alles voll in meinem chat dass du da bist war mir witzig gewesen ich hatte ich hatte auch gestern ein e-date was hattest du gestern ich hab mir ein e-girl gemietet für vader zu spielen wow so weit ist es schon rohr hat wieder rohr hat wieder content geklaut es war unruhbar witzig ich hab sie für eine stunde gebucht und sie wollte länger spielen das war witzig was ist denn ein e-girl ich hab ich hab vier dollar bezahlt und da hab ich eine stunde mit dir spielen dürfen vier dollar ja war voll was ist das denn was ist denn ein e-girl was durfte man noch nicht mal auf twitch sagen war das das nein simp darf man nicht sagen simp darf man nicht simp beleidigen man darf jemanden nicht als simp beleidigen genau ist ein simp nicht jemand der auf den e-girl geiert oder was ja ja eigentlich auch ja der simp verteidigt und so so richtig so richtig für sie ja genau der so richtig das darf man nicht sagen aber 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 schrubbel darf sich für vier euren e-girl buchen ok jetzt hab ich schon richtig ich hab sie auch fast dass sie uu sagt aber wollte sie dann doch nicht so Leute jetzt fokus ich klatsche das heißt das jetzt ist wichtig diesen jump habe ich noch nie geschafft und ich hab den scheiß selbst gebaut ich hab mit Anton geguckt der ist machbar ich hab ihn gerade ja ich hab den doch gerade auch geschafft hä du bist der einzige der den nicht schafft nehmt ihr den jump mit anlauf von unten geht das ja du musst sozusagen du musst sozusagen von der untersten dann auf die zweite springen und direkt weiter sprinten und dann den jump machen wegen dem momentum wegen des momentum heißt es sorry hast recht oh man alter du wurdest getrimaxed yeah oh man ist das mit klettern oder ohne klettern kann man da direkt drauf der zweite ist ohne klettern wenn du wenn du richtig machst aber der letzte ist hundertprozentig mit klettern ja der letzte auf jeden fall was ist denn das für ein kack ja neuer den code so und jetzt schaffe ich die map vor euch allen bro ich hab sie schon geschafft gerade ja ich auch schon doch natürlich ich bin beim aller allerletzten hindernis zählt nicht wieso zählt es nicht wieso zählt es nicht wie du bist beim allerletzten hindernis ich bin beim allerletzten hindernis ich probiere jetzt hier 40 subs zu baiten und dann fall ich wieder runter äh ich will ja nicht pushen ja aber meine scheiß tür geht nicht auf das kommt wenn man zu lange schon auf der map sitzt dann verbangen die türen noch schneller dagegen rennen ja wenn man zu lange gebraucht hat dann geht die türen nicht mehr auf ja rossenschlüssel finden vom hausmeister alter muss einmal mit wd 40 ich muss sie unten nochmal abholen max mal leise jetzt du ja wisst ihr was das beschissenste ist dass ich diese map hier gebaut habe den part jetzt hier ich hab den oft gespielt aber es ist einfach über eine woche her wie viele stages gibt es 10 10 bis bei stage 1 wie bitte theoretisch 11 mit dem ende nein nein ja es ist so beschissen wie weit wieso rutscht das da ja ich bin bei meinem eigenen kran runtergefallen bei meinem eigenen kran ja ich hab dir ich weiß doch wie ich dir gesagt hab der ist scheiße der bleibt ja der bleibt wozu fick bin ich hier hier ist eine gigantische rieseninsel ist das irgendwie ein shortcut du kannst über die wolken zurück ach da bist du die insel hab ich extra gebaut für den kran hab ich die insel gebaut ich kann über die wolken zurück auf die kugeln oder was max ich warte soll ich hier oben auf dich warten soll wir zusammenlaufen so hand in hand mäßig die wollten wir aber auch unclean ne na die sind eigentlich auch einfach da bin ich auch schon 16 mal gelandet die funktionieren wo seid ihr so bei einem irgendein gammelsprung mann du bist doch hier der gammelsprung alter auf die kugel kann man auch springen auf die kugel kannst du dich auch mounten also festhalten sozusagen ey Romalter letztes gesehen du warst auch wieder im training was ist ich gesehen du warst letztes auch wieder im training ja ja war ich hat üben bock gemacht wieder und danach konnte ich meinen finger nicht bewegen okay was ist denn das jetzt hier entweder ich gehe auf die eiswürfel oder ich gehe auf den teppich die eiswürfel schaffst du nicht immer ein teppich fünf sub gibt's wenn du die eiswürfel jetzt schaffst mach die eiswürfel so schwer sind sie nicht slide man auf den eiswürfeln nein einfach klettern hol dir die fünf subs strubbeln für die wohnung für die wohnung wohnung was ist dann so schwer an den mach einfach mach einfach alles mach doch einfach alles ist schwer mach doch der letzte ist vor allem der schwierige er macht die immer Max macht sie immer mit jedem try ja Max ist doch dumm na hast du recht das ist der schwerste jetzt mann boah wie pass ich wein was ist los weil er nicht klettert obwohl ich dran springe das berühre ich nicht er täuscht das kletterne was willst du also sebo ich hab jetzt fünf und sechs mal die eiswürfel geschafft ja aber du bist trotzdem kacke so du bist nein bin ich nicht das macht mich ja krass guck mal ich bin jetzt gerade tilted towers sieben minuten easy ich melde mich wenn ich die bergstolln links oder rechts junk junction melde ich mich der bergstollen ja das soll ein eislabyrinth sein ja das respekte mal sebo's einzige kreaktion hier disrespekte ihn mal nicht so ja sebo hat eine einzige Sache hier gebaut das ist das eislabyrinth die labyrinth rein ich glaube ich ich kotze ja ist beim echten oh die ab auch nicht ne ja das springt halt ein labyrinth aus rohren irgendwie so wo man tausend verschiedene wege gibt und das richtige labyrinth mit den wenn du nicht den waifu skip machst den gibt es auch immer noch ne ich hab mich jetzt schon glaube ich verlaufen gar keine lust mehr ich hab auch nur ein weg im labyrinth ich weiß gar nicht wie man es überhaupt verlaufen kann ich bin noch nie falsch gelaufen glaube ich ich auch nicht ich hab dir auch die Map so ein scheiß gelaber ja Junge hat sie gebaut er baut das labyrinth und sagt er hat sie noch nicht verlaufen Sebo hat es gebaut Sebo hat es gebaut Sebo hat es gebaut und du hast dich da hin tippet hast dir das tausendmal angeguckt bist runtergefallen es ist jedes mal das gleiche ihr müsst nach links ihr müsst nach links halt deine Fresse da ist ne Falle dass man runterfliegt bis zum Ende ja ist mir auch passiert ist mir auch passiert gerade du bist du tag du ein Opfer ja Sebo ist ein Opfer hab ich mit dir gesagt oh mein Gott ey aber jetzt waren es wirklich ey dann hab ich dich eingebaut ihr seht stopp ihr kleinen Schwänze ich möchte ne Schwanzrede halten okay oh mein Gott ihr seht ihr seht das Labyrinth ja ihr seht wo ihr reingeht ihr seht wo ihr rauskommen müsst ihr müsst euch quasi nur links halten dann kann es doch gar nicht der Weg sein dass ihr direkt links geht das ist doch jeder Summe geht da lang aber woher sollen wir wissen dass das der Weg ist du siehst doch nicht raus du siehst von unten wo du rauskommen musst du siehst wo du rauskommen musst siehst du von der Seite bis jetzt fand ich die Map gut und das sind minus 5 Punkte wirklich also dass du ein Labyrinth machst wo du einfach nach unten fallen kannst ist ja so ein Schwachsinn das hat ja nichts mehr zu geben also diese Sankgassen sind halt so wenn du da rein springst bist halt tot das weiß man ja nicht das wissen wir das ist ja Schwachsinn das ist halt ein einmaliger Troll das macht ja mit dem Spielprinzip naja war beim echten Only Up auch nicht so drin wo du auf die Käseplatte springst und die runterfällt komplett nochmal anhandlich war das durch ein Labyrinth oder war das einfach eine Platte die vor dir stand die ein bisschen obvious war obvious sagst du obvious sagt er nein haltet doch mal alle die fressen ihr Ding alle anderen Props bei Only Up sahen auch so aus als könnten sie gleich unter dir zusammenbrechen obviously sagt er obviously hätte er auch nicht gewackelt Scheiß von Neumachen Alter was ein Müll du bist bei Stage 2 von 50 du hast die schweren Sprünge ja noch nicht mal gesehen Schiff Strobel ja echt was war das denn oh mein Gott also ohne Witz jetzt mal kurz fullmute so Leute jetzt mal wirklich ich speedrun doch hier und mach wenig Flüchtigkeitsfehler also wirklich die Stimmung ist doch geil ja das ist eine geile Stimmung hier das muss man mal ganz klar sagen es ist doch mittlerweile clean oder nicht ich mein ich geh in eine Public Lobby ich geh in eine Public Lobby man sieht's auch nicht mehr von hier glaube ich ich geh in eine Public Lobby und keiner schafft es bis zum ersten Pavillon bei Pleasant Park die Leute schaffen nicht eine halbe Stage versteht ihr die 26 Minuten ist nicht so clean naja wo war ich denn eben bei Junk Junk das war doch sauschnell das war doch sauschnell gut ich bin halt wieder grad runtergefallen komplett aber so ich sterb quasi nur bei schweren Sprüngen das geht hier doch alles super clean durch also probiert's ja mal selber oder geht mal in eine Public Lobby rein in der Public Lobby findet ihr eigentlich einen Spieler der hier gerade oben ist also das find ich wirklich in Ordnung und da brauchen wir jetzt auch eine Abstimmung in Moderatoren spiel ich cleaner als die Leute gedacht haben ich mein ich fall ja nie bei Moisty Meier runter oder so wo selbst Sebo und Romatra die die Web beide quasi schon geschafft haben den legt's da noch regelmäßig runter mich nicht ich schaff hier mit jedem mal einen Rekord ran einen neuen und dann gibt's ein neues Hindernis was ich dann lerne ich kann auch mehr Shortcuts als die anderen das ist doch alles das ist doch alles in Ordnung hier der ist auch verdammt schwer wird auch geschafft ich hab gute Mechanics zum Retten guck mal da so besser als gedacht besser als gedacht oh du willst jetzt Panic John das ist das einzig wahre es gibt glaub 5 oder 6 Shortcuts das ist nicht viel eigentlich würde er runterfallen lassen in den Stages du kommst sehr schnell hoch mit den Shortcuts wenn du die weißt habt ihr die gebaut oder was ich hab die gebaut ähm du kannst die Map locker in 12 Minuten schaffen Chef Strubel du kriegst 1000 Euro für den Speedrun ne 1000 Euro kriegt der Schnellste für die Bono wenn du die nimmst Chef Strubel das wäre geisteskrank du hättest schon ohne die ab 3,1 Meter ne nee ich muss runter ich lass mich komplett fallen oder 12 Minuten ist das noch ne gute Zeit ja wenn ich bei dem Schädel bin locker wenn du so schaffst bist du unter 30 Minuten nee ich geh runter ich geh runter du bist gefallen du lügst nein ich geh runter hä ich spring doch jetzt von da wir sind grad extra nochmal runter mhm Sam hä ja ehrlich jetzt ich hab keine Probleme mehr bis zu äh Junk Junction zu kommen das ist gelogen nein das ist nicht gelogen forever gelogen Zero Frist Toten was soll das denn jetzt fand ich gut fand ich gut doch boah ich bin echt süchtig nach diesem ISO-Clear geworden von ESN du bist ein Schwanz Alter warum heute 18 Uhr startete Rabattaktion 20% auf alle Proteine Code Trimax oder Code Hardstuck können wir auch mal hin 30% sogar auf alle Proben Code Romatra gibt 40% gibt's nicht mal Romatra gibt's nirgendwo als Code gibt's denn wirklich nicht weil Romatra auch nicht keine Partner haben ich musste mit Code Romatra 20% mehr zahlen ja und die 20% gehen direkt an mich einfach stonks wär geil aber beim Checkout kommt dann direkt so ein Sound njeh direkt 20% Alter ähm hast du schon diesen Zero probiert äh Max der heute rauskam ne der ist geisteskrank ich hab den also ich hab mir jetzt nochmal so kannst du bitte nicht so viel Werbung bei Kollegen machen die das nicht als Partner haben ja ist echt ich bin selber auch nicht Partner ja und okay dann mach weiter also ich mein ich mein wir haben damals wir haben damals wir haben damals viel mit Benni gemacht ich mein Benni ist ja so Head of ich hab dir auch kurz dann geschrieben ich hab dir auch dann über seinen Code dann da bestellt weil du dann diesen Zero gratis bekommen hast also ich muss sagen das ist krass ich frag mich wie die das äh erfunden haben oder erstellt haben kannst du dir einfach easy Wasser mixen und hast dann Eistee oder Cola und es hat null Kalorien und es ist einfach nur Wasser hm also und was noch Wasser wie du machst Wasser machst du diesen Sirup rein dieser Sirup hat null Kalorien ja und dann und es schmeckt wie Eistee also aber hat keine Proteine nichts irgendwie ne ne aber es ist halt wenn du zum Beispiel auch mal was Süßes trinken willst und jetzt nicht Zero Produkte gerade da hast oder trinken möchtest ich muss sagen es ist ein heftiges Produkt in meinem Briefing stand nur drin dass ich ihn erwähnen soll aber nicht so also ich brauch dich jetzt nicht so weit beschreiben also dass du mich überwenden hast aber ich mein aber ich mein aber ich mein man kann ja auch mal was in das Props geben ohne zu sagen dass man da jetzt mit gepartnert ist also wie gesagt kann man machen ja Romato will dir direkt 1000 Euro wie findest du eigentlich Calle Pizza Schifftruppe gut ist wirklich gut ne also die vielleicht bugfreie Version ist jetzt published jetzt was für ne was du jetzt lügst du äh nein nein ich bin nicht mit meinen Gefühlenkeule alter äh einfach für bugfrei vielleicht bugfrei ja wenn man sich mal festhält weil vorhin hat in Romatra's Chat jemand geschrieben es gibt ein Setting in Creative dass man wenn man sprintet gegen kleine Gegenstände so zum Beispiel so so kleine Geländer oder so dass man sich dann automatisch so hä ja ok das scheiß drauf ich gehe den bugfreie Version das könnte sein dass das sozusagen boah ja ich werd's testen ich werd's testen also wenn die Runde der Fall so drüber geschossen wird über über manche Props also kann sein dass der dadurch dann geh ich auch nochmal raus dann geh ich auch nochmal dann will ich das jetzt auch das ist ja leuchtet diese Drecksfliege hier Ficke ey ey hast du auch ne Fliege bei dir? ja die geht mir voll auf den Sack ich auch aber mein ist weg schreit sie jetzt bei dir wer hat an seinem Setup keine Fliegenklatsche jetzt mal ehrlich Fliegenklatsche? ja tötest du die? ich bring die raus Max hat noch diese elektrische du lügender Baster bei dir ist halt alles elektrisch die fliegen da rein und bzz 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 macht's dann ne ganze Zeit bei dem halt Flammenwerfer du boah die Musik welche Musik? wenn du runterfällst? nein 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 sorry hab eigentlich Musik an Max machst du jetzt ne neue Sitzung? nein ich bleib hier drin weil ich gut drauf bin du willst also wow ok immer so Nachtfalter Motten find ich auch scheiße muss ich sagen weil die so fleischig sind alles geil geil Junge Romance bei Sam muss halt erstmal Motten essen weil sie fleischig sind würde es vielleicht sogar Sinn machen ne Max du musst raus du musst auch die neue Version spielen weil wenn ich jetzt die neue spiel und das wieder schaff heißt es ja ich hab die verwagte Version gespielt das mag ich nicht dann spiel ich fall noch einmal runter dann bin ich da ja ich hab's geschafft ich bin vor dem Rift was kommt nach dem Rift noch? deine Stage und da kannst du nicht mehr raus dann ist fertig oh durch das Rift wirst du in deine Stage teleportiert au wie viele Minuten 40 steht da gerade geil oder nicht hm ich hab keinen Braut mehr man du hast jetzt 17 ne wie viel hatte ich 53? ja so ist Rulat jetzt 30 Minuten gespielt der geht jetzt wieder zurück in Valorant oh der ist mal weg ich wünsche euch ganz viel Glück ja danke tschüss hey tschüss und danke für alles tschüss sehr gerne danke ich küsse deine Augenbrauen Habibi ach der ist schon weg also der letzte der letzte Kapuzenjump Freunde wo muss man wo muss man da hin ganz rechts an diesen an den Stein was ist der Kapuzenjump? der Kapuzendude mit der Statue bist du doof? immer auf den Kopf springen auf den Buch auf den Kopf und weiter ja aber ich bin jetzt beim allerletzten also da ist jetzt ein Stein wo ich hier komme ja auf den Stein einfach nur auf den Stein direkt ihr lügt oder? nein das war hab ich gemacht das soll ein extra hoher Sprung sein aber ich hab den bis echt glaube ich 100% der Fälle geschafft okay dann ist mein Rekord jetzt Tilted Towers das allererste Mal und es gibt 10 Stages so guck mal Max sagt das ist übertrieben schwer pass mal auf wenn du da drin bist Junge du wirst lachen ich sag's wie es ist was der dann Tilted? ja gleich im Turm ich bin nicht im Turm ich bin unten noch ja wo warte genau wo ist diese nicht runterfallen Hilfe? ich bin zu schorgen ich bin zu geistig dank der Tilted hat sich echt verändern in den letzten Jahren warum? die Leute kommen einfach nur noch rein manchmal die Beleidigen immer instant einfach junk junk er kommt rein erste Nachricht was geht du Vailobot ja war true auch ne ich hoffe du kommst in die Hölle nur bei dir aber lasst das Leute aber das ist nicht witzig aber die sind echt über dir äh wo haben wir letzte Sage ist echt cool ne muss man mal sagen ne ich sag dir ganz ehrlich du hättest das da du hast da auch übertrieben sag ich wie es ist von Schwierigkeit ja diese kleinen da so anstatt du machst du den glorreichen Weg nochmal mit so geilen Sprüngen die man einfach easy schafft ne packst du noch so ein kleines Drecksding dahin mit ner Hitbox von ner Melone ich hab's instinct geschafft Sebo ich weiß nicht was dein Problem ist ja aber gestern war ich halt aufgeregt weil ich ja der erste war weißt du? ja Junge ich war so am Zittern so ich hab das nicht mehr gerafft ich saß da oben locker 10-15 Minuten bei dem Schwarzen noch ich bin clean ich bin clean seit wann? keine Ahnung seit wann true? Mika hast du da gerade gesagt mit der ähm Einstellung mit dem Bunnyhop dass das wegkommt? mit dem Überstieg ja wo ist das? wie wo ist das? ja wo kann ich das ausstellen? das ist eine neue Map quatsch du ist jetzt einfach in die Map NEIIIIIIIIIIIIIIIIIIIX ich habe meinen Doppelsprung gemacht ich habe ihn wieder gemacht du bist so scheiße Typ du bist so scheiße und du hast keine Haare wo kommt das denn her alter und der Turn auf einmal alter ist die neue Map jetzt automatisch? ist die neue Map automatisch? der kam doch richtig mit把ens D görd Jaa Ist die neue Version Automatisch Ja, geh raus Komplett die Map neu starten Ich mach privates Match, ich lösche die von meiner Friendlist Der joint mir mal nach Der joint mir mal nach und überholt mich dann Und findet das witzig Warum Jeder spielt ein privates Match Warum musst du mal in meiner Lobby mitspielen Und du hast keine Haare Der ist ja komplett gehittet Du hast ein Bastard Lässt dir das gefallen, Max? Der ist so alt Ja, siehst du, das kommt dann wieder Ich bin alt, ich bin Rentner Um 8 Uhr kommt meine Pflegekraft Okay, aber der war echt deep, Alter Der kam aus nichts Ich bin schockiert Ich suche seit einem halben Jahr Fängt er damit an mit dem Rentner Ich suche seit einem halben Jahr irgendwas, womit ich zurückfronten kann Und jetzt hab ich's endlich gefunden Was denn? Das hittet Max aber auch schon deep, Alter Nein, ich hab da gar nichts mehr Alle Zuschauer sagen immer Ah, das geht noch oder so Auf dem Festival im Vlog hat ich eine Mütze getragen Dann waren die Haare verlegen Ich hab gar nichts mehr da oben Nichts Mich hat da von Revi dieses Gerät halt gekillt Da wusste ich, du hast keine Haare mehr Wo du dann versucht hast Das Ding da oben auf der Stirn zu drehen Ja Dann brauchst du noch mal extra Haare Und ähm Meine Freundin sagt auch mal Ah, das geht doch noch voll Aber die guckt mich einfach von der Augenhöhe 1,40 an Wo man's von unten gar nicht sehen kann Wenn ich keine Haare auf dem Kopf hab Die werden auch so abgemacht Nach 7 vs. Wild Ich hätt's jetzt schon so Ich bock die abzumachen Aber dann ist so Ja, hab ich bei 7 vs. Wild eine Glatze Da werden mich halt Eine Million Leute das erste Mal sehen Und dann bin ich der Keine Ahnung Ich seh mir Glatze irgendwie Ich glaub das wird dir Ich glaub das geht Ein bisschen Bartwärts wachsen Ja, ich find's auch gut Aber man muss sich halt so dran gewöhnen Also ich seh halt sonst so Weißt du Blonder Bart Blaue Augen Also ich weiß nicht auch komplett So ein Riesen-Oga Ich seh irgendwie ganz schön schnell aus Irgendwie Keine Ahnung Weißt du Chef Strobel Ja Wie seh ich aus Ja Romatra Ja, sag es Chef Strobel Ja Was denn Chef Strobel weiß es Chef Strobel Sag du es Was soll ich jetzt sagen Dass du halt Eine Gruppierung angehörst Welcher der Chef Strobel Ich möchte es aus deinem Mund hören Rechtsradikale oder so Oh, Mann Bro Ja, das ist aber Ja, das ist wirklich Ich seh nazimäßig aus Wenn ich den Glatze hab Das ist ganz schlimm Das ist shit Das ist ja immer nicht Wie die Nazi, Alter Ja, weiß ich auch nicht Was kann ich dagegen machen Ja, guck Nee, das ist immer noch Ist immer noch Das ist nicht gefixt Nicht gefixt Aber weniger vielleicht Sind den Tilted Tower Irgendwie versteckte Böden Oh, Ring Oh Also, weißt du So, wo du durchfällst Ah, nee Ich bin Max gejoint Der ist ja immer noch Auf der gleichen Map Nein, nein Ich hab neu geladet Achso Geladen Hä, Junge Ja, das ist Cringe Immer verwässern Und dann das Ja Das ist Maulchap Romatra hat sich wieder Für 25 Subs verkauft Klar Was würde ich denn So jetzt machen, Alter Du wirst immer billiger, Alter Nee, waren 40 am Ende auch Was ist das denn? Wer hat das programmiert Von euch Wichsern Bei Tilted Towers Well 40 Subs So ne Scheiße Wie schlecht war das denn? Was denn? Irgendwie muss man sich Ja voll Bei diesem Wassertank-Scheiße Hä? Runst du einfach runter Ist das nur das eine Person zahlen, Romatra? Nee Könnt sich auch aufsplitten Können das gerne als Team-Effort machen Hey Scheiß-Wichser Haha Uh Romatra hat sich seit einer halben Stunde am Ziel Weil keiner die Subgifts zahlen will, Alter Ja, ja, ja Ist so So macht der Das ist krank, Alter Die Leute Die merken nicht, dass sich das nicht ärgert Nee, du findest das geil So Er will unbedingt weiter machen Sonst wär ihm ja langweilig Sonst wüsst ihr ja gar nicht, was er machen soll jetzt Das Ding ist, was grad so witzig ist hier mit euch Rosinen würde ich auch machen, Alter Das würde sogar wahrscheinlich Keine Ahnung Würde wahrscheinlich sogar besser laufen, bei Sony Aber macht grad irgendwie auch Bock Vierfach Zuschauer, aber Braindead-Chat, sagst du? Also ich find das schon geil, wie wir hier alle zusammen Ja, ja, das ist schon sehr geil In einem Call sind und dauerhaft Chef Strubbel beleidigen Das find ich ganz geil Aber nach dem nächsten Mal will ich es wirklich beenden Merkt ihr, wie die Schüsse Nicht mehr auf Sebo und Romatra gehen Sondern einfach auf Chef Strubbel umgeleitet wurden? Sich alles verändert, seitdem er gejoint ist Chef Strubbel? Ja Dieses Jahr ist auch so legendär Okay, wenn ich beim Wassertank bin, was mach ich da, Max? Runterfallen Ich springe dann immer direkt von da runter vom Wassertank Immer direkt Einmal links daneben Warum rutscht man da so seitwärts so runter, Alter? Das muss ja irgendwas geben Oder? Du musst direkt aufs Dach springen vom Wasserranzen Oh, diese Fliege, Alter, die ist schon zahm Oh, Max, sag mir, was da machen muss Du sagst es mir nicht Max Ich bin gut drauf Wassertank, Wassertank, komm Wo muss ich landen? Jetzt mal for real Wie alt ist Sebo? Sebo ist von uns allen der Jüngste Ja Aber er redet einfach wie 44 Ah, da ist er Der Pappkarton Das ist halb Mensch, halb Alppapier Komm mit, Sebo, komm mit Was ist das? Boah, du wirst noch so weinen heute Nein, hab ich nicht Ich bin gut drauf Ich bin seit 8,5 Stunden dabei Mich kann nichts brechen Ich bin halt unbesiegbar Ich mach den Emote an Und hab wieder Mental Reset Happy Slice, Happy Life Wir haben davon 2 reingedrückt Ja, was ist jetzt? Willst du jetzt mal anfangen, oder was? Na klar Es muss ballern, es muss ballern Die Musik muss ballern Ich lass dir Vorsprung Oh Ich lass dir kurz Vorsprung Hör auf, Buckjump, hör auf Ja, es ist leider gar nicht gefixt worden, ne? Aber wär auch zu schön gewesen Aber ein guter Versuch war's Ja So, jetzt komm ich Jetzt komm ich Ich bin das erste Mal Junk Junction Ab jetzt, wie schwer ist es jetzt? Also Junk Junction ist nochmal schwer Echt jetzt? Ja Vorher sind alle schwer Und dann ist es nochmal schwer So, dann bist du nochmal in der Wüste Da ist es nochmal schwer Beim Würfel ist der schwerste Jump überhaupt Da ist es nochmal schwer Ja, da kommt das Ende Das ist halt nochmal ein bisschen schwer Der Würfel Jump ist aber tatsächlich machbar Ihr habt alle gesagt, es wird leichter ab da Ja, wird es auch ein bisschen Überm Würfel wird es leichter Aber da bin ich noch nie hingekommen Hör, was ist das denn? Ach, du Kacke Wie lange brauche ich denn, wenn ich bei Junk Junction am Ende bin zum Würfel? Das ist doch gar nicht mehr so weit, oder? Fettel Fields Ach, Fettel Aber kann man da nochmal runterfallen Oder fährt man dann meistens auch Fettel Fields fällst du richtig tief Also Fettel Fields fällst du richtig gottlos tief Ich würde dir nicht empfehlen Fettel Fields runterzufallen, Max Also wo auch immer du fällst Nicht Fettel Fields, bitte Ich fall immer nur komplett nach ganz unten In jedem 500. Jump rette ich mich mal von irgendwo Ich finde auch, man sollte mehr Rettungen einbauen Nein, abgelehnt Wieso denn nicht? Romatra denkt nicht jetzt nur an Dix Sondern auch an andere Spieler Jetzt mal ernsthaft Am Ende, also sobald du auf dem Würfel drauf bist Kannst du nicht mehr verkacken Ja, aber auch vorher halt so Motivation Es ist doch viel zu schwer zum Würfel zu kommen Es ist jetzt für uns cool für den Content Aber für die Leute selbst zum Spielen Die Map ist einfach zehnfach zu schwer geworden Weiß ich nicht Ich sag, jeder, der den Map zehnfach zu spielst Geh in der öffentlichen Lobby rein Aber kann eigentlich noch ein paar Saves anbauen Oh Mann Cringe Ändert der nichts für den Speedrun Cringe Cringe, Alter Danke, dass du da bist, Reapers Wirklich wichtig, dass du auch da bist Leute, wir müssen ein... Wie verficken, wer baut diese Map? Oh mein Gott Ich hab diesen Jump, den Max nie schafft, nicht geschafft Welchen Jump Junction am Ende? Ja, ja Dieser letzte Jump, der war sauweit, Alter Der ist sauweit Danke, Reapers Hey, wir müssen rein objektiv es einsehen Wir wollten eine Map machen Die möglichst viele Spieler hat Ihr habt auch viele Spieler, die Map Ja, da geht noch mehr, ne? Ja, da geht noch mehr Die anderen leichteren Maps um alle mehr Spieler Wenn du guckst zum Start Du Stage 2 Geh in irgendeine Public Lobby rein Ja, man kann ja auch... Man kann sich eigentlich immer auf Ice saven Wirklich Also eigentlich kann man sich immer auf Ice saven Romatra, es ist so krass, wie wenig Empathie er hat Du musst in die Public Runde reingehen, Romatra Geh, also wirklich Von den 1200 Spielern sind grad 1150 in Pleasant Park Und kommt nicht weiter Du bist so krank, Romatra Doch Geh in alle Lobbys rein Check es out Die Leute können's doch gar nicht Die können's doch gar nicht Und auch wichtig, wenn die Leute halt gebrochen sind, ne? Ähm, jetzt sag mal in den Chat Wenn ihr halt gebrochen seid, kein Bock mehr Bleibt trotzdem auf der Map Und wenn ihr da... Ja, ihr könnt trotzdem stehenbleiben Ihr könnt trotzdem drin sein Die werden sich aber denken Fickt euch, dann macht die doch direkt so Dass man die wenigstens ein bisschen schafft, weißt du? Ja, ja, ich weiß So, ja So ist das Ich hab auch von Anfang an gesagt Wir müssen die Hardcore schwer machen Aber jetzt mittlerweile, sag ich ganz ehrlich Nee, du änderst ja nichts am Speedrun Wenn du jetzt ein paar Safe Spots rein taust Mach den, macht sich ruhig leichter Aber es wird nicht für deutlich mehr Spieler sorgen Es wird nicht leichter Das wird nicht für deutlich mehr Spieler sorgen Scheiße Wird es, wird es, wird es, wird es Wenn du immer herunter... Die Games immer leichter sind Manchmal fällt es auch ganz nach unten Ja So, also Skill-based Matchmaking Hat ja auch bei Call of Duty echt Wunder gewirkt Ne? Das hat richtig gut funktioniert Sich da um die, sich da um die, sich da um die schlechten Spieler zu kümmern Oh, Matra, von tausend Gamern bist du wahrscheinlich immer in den Top 5 Ich hätte gedacht, dass du mit deiner Intelligenz dich besser auch in die anderen Leute hineinversetzen kannst Ja, aber manche Leute brechen Ich spiele Leute vom Handy Die Leute lieben es zu brechen Die lieben es zu brechen Nein, nein, nein Doch Die Streamer lieben es zu brechen Die Leute lieben es zu brechen Nein, hey, dann frag doch mal deinen Chat Einfach frag doch Jetzt mute dich und red mal mit denen Ich muss mit denen nicht reden Ich weiß, dass das alles Macher Ich weiß, dass mein Chat voller Macher ist Naja, also für die Playtime insgesamt ist es natürlich besser, wenn man eine Map macht, die man auch schaffen kann Weil da haben natürlich die Leute dann auch zehnmal Bock mehr reinzugehen Wenn es zehn Stages gibt und keiner schafft Stage 1, dann ist das Ja, aber wenn du die Map einmal geschafft hast, fasst du die danach nie wieder an Ist ein Fakt Genau Ich brauche dich Also ist halt, wenn du dann jetzt ein Projekt hast Wie wenn du zum Beispiel 30.000 Euro zusammen Bringen möchtest Gut, das ist jetzt natürlich eine ziemlich gepushte Challenge Aber wenn man jetzt, sage ich euch, man wählt jetzt nur auf die internationalen Leute Und wir haben dann solche Spiele während der Sprünge da drin Von allen Only-Up-Maps ist das halt die schwerste Naja, und die anderen haben es halt in dem Sinne halt schlau gemacht, weil die auch einfache Passagen haben für die Casual-Spieler Ja, dass die schwere und einfache haben Gut, das ist jetzt natürlich eine Challenge, um das zu machen Wir haben gefühlt keinen leichten Weg, jeder Weg ist bei uns schwer Was bei uns unsere Map ist, ist bei den anderen der Shortcut Dauerhaft Ja, irgendwie schon Ist mir die Flieger an die Schläfe geflogen? Boah, die ist mir auch gerade überall, ehrlich Die beißt mich und fliegt dann wieder weg Die beißt dich? Was hast du denn für eine Scheiß-Fliege bei dir in deiner Wohnung? Die ist eine richtige Mutanten-Fliege bei sich Nein, die ist auch so richtig aggressiv, ist die Das ist krank, Sebo, was für Fliegen da bei dir in NRW sind Ja Wenn diese Map einmal einer geschafft hat, fasst er sie nicht wieder an, das ist einfach Ich finde auch Romatra-Scroll besser, so Du bist länger auf der Map, wenn du sie einmal schaffst Ja, und vor allem Wenn du die zu leicht machst, keine Ahnung Jeder spielt sie dann in 20-30 Minuten durch am Feld, fasst sie auch hier nie wieder an Lieber greif den Ehrgeiz von den Leuten, als die so an die Hand zu nehmen und so leicht alles zu machen Das ist doch Quatsch Ja, man muss natürlich auch gucken Ey, wenn ich jedes Mal nur Stages runterfall Guck mal, guck Habe ich selber erfunden Der ist geil Ich mache mal den Hier hoch Ja, sehe ich Ja, hat nicht geklappt Sonst klappt der immer Hier direkt hoch Zack Ja, ja Habe ich mir auch rausgedacht Ne, gar nicht, habe ich eben ein Video gesehen Oh, oh, wer saust da? Ja, ich Der Jumpy ist auch nicht leicht, ne? Wer saust da? Ja, doch, doch Eigentlich schon Kann man auch verschätzen Aber ist gut Ich komme wieder Ist es bei dir aus, der Strobel? Schon im Vailo drinnen, oder was? Was hat er gepackt? Ja, ja, was hat er gepackt, sag's? Erklär's, du musst erklären Ein Baum Ich habe so einen Boost bekommen, dass ich komplett runtergefallen bin Ja, hast mich auch schon passiert Das gehört, das ist ein Feature bei der Map Bei jedem Sprung musst du so eine Münze werfen Und zu 10% landet die Münze auf Fick dich, Alter Und dann wirst du einfach gefickt Das kann passieren Wenn die das mal hinbekommen würden Dann wären Fortnite-Only-Up-Maps, Generell-Parcot-Maps Unendlich satisfying Keine Angst vor nichts haben, nur Sprinten Niemals stehen bleiben Max, ne? Wir können die Map auch theoretisch kopieren Dass wir eine Version mit Checkpoints machen Wo man dann halt aber sagt Checkpoints nicht, aber wir können eine machen mit Mehr Rettungsmöglichkeiten Genau Das ist auch eine Möglichkeit, ne? Lass uns dann einfach nochmal eine einfache Map bauen Und schauen, welche mehr gespielt wird Das ist doch gut Wir bauen nochmal, wir setzen uns nochmal hin Und bauen nochmal eine einfache Map Und schauen, was spielen die Leute öfters Die einfache Map, wo sie 10 Minuten geradeaus hochlaufen Und dann die Map schließen Alter, so soll's doch nicht sein Roma, unsere Map wäre immer noch scheiße schwer Wenn wir jetzt hier Jedes Mal anstatt 6 Stages Nur 2 runterfallen Das weißt du auch Ja, einfach ein Passat Weißt es Geh in eine öffentliche Lobby rein Geh jetzt in irgendeine öffentliche Lobby rein Mit 16 Spielern Keiner schafft Keiner schafft es zum Pavillon bei Pleasant Park Ja, aber das sind nur die Sprünge, die du gemacht hast Ja, das ist auch schon zu schwer Deswegen sagt er, dass er wenigstens ein paar Rettungen einbaut Nur Sebo und ich waren in der Öffentlichkeit Deswegen sind wir die einzigen Die es gesehen haben Ja, das war echt schlimm, ehrlich Die können nicht auf der ersten Kiste landen Die können nicht von Kiste und Kiste springen Das will ich mir eigentlich unbedingt auch gleich noch anschauen Das musst du machen Das muss ich unbedingt sehen Nein, mach die mir wirklich leichter Aber du musst sie so spielen, wie sie jetzt ist, Max Ja, ja, das ist klar Für uns würde ich das auch so lassen Für unser Konto Ich hätte es auch für die anderen eigentlich Allgemeinen Spieler Viele schreiben, sie haben ohne die abgeglichen liebt Und es ist halt, es ist zu schwer Ja, die schreiben immer alle Es ist zu schwer, Mann Am liebsten wollen die Leute mit Babybrei gefüttert werden Ihr ganzes Leben Also das verglichen mit der anderen Only-Up-Map Ist schon deutlich schwerer Aber ist jetzt für unseren Content Hier zusammen auch geil Weil es gefühlt, keiner von uns packt Noch nicht mal Chef Strobel, der große Du wirst du Wannabe von allen Hä, wo bist du hin, Max? Wo bist du? Hast du geshort-cuttet, du Wannabe? Nee Ich bin jetzt bei Ich bin übertiltet So Oder? Doch so schnell Cool, oder? Aber ist trotzdem gut, dass dieses Boxspringen raus ist Weil ab und zu ist man mal gegen eine Wand gelaufen oder so Und dann ist der drüber gebocksprungen Und dann war es auch übelnervig Wir haben immer noch diesen Boxsprung Ich bin nach 10 Minuten am Wasser Ich ja, das sind die Also wenn ihr den noch habt, dann habt ihr nicht geupdatet Ich glaube, Sebo weiß nicht, was der Boxsprung ist, leider Oh Mann Sebo Doch, dieses Hochgreifen und drüberpacken Dass er zwischen den Beinen, das Das Ding hat, ne? Ach, ist egal, hat's Maul Wieso nicht das Maul halten, Alter? Niemand hat geredet, Alter Zu mir selber? Hä? Ja, zu mir selber, hörst du Stimmen, Alter? Ja, gleich Aber auch dieses schneller umdrehen raff ich nicht Es gibt eigentlich keinen Sprung, bei dem du dich irgendwie schnell umdrehen musst Außer der Shortcut halt Aber den machst du ja Junction Back again Es gibt 10 und ich komm nur bis Junction Und alle Dieser Pack ist so ein dröner Pro Oh mein Gott Ich glaube, wenn Ich bin nicht mal im Sprint gesprungen Nicht mal Also es war nur ein normaler Jump Und runtergefallen Also wenn was die Spielerzahlen auf dieser Map Drastisch reduziert ist, ist dieser Pack Letztlich eure Map gewesen, hätte ich schon längst abgebrochen, sage ich auch Das ist so hart, Alter Das ist so hart Wenn man weiß, man kann nichts dafür, ist das so ein Stich in der Nähe Boah, Alter Boah, diese Fliege, Mann Boah, ich bring die gleich um Und dann Ach nee, darf ich nicht sagen mit euch Doch, ist sie Sag das doch, dann isst du sie Sag's Sag es, du isst sie dann Du steckst sie dann zwischen deine Zähne und isst sie Und knuscht so ein bisschen auf der Fliege drauf rum Ich würde die richtig quellen Und jetzt fall ich ganz runter Quellen? Okay, das distanziere ich mich von, liebes Twitchy Boah, ich hatte mal früher einen Kumpel Der war ganz kalt drauf Ein Kumpel, ja, ja Nein, sowas ist schon viel zu viel Er hat die Flügel ausgerissen und Sekundenkleber drüber geschüttet Das ist ja brutal, Alter Max geht's dir gut Das war mal ein Kumpel von dir, ne? Wie kommst du mit dem Sekundenkleber? Ey, ich kann's random darauf kommen Irgendwas war da Erzähl mal, Max Er war ein Kumpel von mir Sekundenkleber drüber Digga, wie diabolisch ist das denn, Alter? Sekundenkleber Ne, einer hatte sich aus Korken mal so Gefängnisse gebastelt Für die Fliegen Ja, aus Korken Hat diese ausgeholt Ausgehöhlt Und hat dann, das fand ich ganz crazy Und dann hat der Oh mein Gott, der hat den harten Jump geschafft Oh, let's fucking go Hat der nicht den harten Jump geschafft, Alter Habt noch eine entdeckt Scheiße, ich hab hier zwei Fliegen Bro, die vermehren sich bei dir Denk mal drüber nach, Sebo In deinem Schnauzer vermehren die sich Das ist ein Maul Frag doch die Südflagge, ob sie dir hilft, Sebo Okay, ich glaube, jetzt können wir Das war gerade echt die Fliege Die hat mich zum Runterfallen gebracht Hey, hier bin ich eben gestorben, ne? Wo war das? Ach, genau, ich bin da rüber Hier bin ich da auf diesen Hund Nichts gegen die Südflagge, ja, sorry Ich hab immer noch die ganzen Südflaggenatzen beim Chat Das ist krass Oh Mann Ich hab ein Rekord Personal Personal Jetzt schaffst du es Also jetzt Jetzt bist du beim Würfel Und jetzt schaffst du es auch Mit einer schönen Zeit Echt? Ist er beim Würfel? Ne, davor Hat er schon Dingens gemacht? Nein, der ist Fatal Fields gleich Achso, Fatal Fields musst du ja auch erst mal schaffen, ne? Ja, dann ist Oh, what the fuck Nein, ich sag erstes Mal Fatal Erstes Mal Fatal Fields ist schon ein Assi Und hier springt der wieder nicht Fatal Fields, Fatal Hier muss man hoch sprinten, ne? Aber die Südflagge hat dich auch einfach aufgegeben dann, ne? Ich hab eigentlich gedacht, die bauen deinen Schnurrbart wieder auf Haben sie nicht gemacht Hab ich keinen Speedboost mehr? Haben sie nicht gemacht, ne? Wieso eigentlich? Wieso haben sie deinen Schnurrbart nicht mehr aufgebaut? Ich geh mir noch in den Speedboost und ich schaffst das Haben die dann echt keinen Bock mehr gehabt oder was zu campen oder was war das Ding? Ne, ich denk mal, das war eher so, weil keiner, ja, beziehungsweise nicht alle von mir geholfen haben, dann Nacht zu verteidigen und so Nachtwache und so, weißt du? Ah, du, nicht nur, nicht nur hast du die Südflagge angeschwärzt, du hast dich auch noch im Stich gelassen nachts dann Das ist so geil Da bin ich, bin ich komplett doof, Junge, nachts schlafe ich, hä? Ja, stimmt Ja, hä? Und ganz viele normale Menschen aus dem Chat auch, hä? Das stimmt, ich hab tatsächlich Okay, jetzt hier drauf, dann bin ich beim Bürfel, dann, oder beim Fatal Fields, ne? Hier nur drauf springen einfach, das blaue Ding, ich kenn das nicht Ja, einfach drauf Ne, die aggressive Fliege ist noch da, die muss sterben Oh mein Gott, first fucking time Fatal fucking Fields, nicht so viel fluchen, Sebo, du bist zu alt Ich pass keine Haare Wie komm ich da hoch? Komm man hier drauf und dann da hin oder direkt da drauf? Einfach da hoch zu Kann man mir jemand erklären, wie diese Wie diese Junction Jumps gehen? Ne, probier selber Weg, Sau Welche meinst du, welche meinst du? Ich hab dir so oft geholfen, du Bastard Also Sebo ist der größte Wechsel dabei Trotzdem hast du es nicht geschafft, Alter Ja, das ist ein Bastard, das ist wirklich ein Bastard Ja Du sagst sogar wirklich dahinter Hey, das geht nicht Da müsste auch wirklich eine Dreckzahl Das wird mir nicht noch angefeigt Krass, pass mal auf, der holt sich gleich die ganze vereinigte Macht der Südflagge und der Technik in deinem Chat Oh, ist das lame, Alter Deine Witze ist noch einfach scheiße Runter, ich fall links runter Man muss doch überspringen Ich muss wissen, wie das geht jetzt hier, die Junk-Junction Ich muss da oben gegenspringen Äh, ich weiß nicht, welche du meinst Wo bist du? Ja, die letzten, diese Hardcore-Würfel Autowürfel, diese kaputten Die kaputten Autowürfel sind eigentlich einfach Du musst einfach nur An einem Stück, an einem Stück einfach Also den letzten zwei, also auf den vorletzten kannst du drauflanden ohne hochziehen Und dann kannst du durchsprinten und dann musst du halt am Ende, wirklich am Ende von dem Würfel abspringen und halt gedrückt halten Hey, warte mal ganz kurz, die Leute sagen, ich hab verkackt Hier kann man nicht mehr wegkommen Doch, kann man Ich hasse alles Ich auch, ich bin runtergefallen Aber richtig scheiße Du kannst die Sprünge da alle schaffen, Max Dann der Wand hoch Ich hab nicht die Lateste gedrückt Wie tief bist du gefallen, Max? Bist du gefallen? Gar nicht Ich bin gefallen, ich bin gefallen bei den Würfeln gerade Direkt rechts an die Ecke Alles verneut, Digga, ist das bodenlos, Alter Weißt du, hast du die Würfel auch nicht geschafft gerade? Ich? Ja Die Autowürfel meinst du? Ja Ja, hab ich nicht geschafft Ich bin auch runtergefallen Ich bin wieder beim Also ich hab so late versucht abzuspringen, bin dann gar nicht gesprungen Ich auch, witzig Genau dasselbe ist mir gerade auch passiert Eins zu eins Ich bin einfach runtergefallen Äh, kacke Aber ich bin Du bist aber auch so gepusht hast Max spielt wirklich Ja, musst du aber Einmal, Erkonsultation Was mach ich? Du musst ganz rechts an die Ecke springen, Max Ganz rechts Im App gebaut, weiß ich nicht Nee, ich muss hier raus Ich muss hier raus bei Max, sorry Er hat den Bannierhock immer noch drin Du hast den immer noch drin Genau, da oben hin Einfach rechts Rechts hoch Ganz oft probiert Soll ich es drüber machen? Soll ich es zeigen? Ja Ist doch richtig, oder nicht? Ja, ich kann es selber zeigen Wer hätte diese eins so geisteskrank unsatisfying Faddle Fields ist von Rumatra Äh, wie man ankommt bei Faddle Fields Wollt ihr so Ich nicht haben Also dass man da so ankommt So verkrampft Das ist nicht mein Doing Der Rest von Faddle Fields Das ist Das ist aus meiner Feder Aber Aus deiner Feder Find ich irgendwie witzig Das hast du heute schon zweimal gesagt Weil ich ein fucking Poet bin, Alter Dichter und Denker, Rumatra So nämlich Rumatana, ihr third, the third Nee, ich muss es gerade nochmal probieren Einfach Ziemlich weit rechts Ziemlich weit rechts Ja, genau Und dann ist er ja So eine Kante Und da eigentlich abspringen Und dann rechts hoch Und dann hast du es eigentlich Oh, noch weiter rechts Oh, das ist echt mit Abstand Der schwerste Jump Krass, dieser Schüppelbox-Ding Leute, es gab ein Es gab ein Update Dass man nicht mehr so hoch springen kann Die kamen genau heute, leider Springst zu früh Du springst zu spät Ja, oh, jetzt fängt es in deinem Chat jetzt an Mit den Tipps Das liebe ich Ja, 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 ja Pass mal auf, Alter Das musste ich mir vorher 20 Minuten anhören Bei einem Sprung Der nicht möglich war, Max Oh, ich hab's Ja, gut Ich hab's Das heißt, du bist jetzt oben auf dem Feld, ja? Noch nicht auf dem Feld Nee, kurz vorm Feld Aber kann man hier noch runterfallen? Mhm Bin im Feld So, jetzt ist hier irgendwo der Riesenbouncer, ja? Er warf, wenn wir nicht an die Seite da rangehen Ja, ja, ich weiß Mach ganz Da ist er Direkt drauf springen, oder was? Ähm, ja Hä? Hä? Kommt jetzt gerade drauf? Was ist denn jetzt so vom Entwickler-Hilfe-Hä? Das ist schon schwer Der ist ziemlich in der Mitte Also auf dem Bouncer Der ist schon nicht ohne Und man landet dann auf diesen Rädern, ne? Äh, man landet dann auf dieser Windmühle Auf dieser Das ist keine Windmühle, aber ja Oder sie drehen dann Windräder Und dem hilfst du Der dich dauerhaft korrigiert Überleg mal kurz Mika, musst du nicht morgen, weiß ich nicht, los oder so? Ähm, krank geschrieben Ich bin mies krank, ey Ja, dann geh mal lieber ins Bett Was hast du? Ja, erhol dich mal Mika, wirklich Ich würde mir jetzt auch nicht so viel helfen, ey Honig und Zitrone Nee, wow Ich hatte gestern auch keine Hilfe So, fuck off Mein Internet kracht hier, lag bei mir Wahnsinn Meine mobile SIM-Karte-Internet laggt Was? Ja, ich stream mit einer SIM-Karte Oh Ist nicht mal ein Spaß, Digga Hast du, wie mit deinem Handy? Oder hast du so einen Naja, so einen Schnellstart Der ist ein bisschen besser Als eine LTE-SIM-Karte Ich bin so krass Leute, ey, warum reden wir überhaupt noch? Warum reden wir überhaupt hier noch im Discord? Wenn wir so einen krassen Skill-Unterschied haben hier Meine Mem wartet noch auf dich Du Macher Stimmt allerdings Wo die Kürmisse, Rumatra Was hast du dabei gedacht Bei den vier Stück? Welche? Kürmisse Kleinen Viertel-Viertel-Kürmisse Der hat den Bounce-Stram nicht geschafft Ach, du hast den Bounce-Stram nicht geschafft? Digga, ich bin gerade überlegen, ob ich zurücklaufe Das ist schwach Dann bist du doch nicht so gut Wenn du den Bounce nicht mitnimmst Ja Wieso? Ja, sorry Ist ja in Ordnung Ist ja in Ordnung Ja, ja Mach du mal da deine Kürbisse Ich sehe halt den Skill Oh, Rumatra, du bist so scheiße Wie kannst du so kleine Kürbisse da hinstellen? Max, deine Jumps sind Bei jedem zweiten Jump backt man runter Aber die Kürbisse sind dann zu klein, um drauf zu hüpfen Ja Aber Laternen sind nur Die sind nicht sehr klein Die sind kleiner als alle Büsche, oder? Und rund auch Lampen, Eis zapfen Ich zapfe wirklich nicht so krass, wie die Kürbisse Clip Clip Clip, Romatra schicken Wieso bist du runtergeklatscht? Glitscht oder was? Ja, nee, ich will jetzt Ich will sofort einen Clip haben Ich hab keinen Bock mehr Zurück zu den Strohballen Ey, wie fliege, fuck it Jetzt hab ich noch ein x-mal in meinem Internet Das ist lässig Jungs, ich fähr jetzt auch raus Max, du könntest mir ja schreiben Vielleicht, ob wir morgen nochmal talken können Aufstieg nochmal die Analytics Stimme morgen, wenn es nicht klappt, bis 15 Uhr Aber ja, machen wir gerne Schreib einfach auf Discord Ich bin da relativ flexibel Und ja, gute Nacht euch Und dann einen schönen Stream Ja, mach's gut Was habt ihr da für eine asoziale Abkürzung Sehe ich grad bei Max Durch so einen Baum What the fuck Oh, geschafft, der Erste Ich bin der Krasseste Ich bin der Krasseste Niemand kann sich so gut retten wie ich Da mach ich euch allen fertig Wenn's nur um Reflexe geht Jetzt ist das so heftig Wie alt ist der Mann da sitzt? Ist der 29 oder ist der doch erst 12? Und die Leute denken halt alle Ich bin 12, weil ich so krass bin Was sind das für Reflexe? Das ist ja nur krass Das ist ja nur krass Ihr schuldet mir, dass ihr diesen Clip anguckt Und das ist mir scheißegal Ich schau ihn gleich an, ja Deswegen nur Christian 1 Jump hier bei Banky schaffen So, hier ging irgendwas nicht, ne? Direkt auf die Schraube springen Kannst du nicht ziehen Da irgendwie an die Kante Kannst du dich doch hochziehen Oder war's andersrum? Keine Ahnung, was du machst, Alter Du hast Battlefield gebaut Ja Ich mach aber immer Ich mach immer den Skip Direkt mittig auf die Schraube Direkt auf die Schraube Oh ja, das war's Du musst sagen, wenn du den guckst, Bruce Ja, ja, warte kurz Ich würde nur hier kurz Auf sicher, sicheren Boden kommen Okay Boah, zieh ich mich da am Kasten Oder da ganz oben hoch? Und jetzt spring ich hier noch kurz rüber Brenne die Türen hier auf Und jetzt schau ich mir deinen Clip an Zeig mal Zeig mal Zeig mal Zeig mal Was ist denn Reapers passiert? Kollegen Chat Hab ihn offen Soll ich Wollen wir gleichzeitig, oder? Ne, guck ich Brauch das nicht gucken Ich hab's erlebt Achso, ja, ja Okay Zeig Das ist so krank, Alter Aber das sieht auch nach Das sieht halt nach einem üblen Bug Also das ist auch irgendwie Connection Oder so eine Scheiße, ne? Ja, eigentlich schon Aber ich bin in einer privaten Lobby Also hier ist keiner drin auch Deswegen eigentlich darf hier nix sein Wow Wow, 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 Reapers Das ist halt Also wenn mir das passieren würde Wäre ich richtig sauer Boah, wie der dich ärgert Ich bin erst bei der Hälfte der Map, ey Du bist doch schon bei Vettel, dachte ich Ja, aber da gammelt der doch jetzt eine halbe Stunde An einem so Block Von hier, wo geht's Von hier rauf, da rauf Kevin, the fucking Cube Ist du da? Wow, dein Alter Sauber Dann dauert das nicht mehr Dann hab ich First Time Battlefields geschafft Oh mein Gott Das ist doch nicht so schwer dann Naja, das ist echt nicht so schwer dann Hier war es nur weh, ne? Ja, das ist ein paar Vettelfields bin ich jetzt auch Oh mein, ich weiß halt nicht, was hier die Kanten hat Und was nicht Bei mir kracht alles Mobiles Internet Vielleicht war es auch ein Internet-Bug Oh, gestattet Oh, dass der Sprung teilweise noch so schwer ist Das ärgert mich Max, du schaffst das jetzt Oh Wenn auch Vettelfields jetzt Bist du noch, bist du noch Vettel, Max, wo bist du? Wüffel Bist du auf die Wüffel schon drauf? Er atmet so schwer, lass den Wüffel Da kam nichts mehr raus aus ihm irgendwie Ne, der soll doch mal reden jetzt Wüffel, Wüffel hat er gesagt Wüffel Oh, die Reflexe Das sieht bei mir aus wie dein Speedrunner Hört sich so an, als wäre er nicht mehr weit bei dir Krass Du hast es doch noch geschafft Ey, ich finde den Bumper hier nicht im Feld Was soll das denn? Ich falle Ich falle Nein Ich falle alles Nein Nein Ich fiel ganz oben auf ganz oben Nein Ich habe gesagt, man kann beim Würfel nicht mehr fallen Nein, wenn du oben bist beim Würfel kannst du nicht mehr fallen Du bist jetzt nicht ganz runtergefallen, oder? Shit, alles, volles Rohr Volles Rohr Okay, da möchte ich auch nicht lachen Volles Rohr Werde ich darauf geschafft, Leute Kann man nicht mehr fallen Ich war ein Millimeter vor alles Das war der aller, 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 allerletzte Jump Und Romatra findet es nice Diese, dass man nicht so ein Only Up so Jumps reinmacht Sondern, dass man da auf einmal so diese Sprungkrater hat Wo keiner weiß, wie die Mechanics gehen Ja, aber wacht Hattest du den Curved Jump schon geschafft? Ich war vor dem Curved Jump Der allerletzte Jump zum Curved Jump bin ich mir gefallen Ja, da bin ich auch gestern wunderbar gefallen Das ist so einfach Der allerletzte Jump zum Curved Jump Mhm Hä, der ist doch geradeaus einfach Ja, von dem Nein, durch das Portal Ich bin geradeaus Dann nochmal durch das Portal, richtig? Mhm Ja, da bist du gestern auch gescheitert, ganz da unten Boah, ist das Respekt Respektlos, dass du Leute an den Kratom sterben lässt Aber Max, ich sag dir ganz ehrlich Danach hab ich jetzt direkt geschafft Danach war der Run, wo ich jetzt dann geschafft hab Die sind krank, sprünge Ich muss die ganzen Sprünge nochmal machen, ne? Ja, und das Gleich die nächsten Wie viel? Drei Stunden Ach, 20 Stunden Nein 20 Stunden noch höher Nein, das hat er Nein, das schafft er auch her Der ist hier vor zwei fertig Der ist hier vor zwei fertig Ja Das hat Reapers auch für seine Map gesagt Wenn Reapers das sagt, dann weiß ich, werde ich mich niemals schaffen Das ist doch deine Map, ey Ich kenn doch nicht mal alles Also dass ich die ganzen Jumps Fatal Fields first time gemacht hab Da ist ja Romatra und Sieb am öftesten gestorben Fatal Fields Ja, richtig Das stimmt Als sie zum ersten Mal nach Fatal Fields gestorben sind Sie sind immer und immer und immer wieder da gestorben Das hab ich first try geschafft Und dann hab ich die schweren Würfelsprünge auch alle first try geschafft Und dann möchte Romatra diese Krater da einbringen Weiß ich auch nicht Krater sind wirklich so einfach Du musst einfach nur geradeaus zulaufen Und du musst nicht mal springen oder irgendwas Das ist, was ich getan habe Du hast falsch gemacht Einfach, es heißt nur auf den Krater drauf Das Ding ist so verbuggt, ne? Ich kann nicht hochkommen Mich steuert es die ganze Zeit weg Ja, danke Ja, ich hab gesagt, du sollst die Mechanik vorher lernen Du kannst es nicht schaffen Du musst erst die Mechanik lernen Und jetzt sagst du, öh, was Neues lernen, weiß ich nicht Und dann bist du Ich bin aber auch ganz normal Und er stößt sich so geisteskrank einfach ab Ja, ich wurde gerade auch geisteskrank gefickt Wieder vom Klettern Kann das bitte einer klippen Und ich würde es gerne Du musst es dir auch anschauen Ich schau es mir an, gerne Bitte, ich muss es Der einzige, der wirklich Bezug dazu nehmen darf Ist Julian Kompens Den dürft ihr es zeigen Hatte wir einen Clip Das ist auch ne Laberbacke, wenn er das sagt Sag ich Julian, Laberbacke, fertig Schieß dich auch Wenn er sagt, das hat keine Bugs Also das ist krass Doch, doch, die gibt's aber Man kann sie umgehen Man kann sie nicht umgehen immer 99% Auch nicht 99% Ich sag, du kannst sie zu 80% umgehen So, das ist ein Call Und der stimmt auch Der stimmt Den nehm ich Das Ding ist, Max liebt diese Klettermechanik Jeder einzelne Sprung, den Max gebaut hat Auf dieser Map ist eine Klettermechanik Das ist ja das Geile Verglichen zu Minecraft oder all den anderen Games Dass es das in OnlyUp gibt Und das gibt's auch einfach in Fortnite Wie random Unsere ganze Map basiert darauf Aber dass die Fortnite-Engine da in der Beta ist Nach 35 Jahren verstehe ich auch nicht Und das noch nicht funktioniert Ja, aber ich verstehe nicht Bei der normalen OnlyUp-Map War das nicht so Die hat nicht so viele Klettersprünge Ach, deswegen wahrscheinlich Okay Ah, warte Hier, guckst du dir bitte an Du musst dir an Ich bin krass Ja, mach ich gleich Mach gleich, mach gleich Easy, easy Du hast ein bisschen Zeit Ist das Ganze schon Ich hab so Angst vor diesem Stacheldraht Ist die Hitbox da chillig eigentlich? Ja, oder? Die ist super breit Okay Also wirklich richtig breit Also ich würde fast sagen Breiter als der Strobel am Wochenende Oh, fuck Ich hab's ihm weitergeleitet Jetzt geht drauf Danke, danke, danke Oh mein Gott Rekord Sehr gut, Rampers Ist irgendwo Fake-Boden Der mich triggert, Alter Wieso gucken hier 16.000 Leute zu? Wieso spielt er das nicht fucking selbst? Ja, ja Verstehe ich auch nicht Alle am Backseaten hier Naja Wenn die alle auf die Map gehen würden Dann Dann würde das jetzt Wir hätten instant ein VW Golf Ja, instant Instant ein Auto Für euch zum Verlosen Boah, jetzt muss ich nochmal Tiltet auch nochmal machen Das ist ja auch nochmal schwer Alles schwer Dann muss ich nochmal Junk machen Das ist ja auch nochmal schwer Und dann muss ich Vettel Feeds machen Das ist schwer Also das alles zusammen zu schaffen Ist halt krank So oder so ist das krank So schwer sind die Sprünge eigentlich nicht Ja, aber es sind doch so viele Ja, aber ich dachte Das ist der Plan hinter Only Up Ganz viele Einfache Sprünge Die Sprünge wären Also ich glaube Ich sterbe Wenn ich sterbe Dann sterbe ich Nur an dem Back Wirklich Ich glaube Meine letzten 5 Tode Waren an dem Back Allesamt Ich sehe irgendwo ein Troll Bitte sag mir Hier ist kein Troll Bei dieser Wo man Geschwindigkeit hat Ist kein Troll Man muss halt nur Bis nach oben Geschwindigkeit halten Weil du sonst den Sprung nicht schaffst Ah, okay Jetzt muss ich wieder runterlaufen Tschüss Richtig Gut Wie findest du die Mechanic? Die hab ich mir ausgedacht Ist okay, oder? Die gab es in der ersten Only Up Map auch Richtig Die hast du kopiert Die hatte einfach geklaut Da ist nichts mit ausgedacht Einfach geklaut Die Mechanic Das ist so geil, Alter Ja, okay Aber du hast ja Dieser doofen Lava da gemacht Oh Mann, ey Ja, true Okay, aber du hast mit reingebracht Das stimmt Aber die hatten halt Einen coolen Lava Berg Und du hast halt einfach Fünfmal das Treppenprop hintereinander gesetzt Nee, nee Die Lava Berge Waren richtig kacke Die waren richtig cool eigentlich Ist das nochmal Dass ich hier bin? War ein Albtraum Ich bin Fettelfields Kevin's a cute Bist du wieder? Alle weit Ja Ich bin Fettelfields Aber ich versteh's hier nicht Ja, der Sebo kriegt ja nochmal 20 Subs Wenn das vor dir schafft, Max In der Tat Kann jeder spielen Klößen, ja Max verdient sich ein Golf dran Und danach ein Lambo Ja Sind da zum Glück Alle gleich beteiligt Sebo, Max und ich Das wird alles schön Das wird alles schön 35, 33, 33, 33, 33 Gescheren Kann mir jemand helfen Und sagen, ob es jetzt hier weitergeht Oder eher nicht so Das Gute ist In der Frontstream besprochen Was zu dritt zu machen Dann wurden wir uns nicht einig Wie wir es direkt machen Dann habe ich alleine gestartet Und dann sind die beiden dazugekommen Das ist gut Das heißt, es gab keine Vertragsbehandlung Wir waren beide zusammen gleichzeitig drin Der Typ ist schon Millionär Und dann macht der so Auge Dann macht der so Auge Auf zusammen erarbeitet ist Das ist geisteskrank Gibt es den Fatal Fields Unsichtbaren Boden Auf den ich achten muss Verdammt Gut So, ich bin wieder runtergefallen An den scheiß Eis nippeln Also zuerst kriegt die Community Den VW Dann kriegt die Community Als erstes der Speedrun Dann der VW Dann kriegen die Map-Bauer was Die haben gesagt Zwar die machen es freiwillig Aber die sollen auf jeden Fall auch was kriegen Die werden jetzt echt hier Wochen eingesteckt auch mit Das zu verschönern Und bugfrei zu machen Und alles geil zu machen Und die werden wir jetzt nicht hier Und Dann kriegt Zero was Und den Rest kriege ich Oh Mann ey Okay Jungs Das sieht unrealistisch aus Von der Windbühle von Fatal Fields Auf die nächste Windbühle Wie geht das? Da kann man nicht einfach durchsprinten Das ist zu weit weg Boah Ich bin mir nicht sicher Also ich würde dir empfehlen Den Skip zu machen Weil ich weiß nicht Ich habe den Sprung auch nicht gemacht Ich habe den einmal Es gibt einen Skip Die kenne ich doch gar nicht Ja aber der ist nicht schwer Du gehst unten ins Feld rein Und suchst nach dem Bumper Und in dem Bumper Äh Ja Leute ganz im Ernst Ich muss was sagen Also wenn ich jetzt nochmal runterfalle Ich habe gerade Den kompletten Mental Reset geschafft Ne? Komplett Ich fall Das ist der letzte Sprung Wenn man den schafft Kann man nicht mehr Nach ganz unten fallen Es geht nicht Davor bin ich gescheitert Let's go Exsprung geschafft Bitches Juhu Das heißt Ich werde Jetzt gleich Ne schöne neue Topzeit hier haben Gleich wie das Das Unfälle kann alles gibt Ich bin 15 Minuten 15 Minuten Kevin the Cube Oben der lange Weg hoch Oh Schweren Jump geschafft Schweren Jump geschafft Wichtig Wichtig Aber jetzt nochmal runterfall Dann Dann spiele ich zwar noch weiter Und gebe mein Bestes Aber dann kann ich euch sagen Boah dann wird es krass Wirst du dann sauer? Nein nein nicht sauer Ich sag nur Wenn du so mad wirst Und so Das beugt den Haarausfall Noch mehr aus Es ist so Es ist so Es ist dann so Am Ende Einfach Weißt du? Ich hab jetzt kein Skip gemacht Hab es trotzdem geschafft Fick dich Romatra Okay dann ist es krass Das ist stark Das ist viel schwerer Warum hast du dich entschieden Den langen Weg Ich kenne keine Skips Schwerer zu machen Als den Skip Ich jetzt? Achso Ist anscheinend nicht schwerer Den Skip kann man auch Easy verkacken Der ist übel Letzend Also der normale Weg hier Aber du hast ihn geschafft oder? Ich hab's geschafft ja Ich bin auch ein Gamer Vergiss das niemals Das stimmt Guck ich bin zum Beispiel keiner Ich auch nicht Ich bin nur Mobile Gamer Junge ich bin NPC Halt's Maul Das ist auch true Alles einfach was Evo da sagt Ja Evo ist einfach ein Mobile Gamer geworden Wie geil Ja das stimmt Ein stolzer Mobile Gamer Ich auch Ich auch Geil Ich weiß gar nicht warum das so verhasst ist Ist es nicht Monte, Eli, Papa, Platte Die würden niemals Mobile Gaming machen Ich lebe Clash of Clans Verfickte, 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 verfickte Drecksscheiß bin ganz unten Wenn es sein muss Ich bin ganz Tätowier Ich bin sogar Oh mein Gott Wie brachiales Kevin, alter Hä? Der ist ja gigantisch Geil, oder? Sieht der ultra krass aus Hä? Wo ist das unten? Paradise Palms Ich gebaut die Stage Ist das Ist das Ein viele einzelne Kevins Oder ist das einfach so ein Projekt Ein Teil Was ihr gigantisch gemacht habt Einzelne Kevins Bin bei Paradise Palms Okay, bevor ich jetzt zu Kevin komme Ist das so ein Bumperjump Muss man erstmal Auf dieser Auf diesem Gerüst landen Bevor man da drauf springt, oder? Leute, ich bin gerade zu komplett Keiner hilft mir Geisteskrank Du siehst das doch Du siehst ja Du siehst doch oben Diesen kleinen Bist du schon mit dem Bumper? Ja, ich bin jetzt hochgesprungen Ja, guck Da siehst du doch Und ich bin ganz runtergefallen Nein Oh, du musst sie ja festhalten Ich bin Fade of Fields Okay, jetzt erklär mir Fade of Fields die Abkürzung Kein Bock, dann nochmal zu gehen Ähm, in den Im Du musst Du musst ein bisschen das Feld durchsuchen Und dann findest du einen Bumper Ist der so mittig? Ah, hab ihn gefunden Okay, und dann? Genau Und dann musst du schauen Wenn du auf den drauf springst Musst du oben Da kannst du aber auch Dich wegkatapultieren Kann sein, dass du es verkackst Aber ich mach den trotzdem immer Ich hab's geschafft Dann ist man auf so Wind Auf so Mühlen Genau Genau Guck mal, ist doch gar nicht so schwer dann Bo, den hast du geschafft Not bad Ich bin einfach drauf gesprungen Das Game hat alles für mich gemacht Einfach Ja, du kannst aber auch falsch drauf springen Und dann fliegst du vorbei Genau, genau gerade Also hast du ein bisschen Glück gehabt Oh Also wieder was RNG-mäßiges Cool Nein, nein, du kannst da Wenn du richtig drauf springst Landest du immer da, wo du jetzt bist Aber du musst halt richtig drauf springen Okay, verstehe, verstehe, verstehe Verstehe, verstehe Hä, wie, woher weißt du, wann Woher weißt du, wann du bei Sprüngen Wann du abbringen musst, hä Was ist das für eine dumme Frage Ich bin genau mit dich einfach Genau, genau mit dich drauf Also wenn man Kevin the Cube überwunden hat Dann kann man nicht mehr fallen Wenn du auf Kevin the Cube bist Dann kannst du zu 99% nicht mehr fallen Kevin the Cube beginning Okay, da bin ich jetzt Auch neuer Rekord hier Okay, dann schau dir jetzt wahrscheinlich Den Clip an, den Tiki gesendet habe Okay Stimmt, habe ich vergessen Guck ich Sagst du mir, wie du das streamen bist Danach war ich ganz unten Jetzt muss ich nochmal tiltet Also Romatra, Bruder Das passiert mir die ganze Zeit Ich weiß nicht, ob das jetzt was Besonderes bei dir sein soll Und es ist kein Spaß jetzt Ja, ich weiß Das ganze Game Durchgehend Durchgehend passiert mir das Du kannst nichts sagen Absoluter Horror Absoluter Horror Es ist der Horror Fucking true, Alter Okay, ist jetzt hier bei Kevin the Cube Irgendwas, was ich beachten muss Was absolut asozial ist Oder sagst du mir das nicht? Ja, ein bisschen Also du kannst dir an den ersten Sprüngen Kannst du dich nicht hochziehen Die sind ein bisschen assi Die Dinger Da musst du wirklich drauf springen Sonst klipst du da runter Und sonst musst du halt aufpassen Dass du halt nicht runterfällst Weiß nicht Aufpassen, dass ich nicht runterfall Wirklich, dieses Game Ist der Ist der größte Scheiß Ja, ja Den es gibt, Alter Es könnte so geil sein Wenn es nicht so schlecht programmiert wäre Sag's Pöpper Es hat gerade einfach wieder geleckt Was? Jetzt sagst du es Und es leckt bei mir auch Ganz dumm Es hat einfach geleckt mit nem Sprung Es hat auch geleckt mit nem Sprung Bin einfach runtergefallen beim Leck Ich hatte es schon Ja, ich hatte es schon Ich bin so froh, dass ich da die 40 Subs genommen hab, Alter Um runterzuspringen Ich war schon am Ende Das ist bei allen gleich Ich bin auch Genau wo ihr das gesagt habt, bin ich auch Konnte der nicht packen auf einmal Ist bei allen gleich wahrscheinlich, echt? Junge Entschuldig Ich bin von ganz oben ganz runtergefallen Wegen nem Bug Also das ist frech hier Paradise Palms ist eigentlich Aber seitdem das Update war Junge, die Sprünge sind ja Anderswild jetzt Diese, die so hoch sind halt Das ist witzig Hat es gerade bei uns allen zeitgleich geleckt Er muss Bei mir hat er nicht gepackt Obwohl er hätte packen müssen Ich brauche ein Clip Clip auf Matra Schreibt Matra Bei mir ist er Bei mir ist er Bei mir ist er Bei mir ist er gesprungen Und mit nem Sprung hat es geleckt Und dann ist er nicht so weit gesprungen Hat es quasi so zurück teleportiert Er hat auch Rubberbanning Ich hatte auch Rubberbanning Und dann bin ich den ganzen Fucking Weg runtergefallen Und da kann nicht mal Da kann nicht mal das Game Da kann nicht mal Da kann nicht mal die Springbugs Das dafür Da kann einfach nur Die Server sind da schuld Es leckt einfach bei allen gleichzeitig Jeder ist mitten im Sprung Und jedem zimmert es Bis an den Anfang zurück Bin ich sauer Ich war so weit wie noch nie Und dafür konnte ich nix Digger ist das dumm Wow Instant wieder Junk Junk Schon ist das so krass Wie mental heftig Also ey Ey Dieser Also das finde ich ehrlich frech Die müssen gefixt werden Die Sprünge hier Welche denn? Die hat man gestern so geschafft Welche denn? Also im Paradise Palms zum Beispiel Die sind alle piss easy Ja Er wieder Ne ich rede nicht mehr mit dem Sag doch Sag doch Sag doch Ne halt's Maul Alter Du verkaufst dich jedes Mal für 10 Subs Und fällst runter und regst dich dann auf Hör auf Was ist es denn? Was ist das Problem? Die Sprünge sind halt weiter Weil das Weil das ja nicht mehr Weil der ja nicht mehr packt So weit Weißt du? Ja das stimmt Da hatte ich jetzt grad halt Nein ich hab keinen Geburtstag Ich weiß nicht wieso Leute Spaß dran haben Alles Gute zum Geburtstag Alles Gute zum Geburtstag Herzlichen Glückwunsch Wie alt bist du geworden? 32? Super Weiß nicht was das für ein komisch neuer Trend ist Alter Es ist 0 Uhr Alle schreiben alles Gute zum Geburtstag Aber vielleicht hat der gerade wer im Geburtstag Im Chat Geburtstag Könnt ihr dem gratulieren Da freut er sich Ist das ne Kacke Wieso? Weil jeden Tag bei dir 50 Leute Geburtstag haben Ja deswegen Oh wieder geschafft Pandora erreicht Ich bin so online Ich bin Leute oder? Bin ich online oder was? Ich bin aufhörig Wenn ich so einmal runter Ich glaube ich hab ne Panikattacke Weil ich so online bin ey Fuck Ich bin so online Verfickte Scheiße Ich sprinte gleich und block Ohne Witz Ich bin so online Ich denke jetzt Ich kann das in real life Ich springe gleich einfach so Durch Hamburg Wenn ihr jemanden fetzen seht Der von Dach zu Dach springt Dann ist das nicht Spider-Man Sonst bin ich Das weil ich so online bin Wahnsinn Ich wünsche mir so sehr Dass du gleich runterfällst Und einfach meine Meine Energie Batterien auflädst Bleiben leer Und fuck you Ich bin oben Alles ist hier dunkel Ne die letzte Sprünge jetzt Ja die letzte Shade ist auch sehr cool gemacht Muss ich sagen Ja ist schön aber Die kleinen Sachen könnten halt weg wieder Da musst du halt drauf springen alter Oh Gott Was war das Ist der Boost weg? Hä was ist das? Ist das dieser Boost-Buggy? Ich lade nochmal runter Ich lade nochmal auf Ich war doch so schnell Ich war doch so schnell Ist der Boost nicht mehr gezündet Habt ihr das gesehen? Okay Ein bisschen geskippt Ich glaube nicht so weit Wie man skippen kann Warte Hast du den Baumskipp eigentlich immer Max? Let's fucking go 24 Minuten und 47 Minuten Frist Scheiße Gut gemacht Sebo Jetzt ist der Noch in den Top-Best Du kannst die Speedrun-Tabelle eintragen Also Leute Das ist ja lech Was haben wir hier für eine lasche Community? Jetzt hat der Wir machen einen Speedrun Der schnellste Speedrun Kriegt 1000 Euro Ihr solltet euch an diese Scheiß-Tabelle eintragen Und jetzt ist dieser übertriebene Rentner Jetzt ist dieser geisteskranke Rentner Irgendwie Platz 7 aus der gesamten Community Alter Das ist so random Also von Das hier Keine Ahnung Auf YouTube Da ist 200.000 Leute die Map gesehen Dann ist Sebo auf Platz 5 Boah Nee also ich bin richtig Boah ist das schön Alter War noch nie so enttäuscht von meiner Community Ist das schön So und will jetzt immer noch nicht rafft Dass diese Map verdammt nochmal schaffbar ist Und diese 1000 Euro Free sind Ey wirklich Ihr rafft gar nichts mehr Weiß ich nicht Ich check's nicht Ich check's nicht Jeder einzelne Mensch da draußen Müsste rein theoretisch Bester sein als ich Jeder Jeder Fortnite Crack Könnte das In der Bestzeit schaffen Und sich 1000 Euro mit nach Hause nehmen Die raffen's nicht Die raffen es nicht Ja ja ihr rafft's nicht Boah Ich weiß auch nicht wo der Bumper hier ist Ey Ich lauf gleich rein und fall komplett runter Wo? Ich bin bei Viertelfields wieder Ich finde den Drecks Bumper nicht Alter Ist das geil Ja was denn? Dann sehen wir uns das nächste Mal Wieso? Hab es runtergefallen? Ist das toll Ich würde gerne wissen Wenn ich jetzt mal die Fresse hauen schreien Ist das geil Wo ist dein Drecks Bumper? Danke Max Danke Max Danke Max Danke für die ganze Energie Die du mir gerade rüber sendest Ich glaube so Energie Steine Sind wirklich Sind echt Also was für Energie Du mir teilweise senden kannst Nur durch Scheiße labern Ist halt krass Dann muss doch was an diesen Steinen dran sein Das ist halt so krass Ne Hoffentlich kriegen wir uns Weil wir uns prügeln Das wäre das geilste Fritz würde uns dafür halt für immer lieben Wir würden uns einfach prügeln oder was? Content Er will so Duos auf die Probe stellen Ob die auch in so einer Extremsituation klarkommen zu zweit Und wenn wir uns dann einfach gegenseitig die Fresse schlagen Dann ist das wirklich das Beste für Fritz Das Oh Mann ey Aber das ist genau das Das er möchte wahrscheinlich Ja klar Ich glaube das kriegt der auch Also auch bei dir Ich habe da bei dem Wildcat Team So ein bisschen Angst Weil die kennen sich ja gar nicht Die haben sich ja noch nie So und falls von hier Gerade hoch An die Mistviecher Wie ist das ausgerichtet? So ist doch nach oben Ja So nach oben Ja ja Das ist Man ist halt Aufgericht Ich bin jetzt immer noch aufgeregt So Ich auch Ich bin mega aufgeregt Das ist krass ey Ich bin so aufgeregt Unter 20 Minuten schaffe ich noch Ich auch Ich schaffe es noch Weil ich jetzt richtig Gas gebe Leute meinen du bist am Fallen Stimmt das? Max ich sehe es gerade in deinem Stream Rede mit mir Max Max ich brauche dich bitte Verwehr mir nicht deine Tränen Warte Max ich kriege noch 20 Subs Ich bin so mittig raufgesprungen Wie es nur geht Du kriegst noch 30 Ach ja stimmt 30 Ach ist das schön Warte wenn du jetzt eh dann kommst Dann kannst du dir das ja mal angucken Wie das hier oben aussieht So dieses fette GG So geil Ach ich mag So geil Ich mag Ey aber es macht so Spaß Wenn man dann einmal im Fokus ist Ach Und ab dem Würfel dann Junge Dir fällt einfach alles so So weißt du Jeder Stein fällt dir vom Herzen Ja ja Sobald du aber immer beim Würfel bist Hast du es geschafft Ja Stell dir mal vor du bist nie beim Würfel Ja Überm Würfel meint ihr oder Ja 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 über Genau du musst doch den Ecksprung dann schaffen Ab dem Ecksprung bist du eigentlich safe Ja ja Und diesen Ecksprung kannst du enden Es probieren Du fällst immer wieder auf den Würfel Direkt runter Das ist chillig ne Der Ecksprung fühlt sich gut an ne Ja Weil man einfach schon weiß Man hat es geschafft Deswegen fühlt er sich so geil an Richtig Ecksprung bester Sprung Sag ich Sag ich es nicht Max redet gar nicht mehr Max Ja der redet gar nicht mehr Ich weiß halt nicht Ich spring so mittig auf den Bumper Und ich weiß nicht wie es geht Ich sterbe halt nur beim Bumper Und bei den Kratern Bei Fatalfield Und ich mach die immer wieder falsch Und weiß nicht was ich machen soll Das sind halt keine Sprünge Das sind halt keine Sprünge Du musst den Bumper nicht benutzen Bei Fatalfields Das ist die Abkürzung Musst du nicht Kannst einfach den normalen Weg gehen Bei Fatalfields Romatra macht die Abkürzung leichter Als den richtigen Weg Ne ich glaube nicht dass sie leichter ist Wie passiert das auch genau Echt ist leichter doch Hundertprozentig Die Sprünge sind richtig doll Nasenbluten Wenn du den Bumper nicht nimmst Also richtig doll Nasenbluten Sie gehen Aber sind sehr brutal Die Abkürzung ist leichter Als der längere Weg Das hat sich Romatra damit gedacht Ich bin so dumm und hässlich Wow bin ich hässlich Krass Plank Junction wieder Let's go Hey Romatra ich hab nen Clip für dich Ich will dass du den siehst Das hat mein Rekordrun Ich war noch nie so doll auf ner Probe Jetzt brauch ich nochmal nen Clip alter Du brauchst jetzt den Clip hier Das war mein Rekordrun dieser Clip Ja ok zeig ihn mir Ich hab nen neuen Bug gefunden Den du auch noch nicht kanntest Den musst du dir auch gleich nochmal anschauen Ich schau mir deinen Clip an Warte kurz Aber dafür musst du dir meinen auch noch gleich anschauen Weil ich hab nen neuen Ich hab nen neuen gefunden Tränen gegen Tränen tauschen Ja ich hab nen neuen gefunden Bitte einmal Bitte einmal Bitte einmal absaften Kasse 4 Ja So zeig mal bei dir Oh hey das war doch dasselbe Den du reingepostet hast Hab ich Du hast mir dasselbe geschickt Ja ja wo du durchfällst beim Oh ja sorry Das ist dasselbe Einmal den richtigen Ja sorry 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 Hier 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 Ist es am Boden Los der Jump Guck Hier jetzt Ach bei mir hat keiner geklippt Schade Am Anfang fanden wir halt das noch schwer Oh Das war mein Rekordversuch by the way Ja da hat's geleckt ne Ja das war bei uns allen der Leck Das war dieser eine Leck Das hat's bei allen geleckt Und dann schießt es sich ganz nach unten Oder was Ja er kommt komplett runter Oh ist das übertrieben Vor allem das ist ja der Würfel Wo ihr sagt Wenn du das schaffst Bist du durch Ja 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 Du hattest noch zwei Sprünge vor dir Da konntest du nicht mehr fallen Selbst wenn es leckt oder so Du hast zwei nur noch Ja drei oder so Also wirklich nicht mehr viel Und die sind auch noch nicht mehr schwierig Natürlich das genau beim wichtigsten Jump einfach Es leckt einfach Ja Bitte einmal den hier begutachten Romatrach kann nicht mehr Wow Während du das gesagt hast schon wieder Mein Löwe mein Bär Ey du verstehst nicht Dass ich einer der besten Movement Spieler bin Ihr könnt mir erzählen was du wollt Ja leg einfach mal den scheiß Controller weg Junge Wie findest du meinen Reapers Hast du gesehen Wo ist der Wo ist der überhaupt Hab ihn gepostet Hab ihn reingepostet Bitte Du musst einmal Ich muss einmal sagen wie du das fandest Der Clip heißt Clip Das find ich am allerbesten an der Sache Ja der wurde auch schnell gemacht Ich gucke Jetzt haben wir einen Chance vergleich Ja wir gucken wer von uns am meisten gefickt werden Das hat mich gar nicht gebombt einfach Ne es hat mich gar nicht gebombt Ich schlage ihn komplett drauf alter Und es bombt mich gar nicht Es bombt dich einfach überhaupt nicht Ich glaube das hat dann auch ein Server lag oder sowas Wahrscheinlich ne Aber wieso dann immer bei den Also es ist eigentlich jeder Sprung fatal Also es gibt eigentlich keinen Sprung wo du sagen kannst Oh jetzt ein Server lag wäre ich ganz chillig Den gibt es nicht Wenn es laggt Wirst du in den Arsch gefickt Ja sag es doch einfach Du kannst es auch offen sagen Und da können auch die Sprünge und diese ganzen Hochziehdinger nichts für Weil das Game einfach insgesamt halt einfach Ja Buggy ist es fuck Ja Aber krass wie viel Spaß es trotzdem macht muss ich sagen Also Fortnite Parcourslauf Ultra funny Kann ich auch selbst empfehlen Also die Map ist trotzdem mit Liebe gemacht Das will ich euch Jungs nicht aberkennen Ultra geil Creative alles am Start Ich find die auch so vom Aufbau viel besser als die erste Ohne Aschbriecher Danke dir Aber dafür könnt ihr nichts Das find ich auch sehr schade Das find ich sehr schade Dass hier nicht alles so rund läuft Wir haben aber einfach so Das habt ihr nicht verdient Sag ich Mit der Nostalgie einfach gespielt Wir nehmen einfach die beliebtesten Landingspots Und bauen die Weißt du das hast du eh schon gewonnen Wenn du in den Tilted Towers Uhrenturm hochkletterst Oder durch Paddle Fields Felder läufst Oder den Pleasant Park Pavillon siehst Oder das Basketballfeld von Tilted Towers Dann Dann feiern das eh alle Also wenn du mit ganz stumpfen Mitteln Einfach die Leute auf unsere Seite gezogen Ja Machst nicht nix falsch mit Aber dafür konnt ihr halt nischt Alter Das ist sehr schade Das ist ja immer noch Wirklich so So mal schau Ich schaff das jetzt einfach Schau mal vor Ich schaff das einfach nochmal Jetzt Ach du bist nochmal dran Ja natürlich Das ist krank Ist auch gar nichts mehr zu tun Sebo Doch Digga ist das ein Disrespekt Ich könnte jetzt schlafen gehen Und mir noch ordentlich die Eier kraulen Und dann schön einpennen Aber nö Nö Du kannst aber auch Geld machen Wie? Ja durch Max Subs abziehen Wie du es gerade auch die ganze Zeit machst Ah ja stimmt Ja ja Ich weiß nicht ob das besser ist Als Eier kraulen Deswegen musst du entscheiden Ja ne ich mach immer weiter Danke für den Tipp So jetzt erstmal schön saftig Ne Werbung noch schalten So Ne Mal drei Minuten Und dann trotzdem noch Max einholen Ich bin tatsächlich wieder In Max seiner Lobby Für den Nachtritt Auch mal den L-Dance machen Wenn du bei ihm bist Ja Hat er nicht Hat er nicht Ich hab von Max den Karton Skin bekommen Den Altpapierskin Hab ich ihm geschenkt Ja aber ey Der macht sich jetzt einen Namen Der geht jetzt in die Geschichte ein Du hast da auch deinen Fisch Skin Und ich bin einfach Ja der wurde irgendwie Ich weiß nicht warum der zu dem Fortnite Skin wurde Das nervt mich auch ein bisschen Der ist auf jedem Cover drauf Ja Das ist der beliebteste Fortnite Skin Du hast halt den Du hast den beliebtesten Fortnite Skin gemacht Und den dann zu deinem Ding gemacht Das ist halt so Romatra Du hast gespielt Bevor den alle gefeiert haben Das nervt Ja Romatra Mir ist exakt dasselbe passiert Der Bump hat mich nicht hochgauen Echt jetzt? Hä einfach exakt dasselbe Man dem Alter Warum? Ich war's falsch gemacht Kein Sinn Ich war einfach mittig drauf gejumpt Nicht hoch gejumpt worden Alter Das ist frustrierend Ich bin nach 6.30 Bei den drei Saugern des Todes Ist das eine geisteskranke Zeit Oder? Ich weiß nicht wo ich jetzt gerade war Ich bin unter 7 Minuten bei Tilted Ja das ist normal Echt? So normal? Ja ja Also wenn du nicht vorher irgendwie runter Das geht noch schneller Aber so ich würde sagen 7 ist Normale Zeit Das klingt schon nirgendwo angehalten Mann der Fatal Feature Jump ist so schwer Fatal Feature Du meinst jetzt den aus dem Feld? Nein nicht der aus dem Feld Der wo man landet mit dem Bumper Und dann da hochhüpfen muss Alter Trägst du da mal den Wand hoch Die Wand hochspringen Boah weiß ich gerade nicht Oh man Cebo kennt die schweren Spots Alle gar nicht Weil der einfach drüberjumpt Wo sie gar nicht wahrnimmt Als Hindernis Zum Beispiel Deinen Umegsprung Habe ich heute auch Ich glaube 2 Ja Zweiten Versuch Hatte ich den Direkt wieder Und gestern hat es 5 Ja es gibt so viel Schlimmere Sprünge Als den Umegsprung Also dass ihr euch an dem So aufgegangen habt Mit dem was in dieser Map Abgeht eigentlich Ist wirklich eine absolute Oberfrechheit Da will ich eigentlich auch Noch eine Entschuldigung Von euch allen haben Dass ihr euch so An dem Umegsprung Aufgegangen habt Dafür wie diese Map Aufgebaut ist Von allen Sachen Auf der Map Immer noch Die Hitbox Von dem Stuhl Am Most Unsatisfying Welcher Stuhl Da warst du noch nicht Weil diese Map so verpackt ist Dass du vorher die ganze Zeit Runterfällst Die Map ist nicht verpackt Hör auf die Scheiße Schlecht zu reden Alter Ich rede sie nicht schlecht Natürlich Ich auch nicht Seitdem ich Leertaste gedrückt halte Ich habe Ich habe die letzten 2 Stunden Bei mir eins Bin ich einmal Durch diesen Bug runtergefallen Man kann ihn wirklich umgehen Nicht einmal Nicht einmal in 2 Stunden Back to back Der Bumper wirft mich nicht mehr hoch Ist das jetzt eine neue Mechanik Oder Ist das auch wieder kein Bug Max Sag mal Das weiß ich nicht Ich werde nochmal neu starten Ja starte nochmal neu Einmal neu starten Wenn du schon Wenn du schon bei Wenn du schon bei 2 Hatingens bist Tilted Tilted Schuh Wohin Darf man nicht sprinten Vielleicht bei dem Bumper Oder Ich würde sagen Junk 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 Ich bin immer drauf Gesprintet Auf den Bumper Echt Ich bin eigentlich immer drauf Gesprintet Ich bin nicht einmal Nicht drauf Gesprintet Ich beim ersten Und zweiten Mal Auch eigentlich Aber gut Chat weiß wieder besser Ja Chat weiß immer besser So ich bin wieder bei Kevin Mann ich wäre auch gern bei Kevin Kevin Ich bin so froh Wenn die Scheiß endlich vorbei ist Also wirklich Ich glaube aber auch Mein Internet Macht mir vielleicht Da auch einen Strich Vielleicht ist doch Mein Internet schlimmer Und das macht es dann halt Durch diese Buggy bei mir Vielleicht schiebe ich auch Zu viel Hass auf Forti Morti Guck dir mal den Clip Sebo an Den Channel Den ersten Den ich reingeschickt habe Ja ich kenne die Ich kenne das alles Das hast du nicht Kennst du garantiert nicht Doch doch Ich kenne alles Fünf Subgifts Du hast das noch nicht gesehen Bei mir ist schon alles passiert Wirklich alles Fünf Subs Und ich vertraue dir Dass du sagst Das habe ich noch nicht gesehen Erklär mir einfach eben Was das ist Wir können uns Subs wetten Sagst du was Nein ich bin noch Mitten im Game Ich will eine Topzeit Hier aufstellen Das hat ja gar Keine Eile Mein Pro Ja okay Den schweren Jump Wieder geschafft Der Run ist ja Geisteskrank Ah fuck Da bin ich wieder zu viel Aber jetzt ist das geil Jetzt kann ich mich Konzentrieren auf Schnell schnell Alles schnell machen Wenn ich da runtergefallen wäre Dann wäre es jetzt wieder gekracht Alter Ich bin beim Ecksprung Ich bin wieder beim Ecksprung Ab jetzt habe ich es gewonnen Ach du Keine Ab jetzt hast du gewonnen So viele Nein der ist schon wieder runter Ey der gibt es nicht Ey Max wirklich Bei was Der was denn Max geht Ey Ich guck bei Max In Streetfall Das ist ein bisschen Kappel Er kommt da Weil er sich nicht hochzieht Wann er sich nicht hochzieht Max Max hat mich abgelenkt Das Geisteskrank Wo ist Max gefallen Bei welchem Hindernis Sag mir das mal schnell Ich muss es wissen Ähm Die Superschmalen Ja Strommasten bei Junk Junction Ende kurz vor der Treppe Oh krank Die habe nicht mehr ich gebaut Witzig Ich werde dich schlafen gehen Ich muss jetzt die Abkürzung nehmen Ich sause Ich sause bis nach ganz unten Boah bis nach ganz ganz unten Scheiße Du siehst auch mittlerweile echt traurig aus Hudi vielen Dank für 10 Sub Gifts Vielen Dank 9600 Subs Wissen wir was das zusätzliche Problem ist Ich möchte da oben bei Kevin Und Paradise Palms Und den ganzen Stuff rumlaufen Weil das voll der coole Teil ist Und ich da halt so zusätzlich so voll Bock drauf hab Da einfach so Da mal rum zu klettern Und nicht das tausendste Mal pleasant Ja Soll ich dir ein Coaching geben Ich hatte es schon ne Das Ding ist halt Ich hatte es schon Du hattest es schon Ich bin halt beim Krater Dieser Jumpkrater Zum allerletzten Sprung Und nicht gesprintet oder irgendwie so Also du musst echt nur drauf sprinten Und dann Wege drückt halten Also das ist wirklich einer der einfachsten Sprünge In der ganzen Map wahrscheinlich ne Aber ich schaffe halt alle Sprünge Außer halt deinen Vettel Field Bumper Und deine Kevin Bumper Ich weiß nicht warum du mit so viel Bumper nachläufst Die einzigen die du nicht mitgebaut hast selbst Hm Ich bin halt einfach gute Mechanics Aber mit so Kratern Oder auch so Nehmen wir an Ich würde jetzt diese Schattensteine vom Würfel reinbringen Die man Die man poppt Und dann macht man hier irgendwas Wüsste ich halt überhaupt nicht Wie da die Mechanics sind Da schon stark Das kannst du ohne Braus Die wir halt nicht wissen Muss halt immer wieder raten Nur weh drücken mit oder ohne sprinten Drückst du mit sprinten verkackst du Oder ist das denn jetzt ohne sprinten Und du drückst du mit verkackst du auch Ja ne du musst eigentlich immer mit sprinten machen Weil du kannst ja Also du kannst ja nicht zu weit fliegen Bei den ganzen Sprüngen Die sind ja so gebaut Die sind ja so gebaut Dass wenn du zu weit springst Dann landest du ja trotzdem Da wo du landen sollst Du kannst eigentlich nur zu kurz springen Wenn du dumm bist Jetzt machen wir gleich den Clip Ich coache dich jetzt ein bisschen Bist du durch die Bosti an Bosti? Ja ich wollte jetzt einmal mal kurz gucken Ist dann runtergefallen Hat keinen Bock mehr gehabt Gut Ne weil jetzt Jetzt würde ich da nur noch Auf richtig schnell schnell Weißt du? Ja mach doch Ja ne heute nicht mehr Heute nicht mehr Jetzt habe ich einmal geschafft so Du hast es gestillt Sagt man da ne? Fuck Alter Der ist so schwer ne? Na den Sprung mach ich zum Beispiel Gar nicht mehr Über den Holzzaun Noch den Eck Den Eckstamm schaffen Oder hab ich es gepackt? Romatra Willst du den Tipp da haben? Ja du sprintest da dauernd durch Ja 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 aber ich das Du bist beim dritten Stuhl Sprint und nur springen Nur springen Spam so gefühlt Dann ist easy Es hört nicht auf Die Bugs oder was? Warte Warte Ist ja Sau Ihr seid im Squad Dann ist ja noch besser Geil Beide Beide brechen sie Wenigstens mein Chat amüsiert sich Dieser Bastarde Die gucken und freuen sich alter Und treten nach Wenn es soweit ist Jedes Mal Hier habe ich es letztes Mal gemacht Bin ich Wo bin ich durchgesprintet? Ähm Mr. Braunbär Könnten Sie eventuell Meine Zeit da eintragen? Muss er einschicken Du wannabe Oh geil Wannabe Ja durchsprinten ist es ne Mit durchsprinten ist es ja richtig einfach Okay ich schicke ich da morgen ein Wow wir haben es geschafft So und nächstes Ziel ist äh Von von hier von euch beiden Von G-Time und dir die Only Up Map Die will ich auch noch schaffen Easy peasy Sage ich auch In Minecraft Ja wird gegen Ende auch Die sind immer so Werden leicht am Ende Und am Anfang sind die Sau Ich kann das nicht mehr Am Anfang sind die echt hart Also die Only Up Minecraft Ist am Anfang echt Da kracht Boah ist das hier gerade krass Geht das ohne durchsprinten überhaupt? Ich weiß gar nicht Also eigentlich ja Ich glaube ich habe es auch schon mal ohne durchsprinten geschafft Ja wir auch am Anfang Wo wir die getestet haben Ja ich habe es auch heute schon mal ohne durchsprinten geschafft Aber es ist schon deutlich schwieriger Also mit durchsprinten ist schon Aber ich finde auch krass Da die Tische wurden bei mir geändert Aber oben da bei ähm Wie heißt das jetzt hier Tilted Towers Diese Tische mit den Bechern drauf Das ist genau das gleiche eigentlich Das ist echt maus und nervig Aber können wir auch ändern Aber die sind nicht so stark Ja die sind unglaublich nervig auch Aber seid ihr tatsächlich einmal runtergefallen? Auf irgendeinem Dinger kann man nicht runterfallen Naja es flutscht Man hat ein schlechtes Gefühl Aber niemand fällt runter Ja Vielleicht wenn man die Map immer wieder mal neu startet Dann Und so ein bisschen weniger Rubberbanding und sowas Ja ja habe ich auch öfters gemacht Weil mir ist gerade schlimmer Als in den letzten 30 Minuten Also davor Ja kann sein Dass es auch dann kacke wird Wenn es zu lange Bleib am Ball Ja Paradise Palms Welcome Welcome Paradise Ich bin Paradise Palms Ist voll geil Also ich Voll die Oh Da war ne Fliege Sorry Ist voll geil Nimm dein Setup nicht auseinander Für ne Fliege Sebo sag ich immer Nein 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 nicht Wow Und ich habe das endlich gefixt Jetzt wie ich mein Mikrofon Für beide PCs benutze Reichte einfach nur Ein Klinkenkabel Vom PC in Mischbold Geil Ja Ich habe da noch Zeit wo wir einfach Kein Bock mehr hatten Ich habe so ein Affenzahn drauf Und bin mental unbrechbar Dann ist echt so Das sieht gerade richtig gut aus Bei dir Die ganze Zeit schon So waren wir Letzten Runs Das ist echt Sehr sehr clean Mittlerweile Schnell und präzise Und ich bin unten Ich bin ganz unten Ich bin sehr ruhig Ich bin ganz unten Oh nein Aber warum Das ist aber dann so Flüchtigkeitsfehler Versuch doch erstmal Einmal ruhig durchzukommen Ich bin so weit oben Alter Ich bin so weit oben Das war Flüchtigkeitsfehler Sag ich wie es ist Hilf Man kann doch nur An Flüchtigkeitsfehlern sterben Flüchtigkeitsfehler Oder Oder du vergisst zu sprinten Wenn man sprinten muss Nee Flüchtigkeitsfehler Oder irgendwelche Komischen Movement Sachen Die man eingefügt hat Jetzt mal nehmen wir Noch einen Baller mit rein Mit Saugnap Wo man sich hier lang kann Nennen muss Ich will gar nicht wissen Wie oft ich an deinen Sprüngen schon verkackt habe Alter Weil ich durchgeklipscht bin Das ist wirklich clean Ja Das ist krass clean Soll ich mal die Abkürzung nehmen Ja Au Das wird glaube ich Ein langer Ja Flüchtigkeitsfehler Ja Absolut Flüchtigkeitsfehler Also dass ich darunter falle Ist echt einfach nur dumm Ich mach Ich mach Nichts Auf den Würfel wieder Auf den Würfel wieder Ich mach Samstag das erste Mal So richtig langen Street Ich kann drei Tage lang Bin ich alleine zu Hause Und kann drei Tage lang Versteht ihr das? Das ist das erste Mal In meinem Leben Versteht ihr das? Was macht deine Family? Wir waren schon im Urlaub Aber die gehen nochmal Mit Schwiegereltern Jetzt nochmal in Urlaub Zusammen Aber ich will nicht Sonst auf der Fall Warst du doch auch Drei Tage Voll am Stream Das stimmt Ja aber nicht durchgehend Ne ne Nicht durchgehend Und was ist mit der Lahnparty? Da durfte er Ja da ist ja Zum ersten Mal alleine Ja richtig Achso Und so Ich schaff's Du bist Stage 3 Deine Scheißfallen Fack mich so auf Sebo Du Knecht Stage 3 alter Das verstehe ich Was laberst du Schubel Das ist so Out of this world Peinlich Ich bin nach 5 Minuten 8 Mal da lang geflitzt Digga weißt du Was gerade Kevin reagiert hat? Na? Auf die alten Videos Von dir bei FIFA Wo wir bei den Dreier Geredet haben Digga Wie geil Ich hab mir Deswegen hab ich Schon mal angehört Was ich so Mit Stegi Bruder Ich hab mich Ja so tot gelacht Du hast mir so dumme Fragen gestellt Damals Wieso? Was denn so? Ich kann's dich Aber wiederholen Du hast einfach so gefragt Ja Ob mich ein Schwanz berührt Hat meine Hüfte Robat hat die ganze Zeit Im Mic gehabt Die haben sich so aufgeregt Was übersteuert hat Die ganze Zeit Robat Du hast nur übersteuert In dem Video Ey das war aber auch Derbe Witz Ich hab mich ganz genau Die Diskussion Und das erinnern Alter Das war wo du uns Von deinen Gangbang Ja ja Und Kevin hat sich so gedacht Ob du so ein Hammer 20 Euro Mikrofon hast Weil du so rum Also du hast so krass Übersteuert Die ganze Zeit Die Junge Ich hab mich grad so Tot gelacht Wegen der Mic Ja war witzig Also der letzte Part ist schon nochmal Stressig Aber wenigstens Kann man nicht mehr Runterfallen Wenigstens kann man Nicht mehr runterfallen Und immer links Langlaufen Wenn du da runterfällst Ist kürzer Oder dich Ich lauf wohl Du läufst jetzt Also Schubel Stage 3 Finde ich lächerlich Von dir So bist du aus Du hast Weltrekord gehabt Ich werd das morgen Durchspielen Das Ding Ja nein Wirst du nicht Ey Chef Ich hab ne neue Bestzeit Gerade aufgestellt Echt Die da wäre 24 Minuten Und 47 Sekunden Ich muss die einmal durchspielen Dann kann ich ja versuchen Zu speedrunnen Ich muss einmal durchkommen Aber dieser Also mich nervt am meisten Dieser Bug Dass ich so weggesteuert werde Der ist unnormal nervig Aber irgendwann Kannst du dagegen ankämpfen Ist einfach so Wenn du da drauf hast Dann kannst du dagegen ankämpfen Ja Kannst es halt lernen Ja 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 ich muss jetzt noch bald Mit Rocky raus Deswegen Ich werd nicht immer so lang streamen Alles klar Monte Einfach Monte Wenn man irgendwie keine Irgendwann rausgebraucht Einfach mal über den Hund wählen Naja Ich muss ja Das ist eine Uhr Ich komm nicht über Stage 3 Erstmal mit dem Hund raus Ja ja Ich komm nicht über Stage 3 Aber Rocky Boah zum Glück Passiert mir sowas hier In Paradise Palms Wenn mir das außerhalb Von Paradise Palms passieren würde Würde ich so Geisteskrank durchdrehen Weil auch hier Hat Max jeden einzelnen Sprung Mit Hochziehen gemacht Bei Paradise Palms Das stimmt Gut da wussten wir das noch nicht Richtig Das stimmt auch Ich würd's dich jetzt ändern Aber dann ist ja dumm Für die Speedrunnern alle Das geht ja Ich mein der größte Renten Auf diesem Planeten Hat's geschafft Das stimmt Und das sind 24 Minuten Und das sind 24 Minuten 24 Minuten 24 Minuten Hat das auch geschaut Die ganze Stroh schaffst Das nach 8 Stunden Nicht über Stage 0 Wie warst du's im Bruch her? Aber verständlich auch Der ist es nicht gewohnt So derbe Von Mechanics gefickt Zu werden Mein Gott Die Map ist so schön Einfach nur Ist so toll Ja Sebo ist so low What the fuck What the fuck Sebo Wie geht das überhaupt Sebo Wie geht das Wie kann man da sterben Wie kann man da sterben Wie geht das Wie weit unten Ganz unten Ganz unten Ganz unten Wie kann man denn da Überhaupt sterben Ihr den Bumper scheiße benutzt Hä Wieso So weit vorne benutzt So weit vorne Wenn dir der Bumper zu schwer ist Stell dich vor dem Bumper Und spring nur zurück Anstatt vorne drauf Versteht ihr Das ist auch so ein kleiner Trick Den ich Weiß ich nicht Rausgefunden hab Vor dem Bumper Dann Einsprung zurück Zack Na oben Auf welcher Auf wo denn Welchen Bumper denn Sag ich den nicht Ah ne du bist ja oben War das Zum Beispiel Battlefields ist das der Fall Ja Wenn du da den Da den Bumper Wenn du vor dem stehst Dann aimst du Du guckst nur nach oben Und aimst diese Windmühle an Ja ja Und dann guckst du runter Springst zurück Und dann guckst du einfach Die Windmühle an Zack Bist du drauf Nur halt wenn du Den Bumper suchst Und dann aus Versehen So links dran kommst Dann ist mir passiert Warum Martra jetzt so langsam mal Ende So wär geil ehrlich Ja ja wär geil Mach ich auch Der ist erst bei neuneinhalb Stunden Der hat noch so viel Vorsicht Ja der muss noch 16 Stunden Ne 15 Stunden 15 Ja ich spiel das Ding morgen Ich werd das morgen durchspielen Safe Warum springt er nicht ab Weil ich erst mit Rocky raus muss Ja dann geh mit Rocky raus Und komm wieder Lass deinen Stream laufen Ich lass den jetzt einfach mal In Stream laufen oder was Warum springt der nicht ab 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 Äh boxen Wie viel Uhr Bro er kommt auf einmal Das ist vielleicht schon So um 10 oder 11 Ich sag so 14 Uhr Wirst du das haben Versuch diese Ausrede Um wegzugehen 10 oder 11 Uhr Ich geh mit meinem Bruder zusammen Wie läuft boxen Ja ganz gut Also ich geh hab langsam wieder Sehr sehr gute Ausdauer Jetzt noch Techniktraining gestaltet Und dann Bist du beim ersten Heimspiel dabei Ja ne Ne ja leider nicht Ist ja schon Wann ist denn das Über Ist das nicht jetzt nächste Woche Ist das Wochenende Weiter Das wird richtig geil Am 5. machen Romatra und ich Vormittags die ganze Zeit Angel streamen Fisch angeln Ausnehmen Über ein Lagerfeuer Das ist ja Am 5. August Zubereiten Ja Ja Und dann ist abends das Spiel Geistenskranker Streamtag oder Ja geil Aber ich bin ja am 2. August Bis zum 8. August Spanien Wann ist das Spiel sagst du 5.8 5.8 Vom 2. bis zum 8 Bist du nicht da Ja 2. bis 7. Okay Da bin ich ja bei diesem Alexis Around the World Ding Around the World Okay Jungs Ich muss vieles Vieles zurücknehmen Von den Bugs und allem Was ich gesagt habe Es ist nicht Es ist nicht Es ist alles immer Mein Internet gewesen Echt Ich habe echt Also da habe ich wohl Ein bisschen zu hart geschossen Ja wir haben gerade getestet Auch ich habe jetzt gerade Ein 120er Ping 200er Ping Und ich lecke Ganz oft durch die Sachen durch Ja ich lecke ganz oft Das merke ich jetzt erst Alter Aber was ist da los mit deinem Internet Ja ich habe nur SIM-Karte Ich habe noch gar kein Internet gerade Telekom hat geschlafen Alle waren hier Techniker waren hier Der hat gesagt Das habe ich noch nie gesehen in meinem Leben Sorry Keine Ahnung Der hat seinen Teamleiter angerufen Der hat auch gesagt Ey ich habe es noch nie gesehen Ich habe keine Ahnung warum du kein Internet hast Der hat die Bauleitung angerufen Der hat gesagt Ich habe es noch nie in meinem Leben gesehen Und die Telekom Vodafone Eins und Eins Sie haben alles noch nie in ihrem Leben gesehen Ja ja Die denken sich das aus Die denken sich das aus Die machen auch gar nichts Ich habe den gezogen Ich war richtig sauer Ich war der Techniker Der kann zwar nicht zuhören Aber ich habe gesagt Ey ruf mir alle deine Vorgesetzten an Ich will wissen was hier los ist Und keiner konnte es beantworten Ich habe Nummern von höheren Stellen Interne Nummern bekommen Hab da angerufen Stress gemacht Keiner konnte mir sagen was los ist Letzten Endes haben die gesagt Wir setzen deinen kompletten Vertrag neu auf Wir fangen nochmal von vorne an Und jetzt muss ich halt warten Bis meine Leitung da ist Jetzt habe ich eine SIM-Kartenleitung in der Zeit Also all meine Legs Und dass ich hier überall durchbugge Auch durch die Wolken und sowas So richtig durch den Bodenfall Liegt doch nicht so hart an der Map Diese Bugjumps gibt es Aber es ist größtenteils mein Internet gewesen Oh mein Gott Da muss ich nochmal zurückrodeln und sorry Gut Ja Da muss ich als Teil des Entwicklerteams sagen Super dass du dir das eingestehst Und uns das mitteilst Das stärkt natürlich das Teambewusstsein Danke Das war wirklich ein bisschen zu Unrecht Alter Wo ist nicht das so hart Aber ich bin in einer privaten Lobby Warum ist das so hart Ist doch eine privat gezogene Map Da ist doch keiner drauf Warum muss die Leitung da so stimmen Abzock ich die Abkürzung Lass es Nein Lauf einfach den Teppich Dann rutsche da gleich ab Weil du eh schon sauer bist Und dann wirst du noch saurer Du gehst Warum die Abkürzung Du gehst eh nicht auf Bestzeit So Romatra eigentlich durch Sprinten ne Nicht warten Da kommen jetzt auch keine Subs mehr rein Jetzt ist Ruhe Jetzt schaffst du es aber auch mal Jetzt ist Ruhe du hast recht Ich werde es auch beenden Vorher habe ich echt gebatet und gewartet Aber jetzt habe ich auch keinen Bock mehr Wirklich Vor allem weil es so lange gedauert hat Wie wieder hochzukommen Ja ja Das lohnt sich dann auch irgendwann nicht mehr Wenn du für einen Run 40 Stunden brauchst Mein Gott Max kriege ich die Subgifts auch Wenn ich die Map schaffe Wenn man in seiner wieder da ist Ein richtiges Nein Komm Lass mich Lass mich doch Romatra ist jetzt Endstage Ja Der kann nicht mehr runter jetzt Wie findest du Die sieht schon sehr geil aus Die Endstage Wow Aber der Karton hätte nicht sein müssen Der hier Ja Der auch nicht Warum bist du so Max Warum bist du so Alter Der hier Ja Der auch nicht Der fluchst auch Der nervt Der nervt Ja War ich zu arrogant Muss ich sagen Wollte ich es dir beweisen Alter Aber es ist nicht so schwer Sevo Da flutscht man ein bisschen Ne 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 das nicht Aber das ist flutschig So Und wenn du aber wirklich Stell dir mal vor Du hast gerade Auf deinem Tacho steht Also Topzeit ist 15 Minuten 48 Und auf deinem Tacho steht Gerade 14 Minuten 50 Ja Und dann passiert dir das Junge Ich will nicht wissen Wie die dich beleidigt haben Ja ist halt nochmal Ein flutschiges Endergebnis Hier Ja Aber ist alles in allem Ist es sehr schaffbar So So Einmal kurz Ausschrecken Ne Ey Romatra hör auf Du kannst den Leuten Nicht jedes Mal 180 Euro aus der Tasche ziehen Das geht nicht Das geht nicht Verdien dir das durch Content Creation Und nicht durch sowas Romatra Ein bisschen Rosin Ein bisschen Rosin Ja Content Creation Rosin Ist das zum Alle sind sauer Ja Ne nicht sauer Ich möchte einfach Deinen Rücken stärken Dass du bald mal wieder Anfängst Romatra Ein bisschen zu zocken Auch einfach mal Ja Es gibt immer Kopfschmerzen Und sowas Ja von Rosinen Von Nasenbluten Von so einer Scheiße Müsstet ihr mir Jeden Tag 8 Stunden Rein zu Sobald der in Game zockt Geht es ihm schlecht Der muss auf Weil er eine Lebensmittelvergiftung hat Keine Ahnung Ich werde die Map Auch mit schlechten Internet machen Nur um mir die Sub-Gifftung Max zu holen Sag ich Oh ja Die werden schmecken Noch die 30 40 waren das Jetzt doch 40 Oh ja 40 Er hat bei 20 angefangen Hat dann 40 draus gemacht Geiler Typ Und jetzt sagt er aber Mit schlechtem Mit gutem Internet Kriege ich gar keine Ist das ein Wichser Was haben wir denn hier Aber ich sag du verdienst auch Ab wann habe ich es gewonnen Wie weit muss ich reinlaufen Sebe um es zu gewinnen Da hast du noch ein paar Meter Oh Oh Schlechte Verbindung Oh nein Boah ist das cringe Ehrlich Wenn man das auch noch sieht So Da ist das wirklich unangenehm Ehrlich Sehr unangenehm Leute Und er wartet immer ganz lange Äh lasst euch nicht Baten Der kann da nicht mehr runter Der kann nicht mehr runter Das ist so erbärmlich Das ist so erbärmlich Abzocke Ey Leute Der kann da nicht mehr runterfallen Lasst euch darauf nicht ein Der kann da Der kann nur noch gewinnen So jetzt 43 Minuten und 3 Sekunden Du alte Drecksau Du musst dich noch vor GG stellen Und ein Thumbnail machen Echt Machst du kein Video 43 Minuten 43 Minuten ist so peinlich Hier gehe So dann soll ich jetzt mit Content Creation weitermachen Ne Sebo Dann geh ich jetzt in Rosins rein Das ist krass Wie wir einen Gamer verloren haben Ja ja Das ist wirklich heftig Könntest du dann Ich Ja ne warte Dann muss ich Den Squad jetzt leider beenden Und nur noch Max zugucken Sorry Oh sorry Ich habe wenigstens an richtig krasse Vlogs verloren Wo du besoffen Leute auf Farookable erlaberst Das sind echt die Das sind echt die Qualitativ hochwertigen Vlogs Alter Ja warte Wir brauchen jetzt die Ruhe Wir sind bei den Lampen jetzt Ruhe hier Ist Max weit oder was Ja der ist jetzt beim Wasserturm Ich glaube ich lasse meinen Stream mal aus Vielleicht macht das auch was aus Wie aus Auf Stream willst du das Hä Nein ich lasse seinen Stream Ich habe den nämlich die ganze Zeit laufen gelassen Achso ja natürlich Hä Das hat wahrscheinlich mies Internet auch gezogen Ja sicher Und wahrscheinlich auch noch Ich bin es halt gewohnt Auf vier Streams Alle Auf vier Monitoren Alle Streams zu gucken So während die Streamer Weil ich immer so eine God-Leitung hatte Und jetzt habe ich irgendwie so eine 30.000er Download Sobald ich was downloade Muss ich off gehen Ich habe ein Fortnite Update gezogen Für 5 Gigabyte 30 Minuten off gewesen Sauber Und jetzt locker bleiben Ich bin locker Da bist du nicht Jetzt wirst du wieder gierig Ich sag's Bin ich einmal bei dem gierigen Junkpeer gestorben Bei Romatras Bei Romatras Vettelfields Bumper Und bei Romatras Ähm Kevin the Cube Bumper Quasi nur vom Bumper Keine normalen Sprünge töten mich Das ist krass Wow jetzt sehe ich Ich zweimal Der Job gar nicht Oh jetzt Scheiße ich bin gewinnt Keine normalen Sprünge töten dich Ich habe gedrückt Wieso bist du dann War das kein normaler Sprung Max War kein normaler Sprung War kein normaler Sprung Oh mein Das war kein Hindernis Frag Sebo Frag Sebo War kein Hindernis Du hast es nicht festgehalten Was ist dann ein Hindernis Wie sieht für dich ein Hindernis aus Ein schwierigerer Jump Zum Beispiel Wenn ich zum Beispiel Auf einer Kiste stehe Und einfach seitlich runterfalle Das ist kein Hindernis Wenn man zum Beispiel aus Versehen D drückt Oh es fällt Oh und das war jetzt Was war das jetzt Max Das war der Wolkenback Den zieht Okay Okay Das ist so geil Ich liebe dich Ich liebe dich so sehr Versuch Versuch mehr mit der Kamera Auch mal so Schwung Mit der Kamera Und so Also Es sieht nicht nur geil aus Ich glaube das bringt auch was Toll Also fand ich jetzt Als ich angefangen habe Damit Also mit der Maus Mit Schwung Und so zu arbeiten Ging irgendwie Ging einfacher Zum Beispiel diese Bänke Ja mit diesen Bänken Da komme ich überall Komplett drauf Ohne mich festzuhalten Das ist so geil Das war ein normaler Sprung Der Weite Und den Wolkenback Ja Die Wolkenback Die müssen wir noch Die Wolke hat einfach eine Hitbox Die einfach irgendwo in der Luft endet Ne Ja Also die Wolken sind eigentlich auch easy machbar Sag ich Einfach sprinten Und Leertaste gedrückt halten Mehr ist das nicht Dieses gedrückt halten Okay Was war das eben nochmal Was war das eben nochmal für ein Hindernis Das war doch kein Hindernis oder Was war das gerade eben Das war dieser Gastank Wo du einfach nur drauf springen musst Genau Mann ich will sehen wo Max ist Wo bist du Max Der ist bei dem Boden Der ist bei dem Boden Was gibt's für Boote so Jetzt einmal Gleich beim Baum Beim Baum Also early game Super Bist du da eigentlich Voll sprinten Und rechts an die Insel direkt packen Da hast du den Stress schon mal nicht Den Stress mag ich da Ich hab das andere probiert Das ist positiv Das hier finde ich zum Beispiel Hier so von unten ran Finde ich doof Ja okay Dann verstehe ich Oh die Fliege fällt mich einfach noch an Es ist Wie spät ist es? Das ist viertel nach acht eins Ja das ist eine super Ruhezeit Ey Max ich hab den Mottenclip gesehen Wo die Motte mich attackt hat Die fleischige Ja weil du mich getrillt hast Du hast die so lange beobachtet Bevor sie mich angegriffen hat Du hast ja locker drei Minuten geschaut Bis sie mich angegriffen hat Alter Deswegen hab ich ja umso mehr gefreut Dass sie dich angegriffen hat Ich hatte das gar nicht so geracht Du meintest so Ja ich hab sie gesehen Als sie auf sie zukommt Aber du hast sie ja wirklich locker Hab zwei drei Minuten Einfach beobachtet die Motte Klar doch Ich war die ganze Zeit da Diese grüne fleischige Motte Und du hast dich sogar vor ihr versteckt Sehro Oh Ja das ist Oh Sag ich ehrlich Was war das jetzt Was war das jetzt für ein Bug? Bumper Bumper Bug? Konzentriert ist Fuck ist der Kein Bug Ich weiß nicht was ich da machen soll Ich kann die Bumper nicht Sehro Hä einfach auf Auf die Mitte springen Mehr ist das Schnell ich oben gegen die Kante Und fall auf den Bumper zurück Nein Die Bumper funktionieren nicht Ich kann's nicht Ich hab alle Ich hab 50 verschiedene Sprünge Auf die Bumper geschafft Du redest nicht so Das kriegt gleich sogar noch Mitleid an Als Maul Also der Bumper ist ein großer Ein ganz ganz großer Gamble Deswegen wollte ich auch den Bumper einstellen Dass er höher springt Dass man da nicht auf die Winkel Der Bumper schauen muss Sprintest du die Bumper an? Nein Ja okay Dann ist er einfach nur davor stehen Einmal kurz W nach vorne Und dann bist du in der Mitte Da kann nichts schief gehen Negativ Tausendmal probiert Das ist falsch Negativ Ja aber ich mach's genau so Brückst du in der Luft dann noch Sprinten dazu oder so Ich sag dir ganz ehrlich Ich hab irgendwie Also meinen kleinen Finger An die Sprinttaste gebeindet Ich sprinte wirklich Eigentlich jeden Sprung Außer wo ich jetzt Zum Beispiel bei den Reifen Da gar nicht Aber ich hab eigentlich Immer Dauersprint an Aber ich lass in der Luft los Immer ne Aber ich sprinte eigentlich nur Ich sprinte aus Sebo Lass nicht los Oh wenn der Bumper mich jetzt Wieder nicht wirft Dann bin ich mega sauer Wo bist du denn jetzt Chunk Chunk Das ist ja am Ende Ne Jetzt kann ich schon anfangen Wenn ich den Jump schaffe Aber irgendwie Buckt der halt gerne mal Vielleicht war's mal in der Internet Mal gucken Jetzt bin ich gespannt Hä wie dünn ist deine Wie dünn ist deine Bettkante da Yo Sehr dünn ne Das ist halt meine Dings Ähm Grafiksettings Ja okay Wow Ey siehst du Siehst du Bei dir auch Die Ähm Die Dinger nicht Wie heißen sie Diese Diese Stacheldrahter Nein ich mein Reapers Ich seh die ganz leicht Siehst du ja jetzt Warte ich guck mal kurz Warte ich bin gleich Bei denen Weil ich seh nur die Umbisse von dem Scheiß Quasi Das nervt übel Also ich hab die Losen Grafiksettings Die es gibt In Fortnite Lower geht's nicht Nee du bist noch gar nicht Bei denen Ne Sind doch noch ein bisschen Ja ist noch ein bisschen Dann schau ich gleich Ich hab die losen Die aller losen Ich hab auch Performance Mode drin Und ich seh die nicht richtig Ich auch Ich hab die MIP geschafft Ja ich hab die MIP geschafft Hä wie jetzt warte Wie bei dir Romatra Ja genau so sehen sie bei mir auch aus Ganz genau so Und bei dem Komm mal Du hattest den Du hattest den Tankbug nicht Komisch Ne ne der Tankbug war bei Reapers Irgendwie nicht vorhanden Boah Reapers Da kann man eigentlich so hoch Laufen Ich weiß Ich weiß Aber man sieht's halt so schlecht Aber genau so Ich spring da auch Ich spring da auch alles Ich spring da alles Äh ich musste Ich hatte ja auf Episch Komplett das Spiel Und ich musste runter machen Damit ich ähm Den äh Der Jump Pad In Viertel Viertel sehen kann Ach du scheiße Ich bin gesprungen Warum springt der nicht Aua Aua Ja da bin ich gestern auch Dreimal Kann jetzt jemand Dieses Lied anmachen Okay I can't say Where the road comes Ich hasse Sebo Wenn ich jemanden hasse Dann ist das Sebo Ich mag dich Ich mag dich Ich mag dich Spiel meine Map Du Laro Du Drückeberger Ja aber Volker Es ist schwer Ja ist wirklich schwer Ja sag Sebo Genau mittig drauf Drück W Hat funktioniert Ja Super Hat doch wunderbar geklappt Max Ja Kein Bug Wir sehen uns Wir sehen uns Das nächste Mal Noch mal wieder Ich bin bei dir Ich bin bei dir Jetzt schafft er den Job Nicht Okay super Ruhig auf Drauf sprinten Der Baum geht da noch Zehn Kilometer weiter Hinter dem Hinter dem Laub Kurz zum gehen Der Skip ist halt krass Du läufst da einfach drauf Oder was Ich hab was für euch Ich hab was für euch Ich hab was für euch Hey hör mal Der Chef ist einfach Off gegangen Wow Ist das Assi Sagt er Wow Der ist einfach weg Sagt der Chef Ist das geil Alter Ich hab auch nicht mal Tschüss gesagt Das ist ja krass Der geht einfach weg Der geht einfach Die wollen dich nur Fallen sehen Sagt er in einem Chat Das stimmt nicht Ich unterstütze Ich will ihn fallen sehen Wo bin ich noch mal Ich unterstütze den Nächster bei gar nichts mehr Wo bin ich eben noch mal Gestorben Oben beim Gastank Ja Vom Gastank runtergesprungen Oder auf den Gastank drauf Du bist da voll mit der Fresse Gegengeflogen Du hast gar nicht reagiert So Ja Irgendwie war deine Zwölfjährigen Reflexe Kurz ausgeschaltet Ja Ich lach Ich mach mal gedrückt halten Mach mal gedrückt halten Ja aber auch dann Vielleicht Du bist halt Du hast halt dein Fadenkreuz Mittig gehalten Vielleicht auch mal Oben die Kante angucken Oder so Mal ausprobieren Ich will jetzt sehen Dass du das schaffst Eigentlich so Weißt du Weil ich weiß Wenn ich jetzt ins Bett gehe Gleich so Ich werd eh noch Dann wahrscheinlich Bis vier, fünf Am Handy sitzen Und gucken Ja es ist so schön Alter Es ist so schön Die Scheiter zu sehen Irgendwie Ich weiß nicht Wieso das so befriedigend ist Leider wird Maxi Sogar einfach vor mir schaffen Dann bin ich hier alleine Wie so ein Bastard Nein Niemals Nein Doch Der hat schon bis jetzt Ist der weitergekommen Als ich Ja Das ist aber Wegen dem Internet Muss Also sonst Anders kann ich Das will ich erklären Jetzt hab ich den Stream ausgemacht Und es läuft besser Und es läuft besser auf jeden Fall Natürlich Das stimmt tatsächlich Ja aber ich bin es so ungewohnt Einfach dass man nichts gucken kann Nichts machen kann Sollen wir FaceTime über WhatsApp Ich bin voll verwöhnt mit meinem Banger Internet Wie benutzt du Internet gerade? Also du hast eine SIM-Karte Aber wie? Die ist in einem Schnellstart Router Und die ist connectet mit meinem Router Das heißt mein Router zieht Internet aus dieser SIM-Karte Und damit ist LAN-Kabel alles verbunden Damit es überhaupt geht mit dem LAN-Kabel Aber es ist halt 30.000er Download Ist halt nichts Aber hast du mal Hast du mal einfach so Ein mobiles Setup probiert? Also einfach mal Dein Handy quasi angeschlossen Über Tethering? Das ist besser als Als Handy Diese SIM-Karte 30.000 klingt aber richtig scheiße Ja ja Ist halt 50er Ping Aber 30er Upload sogar Der Upload ist gut Was hast du mit deinem Handy? Wenn du mit deinem Handy Jetzt den Speedtest machst Wie schnell ist das dann? Ist das eigentlich easy? Weiß ich nicht Mach mal schnell Aber die haben mir garantiert Ja aber das sind die Telekom-Techniker, Bro Die haben dir auch garantiert Dass du Internet hast Wenn du einziehst Ja das haben die echt So als was ich meine Das haben die so garantiert Alter Da bin ich so Vollerwartungen hierher gezogen War so Jetzt kommen die Banger-Streams Aus dieser Banger Aus diesem Banger-Room Und alles ist saugeil Das ist typisch hier Per SIM-Karte Alter Aber selbst wenn Wie soll ich denn Hotspot machen? Romatra Wie soll das gehen? Du kannst dein Handy Über Was hast du für ein Handy? iPhone Müsste aber trotzdem gehen Ähm USB-Tethering Da steckst du dein Handy In dein In dein PC rein Und dann nimmt sich dein PC einfach direkt Das Internet von deinem Das geht Einfach vom Handy USB Zieht er sich Internet Vom Handy USB Zieht er sich Internet Ja das funktioniert So hab ich auch lange Zeit gestreamt hier Als ich Probleme hatte Das ist geisteskrank Lief damit oder das? Ja Hast du gut zocken können Der Faceshooter und sowas? Ja ja Was echt? Mach mal ein Speedtest an deinem Handy Und du kriegst genau den Speedtest Von deinem Handy Kriegst du an deinem PC halt Also klar wenn du jetzt scheiß mobiles Internet bei dir hast Wo macht man am Handy einen Speedtest? Oder gib Speedtest bei Google ein Macht er den genauso wie am PC oder was? So wie ich noch nie am Handy gemacht habe Ja ja Gib einfach Speedtest ein auf Google Und nimm den ersten Link Das ist dann nicht dieser okler Scheiß Sondern das ist so ein Google Speedtest Der ist eigentlich auch sehr sehr Okay das ist okler Aber ihr müsst schon dann einen Raum runter gehen jetzt Ne das ist ja jetzt hier Was ist das denn hier? Ist der komplette Loser Warte mal ganz kurz Das ist kompletter Also das ist wirklich Der ist 05 im Namen Wann ist man da? Wie alt ist man dann? Ich hab 166er Download auf dem Handy Wie geht das? Weil du 5G hast Dein Handy hat ein 5G Modul Ach Das ist wahrscheinlich Der Scheiß den du Der ist 18 Chris ok sag schnell Was gibt's ab? Was steht an? 166er Ich hab 186er Upload Er sagt der muss dringend was diskutieren Er beleidigt alle als NPCs und unehrenhaft Er muss dringend was diskutieren Wow Ist das wirklich vom Handy? Der ist 18 Ich schwöre es dir Ja aber was brauch ich dafür Dass das am Nichts Du gehst hier Go to your iPhones On screen settings Look for a personal hotspot General Tab on personal hotspot Aber hast du ein Kabel Einfach durch das Ladekabel dran packen Oder was? Ja einfach das Ladekabel Damit zieht das Internet Damit zieht das Internet Das ist crazy Aber es funktioniert Das muss ich mir angucken Habe ich hier im Chat totale Meinungsfreiheit Wenn ich keine Person Religion angreife Oder diskriminiere Sonstige unangenehme Redensarten verwende Permaband Wow ja Das fragt immer erstmal Das fragt Das ist immer erstmal so Das ist immer so So geht es auch immer los Ich bin kein Rassist Aber Und dann kannst du schon sagen Jo du bist ein Rassist Tschüss Leck mich Hat der ein Permaband kassiert So fängt jeder Rassist immer an Die denken auch alle Man hat irgendwie So Meinungsfreiheit existiert Irgendwie in Twitch-Chats Das ist auch einfach Ist gelogen Gibt es nicht Jeder Jeder kann seinen Chat so moderieren Wie er Bock hat Wenn ich Bock habe Dass nur linke Bazillen In meinem Chat unterwegs sind Dann sind nur linke Bazillen In meinem Chat unterwegs Ja der Typ ist einfach dumm Der ist gleich wieder einer Der hier rumdiskutieren möchte Dass irgendwie Muslime schlecht für Deutschland sind Oder so eine Scheiße Es gibt solche dummen Dreck Es gibt so richtige so Kleine Kinder-Nazis einfach So eine Scheiße Oh aber die AfD ist doch gar nicht so schlecht Das stirbt mit den Boomern aus Und dann gibt es einfach so Dann gibt es so 15-jährige Rassisten Im Jahr 2023 In fucking Deutschland Krass Das ist so dumm Alter Jetzt kommen wir alle noch Jetzt kommen wir runter Ausrufe zeigen Prime Ich finde das geil Ich finde das geil Ich finde den Modus von Max Aber wann endet das denn Wann endet das denn Ja wahrscheinlich Also das endet mit guter Bildung Wenn du wirklich Wenn du wirklich Ganztagesschulen hast Wo jedes Kind Dieselbe Bildung erfährt Dann wird das schon Krassisch reduziert 100% Können wir irgendwie Geile Sachen reden oder so Ich finde das ein interessantes Thema Würde mich auch Max Deine Meinung nach Bei Sebo als Familienvater Ist aber schwierig Er ist betroffen Aber Ganztagesschulen Wäre doch auch gut für dich Oder Sebo Das ist doch auch gut für die Eltern Die Sebo Ist doch geisteskrank Alter Ich habe gar nicht zugehört Bei solchen Themen Schalte ich immer voll ab Oh Mann Sebo Das sind doch wichtige Wichtige Themen Nein Mann Ja dafür seid ihr dann da Da brauchen die bei mir nicht Da haben wir Nerven Geht denn Rassismus gerade zurück? Nein Faschismus ist auf dem Also Rassismus Keine Ahnung Aber Faschismus Ist auf jeden Fall Wird mehr Guck mal Ich habe wieder einen Bei dir im Chat Ich weiß Darf ich mich einmischen Aber schreib schon wieder Einer besser als Grüne Nein die AfD ist nicht besser als Grüne Das geht gar nicht Die haben einen actual Nazi Es ist so krass Aber ich will mich auch In deinem Chat gar nicht Das musst du mit deinem Chat klären Jetzt müssen wir die Fresse halten Jetzt muss Max mal Jetzt sich zusammenraffen hier Da ist eigentlich nur Sprinten Leertaste gedrückt halten Mehr ist das nicht Max Du machst Show Alter Ab mit dir auf TikTok Yo Oh mein Gott Ach du bist Also jetzt ehrlich Das ist doch kacke Ja ehrlich Ich falle Ja du fällst ganz tief Ganz tief Ja aber wo? Direkt vorm Bumper Ne also das ist wirklich Das weiß ich nicht Wo war ich denn? War ich schon in den Lampen eigentlich? Sobald ich runtergefallen Weiß ich nicht mehr wo ich war Was ist das? Du warst Vor den Schirmen noch Bei den langen Sideboards Oder wie kacke war Oh ja Da kommen direkt die Schirme Da bist du nicht gesprintet Und bist nicht bis dahinten dran gekommen Da ist eigentlich Da muss man nicht anhalten Bei diesen Sideboards Sprinten Und ey Das war Das war kein Das war einfach Ein Leertaste Ich mach mal einfach So einen Sprint Oder einen Sprung Einfach so Wenn ich gar nicht will Oder manchmal Ich auf was drauf lande Drück ich einfach An Leertaste Einfach so Und dann fetz ich halt Geisteskrank hinten runter Weg Ja okay Das hab ich dir auch noch Ohne Rettung Ohne Rettung Ich könnte jetzt noch was Fressen eigentlich Ne Ich hab heute wirklich Wieder so 8000 Kalorien Zu mir genommen Boah ist das ekelhaft Was ich heute gegessen hab Das ist so ekelhaft Damit hab ich Das Zelfen Was ich heute eigentlich So richtig verdient Mal so lange nichts essen Ich hab gar nichts Ich hab ein bisschen Bolognese gegessen War Sport machen Oh Und das war es eigentlich Mehr nicht Verfickte Scheiße Nach 10 Stunden Lässt die Konzentration nach Aber ich bin jetzt auch Noch nicht müde Dass ich pennen kann Ich werde es hier glaube ich Einfach noch 3 Stunden Rumdümpeln Und es nicht schaffen Die Fliege Wieso geht sie nicht pennen Junge Das sieht genauso bei mir auch aus Gleich krieg ich sie ja eines Tages Nein Ich hab sie ganz doll berührt Aber nicht bekommen Jetzt ist sie auch bei mir Auf dem Tisch Darauf krieg ich nicht Die ist einfach hochentwickelt Diese Fliege Die kommt Greift an Und ist dann direkt wieder weg Was hat die denn davon Auf die Menschen drauf zu gehen Kurz Eine Sekunde Die saugen da noch nicht mal was Weißt du Doch Die beißen doch Und dann Oder Also Fliegen beißen Bro du hast eine fucking Bremse Bei dir in der Bude Nein Fliegen beißen Yo Sind ihr im Rüssel Ja Ey Chat Beißen die Ja nein Die fliegen beißen doch Was piekst denn dann da immer im Arm Wenn die drauf sind Die pieksen doch nicht What the fuck Doch Der zwickt immer so kurz Digga du hast eine Wespe Bei dir im Zimmer Die sticht die ganze Zeit Ja die Kitzeln Wahrscheinlich Kitzeln die Nein Bro das ist auch fliegen Beißen Das ist eine 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 Die hat dich gestochen Mann Dein ganzes Gesicht ist Angeschwollen Nein Mann Hä Die kacken höchstens Was Da zwickt die dann immer so Die Kacke sticht Die Fliege zwickt bei dir Ja die landet und dann ist Immer so ein kurzer Zwicker dann Das würde die einmal kurz Mal Warte Jetzt sitzt sie auf meinem Mikrofonarm Das ist eine ganz normale Fliege Die macht gerade ihre Augen Sauber Denkt sich Jo Nächster Angriff ist gleich Boah habe ich mich gut gerettet Oh mein Gott Sebo es ist raus Es ist raus Es ist raus Ich bin in der Endlusschleife gefangen Oh nein Es ist raus Die Fliege legt Eier unter deine Haut Ja und dann sind da Maden Gibt es das? Merkst du das nicht Und dann Hoffentlich Passiert das bei Seven vs. White Musst du mit deinem Brostigen Messer dann ausschneiden Oh Madra Da kommen Maden aus deinen Nacken Ohne Witz Die würden wir essen Ich wollte gerade sagen Ich würde die direkt essen Die sollen direkt von meinem Nacken In meinen Maul krabbeln Junge Jetzt macht er Witze drüber Ich will nicht so weinen sehen Also ich werde wahrscheinlich Wahrscheinlich werde ich weinen Max Du musst mich dann täusen Warum weinst du denn? Was? Ich werde dann nicht weinen Ganz schrecklich werde ich weinen Warum weinst du denn? Du darfst nicht mal ein bisschen weinen Oh nein hör auf Du hast das Maul so aufgerissen Oh nein Ja aber sag was ich gesagt habe Dass das gar nicht so leicht ist Und dass wir alle 14 Tage schaffen Körperlich Also wenn du zuhört hättest Dann wüsstest du es Finde ich assi Ich habe gesagt Körperlich schafft das Sollte das jeder Mensch schaffen Würdest du da widersprechen? Hä aber du hast Max dabei Da ist kein Grund zu weinen So ihr seid zusammen Du hast dich bei Nein aber würdest du da widersprechen Max? Dass es körperlich jeder schafft? Ja Das hat ja sogar Otto gesagt Das ist sogar Ottos Meinung Sag ich nein Sagst du nein? Weil Was soll passieren körperlich? Du bist einfach Im Arsch Ketogrippe komplett Okay Zwei Tage Fieber Ja In der Zeit wirst du nass Du hast nicht genug Kraft Weil du Fieber im Arsch bist Wieso wenn ich nass? Ja aber du machst doch Feuer Hä? Was ist mir das auch passiert? Na gut Dann sind wir am Arsch ne? Was ist das denn für ne Ausrede? Du liegst einfach gelähmt die ganze Zeit bei uns im Shelter Und dann mach ich alles Und dann sagst du das kann jeder schaffen Oh das ist so verdient Ja da war auch Auf Wiedersehen Oh man Auf Wiedersehen Max Das ist so geil Das tut schon weh Habe ich mich verlaufen? Fuck ist hier die Falle? Hast du so Angst vor der Sprint-Taste? Oder Ich verlaufen Oh der hat sich verlaufen Im Labyrinth? Ja Oh hast du nicht vorher noch gesagt? Hier wie lost die Seite Ich bin von der Seite reingekommen Oh ja Juhu Ja aber jetzt nochmal Zum Thema Fahrrad Da müssen wir auch so diese Schmiercreme Für den Hoden und für den Arschhoden oder nicht? Also du kannst dich so einschmieren wie du willst ne? Ich stell mir 80 Kilometer halt krank vor Wollen die jeden Tag Back to back to back Ja Aber so ne Fahrradhose wär nicht doof Dann auch mit Die chilligen Räder Aber meinst du sind die so chillig zu fahren? Ich glaub du hast Die sind 10% anstrengender Aber dafür Musst du halt nicht die ganze Zeit So links und rechts Du kannst halt bei nem normalen Fahrrad halt hinfallen Naja Ich hab jetzt so zwei Also da musst du dich schon mal anstrengend Im normalen Fahrrad jetzt Oder? Ich nehme Du musst halt trotzdem links und rechts lenken Das kostet auch andere Energie Pass mal auf Ich nehm einen Abschleppseil mit Falls mal einer nicht kann Dann zieht die ganze Truppe Ich hab auch noch ein Abschleppseil Aber ich weiß gar nicht woher von Ich glaub ich hab das von der Rollertour damals Wir haben mit der Rollertour Nein, nein Wir haben einmal Wir haben einmal Einen Zuschauer gefragt Ob der ein Abschleppseil hat Damit ich Mit meinem Roller Mit meinem Roller Hab ich dann glaube ich Chef Strobel abgeschleppt oder so Weil meiner irgendwie mehr Sprit hatte Und Chef Strobel hatte kein Sprit mehr Und dann musste ich mit dem Abschleppseil Chef Strobel hinter mir herziehen Das hab ich noch Ich hab letztens den Rucksack Von der Rollertour ausgepackt Und irgendwie so Wieso hab ich denn hier Einen fucking Abschleppseil Das ist nicht meins Hab ich mir gedacht Ist von dem Jua noch Ist noch vom Jua glaube ich Aber das Wenn jemand abkackt Dann müssen wir ziehen Wow, der war krank Hast du den gesehen, Sehu? Der wär out of this world gewesen Der wär krass gewesen, ne? Ja Und darunter gefallen wär's? Nee, wie ich gebounced bin Boah, ja Ich kauf mir so ne richtig schöne Enge Radlerhose So ne richtig schöne Enge Radlerhose Guck mal, dass ich den Schlong So schön durchsiehen Ist das dann eigentlich Toss? Ja, ist Toss Ja, schade Okay Und schon wieder Der gleiche Fehler Also wirklich Also ja Also wirklich Und wieder rein Wieder rein Nichts kann mich brechen Ja Ja Vaseline Ja Gibt's einen schwierigeren Jump Als diese Triple Jumps Bei Junk Junction? Ähm Triple Jumps Triple Jumps Bei Junk Junction Diese Diese Container halt Diese gepressten Autowürfel Da wo der letzte So richtig mit Speed muss Ist schon einer der schwersten Ja Ist schon einer der schwersten Ich würde Der Egg Jump ist auch schwer Äh Aber den Der ist Der Dieser Triple Container Jump Fickt dich halt komplett Ne? Wenn du den nicht schaffst Ja, der bringt dich komplett nach unten Ja, der bringt dich komplett nach unten Deswegen Also ich glaub Der Egg Jump ist vielleicht schwerer Aber dafür kannst du den halt 20 Mal probieren Innerhalb von 5 Minuten Also ich nimm halt den Anlauf Direkt von der Von dem ersten Schrottwürfel Mach ich auch Ich bleib niemals stehen Bleib nie stehen Aber entweder Ich spring gar nicht ab Oder ein Ticken zu früh Der ist echt hart Das ist so mit Abstand Der Schwester Jump Den ich bis jetzt gemacht hab Auf jeden Fall Oh mein Gott Habt ihr's gehört? Oh mein Gott Ich hab's gesehen Ich hab's nicht nur gehört Aber hab's auch gesehen Habt ihr auch gehört? Dass ihr auch bei der Wolke Mich nicht gegriffen habt Ne, ne Ich hab's nicht gehört Ich hab's nicht gehört Ich hab's nur gesehen Du hast dich zweimal so So Alibi hochgezogen Du hast zwei so Alibi hochzieher gemacht So Jetzt Back 3 Back runterfallen Bei diesem Triple Jump Back to the ground again Langsam Stopp Ich hab's geschafft, Alter Ja Kannst du eigentlich auch noch anhalten Auf den letzten War das jetzt ein Flüchtigkeitsfehler Oder war das ein Bumper Bug Oder was war das jetzt im Moment? Echt? Bumper immer Bumper Ich weiß nicht, wie ich mit dem Bumper weiterkomme Ja, ja, definitiv leichter, ja Oh mein Gott Ich weiß nicht, wie ich mit dem Bumper weiterkomme Aber bei allen Bumpern auf dem Map Die haben alle dieselbe Mechanik, ne Ich hab schon alles probiert Was mir in den Sinn kommen könnte Oh nein, das klingt so weinerlich Ich hab noch nichts erschlossen Ich hab schon alles probiert Ich liebe mein Nix Wie lange hab ich sie gespielt? Ich hab sie einmal sechs Stunden gespielt Dann beim Üben wahrscheinlich fünf Okay Zum Beispiel bei meinen Passagen Und jetzt nochmal zehn Oh, das ist noch über zehn Stunden Ey Reapers, hast du mal ausprobiert mit dem Handy? Das interessiert mich jetzt Weil ich hab's noch nie mit dem iPhone gemacht Ähm Reapers, hör auf Nein, 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 kann ich ja jetzt Mach ich nach dem Stream Aber ich muss mir angucken, wie genau das geht USB-Teethering heißt das scheinbar Irgendwie so Ja, genau Aber die Leute sagen, du hast massiven Paketverlust Wenn du das machst Ich hab damit schon über Tage hinweg gestreamt Wirklich Also ich hab jetzt vielleicht nicht Ist das gewollt, dass man da nicht drauf landet, Sebo? Da ganz oben? Jaja, du musst da unten Und jetzt wieder hoch Das übel Anze Wenn's jetzt geht Ja, geht, okay Glück gehabt Das ist tough hier Ja, da musst du auch genau da Du musst die Kante Achso, du bist noch live Ja, du bist auch offline gegangen Ich? Ja Nee, Quatsch Ich bin nur der irrelevantere Stream Verstehst du? Wow Hast du nicht gemeint Ach nee, Chef Strobel ist aufgegangen Ne? Wow, so hörst du mir also zu, Ruth What the fuck? Du hast gerade Chef Strobel mit Reapers verglichen Chill mal Warum? Warum hält er sich nicht fest? Lacho Halt einfach leer Ach, äh, ja Springtaste gedrückt Sorry Alles gut, Sebastian Mir geht's gut Äh, sag mal Ähm Jetzt Fahrrad, ne? Ja Kann ich da Kann ich mir auch einen eigenen Sattel noch holen? Und den dann umrüsten vor Ort So ein bisschen Tuning machen? Musst du Ja, okay Das sind 3000 Euro Räder Muss eigentlich was ordentliches drauf sein, ne? Mhm Jedes Fahrrad ist so teuer wie ein scheiß, äh, Auto Und ich musste dafür einen neuen Stück kaufen Stabil Du hast nicht zufällig den Namen von dem Bike, oder? Ja, du musst einfach eingeben, ähm Dreirad Mhm Zwei Räder vorne Dann kommt das direkt, das Blaue Das gibt's nur ein Modell auf der Welt Die werden auch nur Die werden nicht mal in Deutschland verkauft sondern in Dänemark Wir haben auch nur mit dem Händler gesprochen Und er ist der Einzige, der sie verkauft Und er verkauft davon so wenige Also er verkauft davon quasi gar keine Das ist wirklich nur für Leute, die Ja Super Rentner sind Da ist sogar ein Korb dran Und Schaden im Mittelgehörgang Im Gleichgewicht sind Und den Schaden haben Weil das sind halt Fahrräder Dass du nicht hinfallen kannst Du kannst dich hinfallen Dass du kein Gleichgewicht sind hast Warte, da ist auch nicht Korb dran Reapers, ich habe es gesehen Ich habe es gesehen Geht's nicht, oder? Nein, du wurdest in den Arsch gefickt gerade Das hat nichts mit dem Geht nichts zu tun Du wurdest einfach gerade Wo ist der denn? Er war bei Kevin Jetzt ist er wieder bei Chang Ich hab das E-Bike Therapeutisches Elektro Dreirad Ne, das ist es nicht Hä, die sind alle Dreirad Das sind alle Dreiradmodell zu Hause Orthopädische Elektro Dreirad Die sind alle Elektro für 3000 Die blauen mit dem Korb dran Die sind nicht elektrisch Von welcher Firma holst du die, Max? Ich weiß es nicht Wäre nice to know it Wäre gut zu wissen Weil hier steht alles Elektro Die Dreiräder Ich habe eingegeben Dreirad, zwei Räder vorne Hier sind blaue Ich kann nicht mehr, Jungs, Alter Boah, die sind elektro Aber das war, glaube ich, ein bisschen skillish, oder? Ja, ja Kann sein Kann sein Also bei Kevin Elektro, Digga, verarsch mich nicht Ja, da steht Elektro überall dran Hier 3162 Euro Das wird auch elektro-schwierig Ja, du redest einfach die ganze Zeit In meine Sätze rein Was denn? Sonst beschwerst du dich erstmal gar nicht mit dir redet Hä, gar nicht Natürlich, ey Nein, nein Victor, nein Nein, nein Ihr wisst, hä, wollt ihr wissen, wie die Räder heißen, die Max geholt hat? Hä? Hier steht orthopädische Kacke, alles Elektro Ohne Elektro ist rot Ja, ich frage, ich frage Ich frage Könnte Ufi fragen, ja Ja Ey, diese Arcadian-Hintergrund bei dir ist auch mega cool, Reapers Die hab ich jetzt noch gar nicht gesehen Die Mortal Kombat-Maschine, meinst du? Geil, Alter Die ist geil Boah Boah Haben wir Victor van Raam Ist es Victor van Raam? Ich guck mal Nein, also hat er nicht geschrieben, aber Die sagten, das könnte gut möglich sein Van Raam Fickspin spielt Fortnite, aber nicht die Map Jetzt gerade? Wer? Raam Fickspin Ist bei der Rollertur auch dabei, wie geil Also hier ist das, was du sagst, was blau, Dreirad, dann kommt hier ein Elektro, ehrlich für drei Ja, ja, kann auch sein, dass es nicht blau ist Hat das vorne zwei Räder oder hinten zwei Räder? Ja, was wohl, was wohl Was ist das hässlichste Gefährd der Menschheit? Vorne ist hässlich Gut, gut, gut Hinten geht voll, finde ich So wie so ein Trike, aber vorne ist ja Vollausfall Was? Victor Dreirad Ja, wenn das Strom ist, dann musst du ja, hast du ja noch ganz andere Sachen jetzt auch Also die sehen wirklich richtig scheiße aus Also die sind wirklich, aber das ist ohne Strom, was ich hier hab Echt? Ja, Victor Dreirad, google mal einfach nur Victor Dreirad, hier ist kein Motor verbaut nirgends, oder? Und ich falle, Sebo, ich falle Ich falle Oh Mann, Mann Wie tief, wie tief fällt so? Sag's mal Immer nur so ein paar Meter, so ein paar Meterchen Wo bist du? Mit dem Ding können wir auch nicht 80 Kilometer am Tag fahren Das kann's nicht sein, Max Das geht's nicht Das geht nicht Wir fahren einfach im ersten Gang gefühlt auf Schrittgeschwindigkeit Wir müssen es nicht schaffen Ja, aber wir können damit auch nicht Offroad und nichts, ne? Ja, machen wir auch nicht, hä? Wieso Offroad? Ah nein, doch, hat durchschnittliche Reichweite Standard-Akku Hat nen Akku, sorry Ja, ich muss in sieben Tagen da aber zurück sein, ne? Ja, okay, wenn wir überziehen, ist nicht schlimm, ich komm ja eh nicht zurück Die haben doch nen Akku, ich hab gelogen Ich glaub auch, aber ich hab gefragt Bin ich mal gespannt Wenn ja, was steht da an Reichweite? Hier steht Reichweite mit dem Elektro-Akku-Stand hier Was macht der denn, hä? Ja, wow, du bist so nervös Wie, bitte? 50 bis 70 Kilometer Wow, okay 30 Kilometer ist 30 Kilometer im Kilo im Gepäck Ja, so viel wiegt der Akku Aber das ist ja nicht schlimm, oder? Aber wenn der Korb da dran ist, Junge, der ist ja Premium Warum denn? Ja, brauchst du keine Satteltaschen holen Kein Rucksack Bei mir ist kein Korb Bei mir ist kein Korb Ich hab so nen Blauen gesehen mit Korb So richtig hässlich noch Zwischen den beiden Rädern vorne noch so ein Korb Das Ding ist, das ist echt nen Fahrrad Und die haben das Gefühl tiefer gelegt vorne das Fahrrad Das ist, was ich nicht verstehe Du kannst damit nicht über nen Stein drüber fahren Weil du instant das Metall zerstörst, was da unten dran ist Für mehr Stabilität für alte Rentner Also nach 7W ist wahrscheinlich mein Todesurteil Wenn wir 14 Tage durchhalten in 7W ist soweit Und danach fliege ich nach Hause und hab meine Ach du Kacke Du kannst auch aussteigen, dann übernimmt Chef Strubel die Schicht für dich Ne, ne, ich will auf jeden Fall machen Aber das wird auf jeden Fall der Tod, ne? Er spricht gegen normale Fahrräder Die sind nicht so hässlich Ja, da ist echt noch vor, dass das hässlich ist Aber wenn er dann ist, dass Damit fahren wir zu 9 Damit zu 9 Boah Fahrradtasche, muss er alles holen I give it all up for you I give it all up for you Und schon mal vor, neun Leute hintereinander Mit so einem hässlich Sind auf jeden Fall die geilste, geilste Gruppe Ja, wie macht das eigentlich dann Adam, wenn er, wenn er dann, äh Mit seinem ganzen Setup, wie fährt er denn eigentlich? Ich glaube, der, der, der nimmt ein Elektro-Bike Geil Okay Wissen wir aber noch nicht So geil, wie er auf dem Basketball-Korb klettert Weil er sich sozusagen selber dankt Aber das Geile in so einer Fahrradtour ist, dass man halt, wenn man wirklich so einen Koffer hat, dann kann man alles rein tun, ne? Koffer Koffer? Da tu ich mir alle meine Gegenstände rein Portemonnaie Portemonnaie, ja und dann einfach alles kaufen Oder Max kaufen lassen Aber wollen wir, wollen wir mit Guck dir das an, äh, guck mal Ich war gerade bei Max, sorry Ich war bei Max Oh nein, er fällt auch wieder Also ehrlich Das ist kein Sinn, warum ich gefallen bin Das ist kein Sinn einfach Das ist kein Sinn Es muss keinen Sinn machen, wie man fällt Äh, warum? Warum musste ich denn da jetzt falsch? Seit 10,5 Stunden, seit 10,5 Stunden spiel ich diese Map, das ist ja so krass Ich mach jetzt das erste Mal die Tri-Max-Abkürzung, hat nicht geklappt, schade Alter Schwede Ich hab doch hundertprozentig die meiste Spielzeit auf der Map, oder? Stimmt, das ist einfach Sevos Main-Bike Der tut die ganze Zeit so, als würde er es nicht kennen Ich hatte so ein Verarber mit hinten, so Elektro, äh, E-Bike dann irgendwann gegen Ende vor meiner Ausbildung Als Postbot hatte ich so was Junge, die sind, äh, ganz krank zu steuern, Alter Aber war trotzdem geil Ist ne gute Frage, nach Kanada müssen wir ja auch gar nichts mitnehmen, ne, eigentlich Oder ganz wenig halt Wir sind halt irgendwie noch 3 Tage vorher da, 3 Tage danach, also schon ne Woche weg Ja, ich werd mir einfach Schlafanzuklamotten anziehen Ich werd in allen Meetings, werd ich einfach mit meiner Schlafanzugroße sitzen Ja, da ist die Frage auch, pennen wir draußen, pennen wir drin Ich fänd draußen pennen eigentlich, glaub ich, dann ganz cool Oder, man weiß nicht, wie cool ich das dann noch find, aber Wir brauchen halt ganz gut Energie Das Ding ist mit so nem geilen, wenn du wirklich so Clamping-Equipment mitnimmst So ein geiles Zelt und so ne geile Iso-Matte und alles übelgeil und übelbequem Dann ist draußen schlafen, glaub ich, gar nicht so schlimm Ja, aber 80km Fahrradfahren unterschätzt das nicht, ich schwör, dann ist... Ja, da ist ein guter Schlaf wichtig Ja Wir versuchen... Wow! Das war die perfekte Leertastedrückung Nein, nein Oh mein Gott Zeig mal wie weit? Zeig mal wie weit? Zeig mal wie weit? Ganz gut? Ja, ne, nicht ganz Hier fall ich hin Sicher? Das war die perfekte Leertastedrückung, da hat's mich erwischt Da hat er's mich erwischt Wirklich, da hat's mich erwischt Das stimmt Ach, wollen wir dann einfach jedes Mal ins Hotel reingehen Abends dann, oder was mit den Fahrrädern? Oder was ist der Plan? Ja Okay Abkürzung nehmen, nur das kann mir... Und dann wird's gesoffen! Auf gar keinen Fall Ja, okay Und wir sausen, Sebo, wir sausen, wir sausen Ja, natürlich sausen wir, weil du musst wieder Eier zeigen Wir sausen Hättest du das geschafft, hättest du mich wieder getrasht, was ist das? Sause, Sause, Sause Nach 14 Stunden sind wir zusammen Eat Real Jacuzzi und Dekulein 80 Kilometer das nächste Mal den ganzen Tag hat Ja, geil, stimmt Wenn man seit 8 Jahren im Stuhl sitzt Ich kann nicht mal 3 Kilometer laufen Und dann fahren wir 7 Tage ineinander 80 Kilometer Hoch, runter, hoch, runter Ey, was haltet ihr von, dass Twitter nicht mehr Twitter heißt und einfach X Jopft mich nicht Gar nicht? Nö, ehrlich nicht Mich auch nicht, das ist immer witzig Ich hasse Twitter Die Leute sind ja immer so komisch Was hast du denn jetzt gemacht? Warum rinnst du so? Warte, da muss ich jetzt mal Du bist komisch, du hörst ja einfach den Fall Sound einfach so an, weil du den magst Das hat mich noch nie so aggressiv gemacht, jetzt noch 10,5 Stunden nochmal runter zu fallen Aber dachtest du heute, als du gestartet bist, okay, ich schaff das jetzt easy? Ja, dachtest du schaff Ich leide mit dir Dass du es noch nicht geschafft hast, find ich krass, Freakost Ja, Digga, also ehrlich Klar, klar, du wirst die ganze Zeit von irgendwelchen Sachen gefickt Aber trotzdem, weißt du was ich meine? Wie trotzdem? Nee, nee, ist nicht Ist nicht Zielt nicht Hast du die erste Vollgeist-Map gemacht, Ruth? Nee, nee, gar nichts, gar nichts Aber mach ich vielleicht noch Das wäre, glaub ich, ganz cool Die hab ich nämlich gerockt, also insane fast Ich glaub jetzt, die würd ich jetzt auch, glaub ich, easy schaffen Insane fast Fast Habs nicht geschafft, nur fast Welche Vollgeist ist das? Die, äh, die du gebaut hast Hä? Die Vollgeist-Map, die du gebaut hast Die erste Nein, was? Warte Nein, nein Du hast Vollgeist gesagt gerade Äh, Only Up, sorry, sorry Achso, achso Ja, Only Up hab ich geschafft, ja Die war, die war einfach Ja, aber auch fast Also richtig schnell So Speedrun-mäßig Nee, das hab ich nicht gemacht bei der Oder meinst du, meinst du das originale Guck mal, da hat's grad wieder gemacht, ich hab's gesehen bei dir Das originale, genau Das originale hab ich, glaub ich, am schnellsten in 35 Minuten oder 40 gemacht Glaub ich Ja, wie lange insgesamt hast du da angesessen, weißt du was noch? Gut Gut Vielleicht 20 Stunden oder so An der ersten, warte, jetzt lauerst du doch An der ersten Fortnite-Only-Up-Map Ach, Fortnite, nein 5 Stunden vielleicht Nee, da war der schnell Ja, da war der schnell Warte mal, an normalen Only-Up hast du 20 Stunden gesessen, jetzt lauerst du doch Ja, ich hab halt viel gespielt, ich hab auch mal, ich hab halt auch viele so Ja, da hat er diese Challenge gemacht Ja, ich hab auch Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ja, okay, okay Hat sich dann gezwungen Hat er ich da für ne Zeit? Ich hab gemolken, ich musste ein bisschen melken, okay Ja, ist okay Ein bisschen melken Ich war kurz hinter Chef war ich mit meiner Zeit Aber da hatte ich auch keinen Bock mehr zu handen, das war mir zu doof dann Also im normalen Only-Up Da war ich bei Boah, 29, 30, ich weiß das nicht mehr Okay, dass diesen Part, den wir hier machen So krass viele Leute nicht schaffen, finde ich wirklich beeindruckend Die, die meisten, die meisten Leute, die die Map spielen, kommen hier nicht auf dieses Jump Pad Ja, ich sag wie es ist Ich geh mir jetzt ne Public Lobby anschauen, wie geht das? Das hab ich noch nicht gemacht, ich hab's jetzt geschafft Ja, einfach öffentlich suchen Aber ich bin für den Vorschlag, dass wir da echt mal machen, dass die Map nochmal also einfacher mit Ne, so saveren Spots ist Und ein paar extra Kisten oder so zum Schaffen Die Bilderrahmen vielleicht wieder breit machen Um dann zu gucken, ob die Leute da vielleicht mehr Bock drauf haben Einfach auf öffentliches Match untersuchen Ja Und vielleicht irgendwie reinjoinen direkt in der Lobby, die besteht Ja, ja Gehenst du da etwa? Ja, okay, gern Ja, schwach einfach Ich geh auch gleich schlafen So, ich geh jetzt einfach, ich mach jetzt die Only-Up-Map rein und drück auf öffentliches Match und dann auf Spielen Dann joinst du ne Map, ja Okay, jetzt bin ich mal gespannt, wie die Leute sich da drin ist Und dann wird keiner drin ist Die Leute spielen grad noch, bin ich 430 Das ist viel für 2 und Nacht, sag ich Das ist geisteskrank Das ist sauviel, Alter, ey 430 Leute, ey, Props gehen raus und die 430, die sie jetzt auch grad noch probieren, weil die müssen ja auch schon so gebrochen sein Ich mein, die haben ja bestimmt nicht eben grad erst angefangen Nee Zeig mal, mag seine Subs bei der Stange, sag ich wie es ist, Alter Ja, ich steu in die Map rein und alle Vielleicht sind das auch einfach Bots Nee, schau So sieht jede Public-Lobby aus Also der Typ ist NPC Ja, okay, aber kletter wieder nicht Was soll ich denn tun, Romatra? Mann Was soll ich denn tun? Was soll ich denn tun? Ja, okay Okay, warte mal kurz 10 Sekunden in der Public-Lobby haben mich direkt Haben mich direkt überzeugt Ja, siehste Aber dann lass nochmal eine andere Map bauen Dann lass nochmal eine einfache Also lass nochmal eine komplett andere Map bauen Lass die gleich bleiben und einfach nochmal eine einfache Map bauen Weil die Map jetzt so die ganze Zeit umzufunktionieren ist glaube ich Schwachsinn Dann lass einfach noch Nee, die Speedruns nicht mehr so Lass einfach eine neue Map bauen Aber ja, du hast recht, die sind alle hier unten Die chillen alle auf dem ersten Und das aus allen Lobbys Aber meinst du nicht, dass die da deswegen versuchen, weil es grad um 1000 vielleicht geht? Also wenn du nach einer halben Stunde die Pavion bei Pletsch nicht erreicht hast, dann wirst du niemals die 1000 Euro kriegen Ja, okay Harte Fakten, aber wahr True that, my boy Nee, aber die probieren's glaube ich auch nicht Also viele stehen da unten einfach AFK rum, was man ihnen dann auch zugute halten muss Ich mein, die kriegen ja sogar XP Ja, ja, nee, die stehen wirklich AFK hier unten und tanzen Die kriegen wirklich XP Die probieren's gar nicht Und die, die es probieren, kommen nicht auch weit Ja Sind aber auch heute harte Default-Skins, ne? Ich würd' sagen, ey, ab Samstag hab ich ganz viel Zeit auch Eine neue Map bauen, bam, rein Der Mika ist ja sowieso krank Das Gute ist, der Wubatsbauer hat Ferien und hat nichts zu tun, außer mit uns Webs zu machen Ja auch, ja guck mal Ja, dann ist Wochenende die nächste Map steht Wisst ihr, warum Mika krank ist? Der hat mir nicht geschlossen Der war saufen in Hamburg So, der war saufen in Hamburg, kommt zurück, ist erstmal krank Leute, Finger weg mit dem Alkohol Ich hasse Leute, die Alkohol trinken Ich würde niemals Alkohol trinken Ups, bin runtergefallen Ist das fucking Dr. Fate? Nein, oder? Max, vielleicht brauchst du auch einfach mal Ruhe Müssen wir jetzt hier durchziehen, oder was? Hast du das für Geräusche, Wimpers? Der weint, der weint, der weint Er hält sich nie fest, obwohl ich ganz normal springe Ja, auch mal aus der Tastatur benutzen, ne? Nichts, er macht nichts YNK bekommt ihr, wenn ihr innerhalb der nächsten 30 Tage den schnellsten Speedrun auf dieser Web macht Mein, mein Paddelfinger tut inzwischen voll weh und ist mega rot Ist das insane, Alter Ey, wieso habt ihr jetzt rucks gebannt, Alter? Der hat nur diesen Tweet von mir gepostet Der arme, der hat gar nichts gemacht Was denn? Der hat geschrieben, ey, Voxer kommt auf'n Wenn ich sag, wie es ist Plumpst du jetzt nochmal runter, dann geh ich auf Oh ja, ich auch Wenn du das nächste Mal an dem Labyrinth vorbeifliegst, geh ich schlafen Das ist ein geiler Call Ja, okay Oder? Wir warten jetzt noch, bis der das nächste Mal am Labyrinth vorbeifliegt und dann gehen wir beide schlafen Das ist geil, Alter Dann macht's nochmal richtig Spaß, jetzt zuzuschauen Wo ist mein Rekord? Ich hab die Map quasi Also ich bin wirklich der aller 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 letzte Sprung vorm Safe Spot Richtig, ja Da bin ich gestorben, weil ich die Krater jump, Kevin der Würfelmechanik nicht Nicht weiß Ey, deine Sprünge sind aber auch irgendwie immer so von der Seite dran und alles, ne? Du kannst doch an alle auch gerade aus... Damit der Bug nicht auftritt Ja, aber du... Deswegen hab ich den Bug nicht Ja, aber du fährst trotzdem dann anders dumm runter Ja, richtig Angst vor dem Bug lässt dich auch wieder anders runterfallen Die Angst allein macht's Also ich spring alle einfach genau so an, wie es sein muss, mach ich Ich spring einfach alle genau so an und wenn es halt nicht sein soll, dann ist es halt nicht so Dann akzeptiere ich mein Schicksal Der Fortnite-Gott will da nicht, dass ich's schaff Ich komm nicht mal aus dem Anfangsgebiet raus, weil er sich nicht mehr zieht Das war's, geht nicht Hatte ich gestern auch, Romatra und Max haben mich ausgelacht eine halbe Stunde lang Die haben sich bepisst vor Lachen, weil ich den Anfang die ganze Zeit verkackt hab, aber dadurch dann so krass üben konnte Dass ich dann den Anfang halt nicht mehr runterfall, weißt du? Nein, Sebo, du ver... Ja, doch, wirklich Diese Jumps sind nicht schwer Nichts ist schwer Nichts ist schwer Ja, ja, auch wenn jetzt die Map nicht so schwer wäre, hättet die trotzdem keine 10.000 Spieler Also das ist auch ein Trugschluss zu denken, oh wir machen jetzt hier Only-Up-Map und machen ein paar Props aneinander Und dann haben wir hier 60.000 Spieler Und dann kriegen wir von Epic Games 3 Millionen im Monat ausgezahlt Also funktioniert's halt auch nicht so leicht, ne? Nein, so war ja nicht die Denkweise War einfach nur, weil mehr Beschwerden da sind, als dass Leute sagen, okay, ist geil Die sagen, alle sieht geil aus, aber alle sagen... Könnt man die Mods abchecken, da hatte ich vorhin eine Map 10.000 Das sieht irgendwie Minion-Wars irgendwie Du kannst irgendwie Minions ausbilden und sich dann erkämpfen lassen oder so Also ganz was Verrücktes, was da noch abgeht Das stimmt, man kann auch einfach mal so ein bisschen schauen, was es so gibt Aber es ist halt wirklich das Roblox Also es ist 1 zu 1 Auch, dass die alle so Titel haben mit so Mit so Emotes im Namen und so Also ganz, 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 auf ganz billig gemacht Manchmal ist simpel eben einfach mehr Weiß er? Du kannst so hintereinander so Sideboards, die du dann abspringen kannst Aber dann irgendwann machst du einfach ein Sideboard so 2 Meter weiter hinten Oder schräger, das bringt die Leute schon komplett raus So der Wasserturm zum Beispiel, Junge, der ist einfach zum Abfacken da Wir tanzen da noch in der Lobby Ja Ja Weil das, wenn sie nur in der Lobby chillen und tanzen Die Leute halt trotzdem XP, ne? Ja, ja, das ist halt crazy So, den würde ich auf jeden Fall schaffen, bitte Ja, bitte um eine Ziehung Ja, sauber, check, 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 check Gut Alter, geil, ich konnte Julian Komi reinmoven Das ist das erste Mal, seitdem wir uns kennen Magst du ja jetzt zum ersten Mal Leute hier reinmoven So, hier hat's letztes Mal nicht geschafft, Sebo? Ja, hey, hey Sehr gut Ja, warte, guck mal eben runter Du kannst doch noch ein bisschen zurück Du kannst doch bis an die Haube Bis an die Wind, nein, an die Windschutzscheibe, Junge Ja, ja, genau W-Sprinten, hochgucken an die Kante, Leertaste genug rein Ne, mit W-Sprinten hält er nicht fest Doch! Doch, doch, doch Hä? Da rutscht er auch mal runter, da rutscht er auch mal runter Nein, siehste, hat geklappt Jaaa, aber jedes zehnte Mal nicht Nein, boah, du hast so Angst, heftig Du hast Angst vor deiner eigenen Kreation Du hast Angst zu sprinten und Leertaste Bei den Steinsprüngen Ich warte jetzt noch bis Maxi runterfällt Gleich kommt wieder der Gleich kommt wieder irgendein Bug und dann fällt er runter und dann Dann geh ich auch richtig mit dem Gutes in das Bett Ja, siehste, guck mal, ich hab alles gesprintet, alles da Hast du's schon geschafft, du machst da? Ich hab's geschafft, ja, ja Nice In wie lang? Wie hast du gewusst? 50 Minuten dann, bei dem einen Run Glaub ich 40 Kannst du mich auch mal fragen? Ja Ja Ist das gleich gilt für dich? Ja, ich hab's in 24 Minuten geschafft Wie sieht's bei dir aus, Julian? Ja, so, ein ganz Turan hab ich noch nicht einmal gemacht Oh, der fällt auch runter, wenn er nach 7 Minuten nicht bei Junk Junction ist Ja, dann quitt ich Ja, wenn ich so zum Beispiel das Jump-Man einfach misse oder das Dann, dann spring ich aber runter So, warte Ruhe jetzt Sauber Jetzt schaff ich immer Okay Oh, jetzt Und Das hier ist auch schwierig Max, da musst du aufpassen Ja, hinterm Magnet, genau, hoch Easy Ach so, mach ich Ich hab das immer ganz anders gemacht Ja Ich hab das ganz verkrampft gemacht Musst du mich da fünfmal von links nach rechts ziehen immer Da bin ich auch alle gesprintet Ich hab alle gesprintet Hab ich auch, hab ich auch Du bist zu vorsichtig, deswegen, da passieren die Fehler halt So, der letzte geisteskranke Riesenbruch war, dass er sich hier nicht festgehalten hat Ja Einfach hingucken, W drücken und Oder wie soll ich wieder seitlich machen? Ich hab auch, ich hab auch mit Sprint da Ich kann's dir nicht sagen, Sprint, also W, Sprint und Leertaste gedrückt halten Easy Oder ich springe außenrum und ziehe mich an der Seite hoch So, jetzt hinterfragst du alles, Sophie, du wirst runterfallen Einfach gegen, sagst du Ja, W, Sprinten und Leertaste gedrückt halten Da hat er letztes Mal runtergebackt dabei Und da springe jemand direkt rechts in die Ecke, damit ich gar nicht mehr runter bangen kann, weißt du? Jetzt einmal Geräusch noch hören Ja, soll ich mich nochmal zünden Dann musst du nochmal runterfallen lassen Jetzt haben wir's Boah, dass du das auch durchspendest, ne? Nein, 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 nein Nein, geh bitte davor Geh bitte davor, ja Dann guck nach vorne und dann kannst du ja eigentlich zurückspringen und dann nach vorne Das ist dumm Ja, dann guck nach... Dann schau ich nach ganz oben Nicht nach ganz oben geschafft Aber den Sprung krieg ich ja auch hin Ich hab Angst Kommt man hier hoch, ja, ne? Ja, du musst aber so ein bisschen nach rechts springen und ist ein bisschen krampfig Rechts in das Loch, rechts in das Loch und dann einfach hoch Ah, hier rein? Ja Hat blieb was gerade gemacht, ja Was hab ich gemacht? Was? Kann man da landen drin? Ja, ja Er zeigt dir doch das Symbol festhalten, doch, siehste Ah, Tatsache Tatsächlich Das wusste ich nicht mal Wo ist der gerade? Cool Fatal So weit ist er Ja Ne, er ist bei Fatal Oh, da war's gerade geil, aber so kann man's schaffen Max wird's diesmal schaffen Aber hältst du nicht Leertasse gedrückt? Doch Hä, aber wenn's dort angezeigt wird... Dann hältst du es halt geschafft, ja Das verstehe ich nicht, es wird doch sogar angezeigt Ich halte Leertasse gedrückt Hä, wieso wird's dann angezeigt, aber du schaffst es nicht, das traf ich nicht Ja, das nervt auch, ne, immer, dass da immer Fatal Feeds angezeigt wird Guck ich zu weit nach links Das Geistesgang nervig Das hab ich vorhin ne halbe Stunde gemacht, bei dem Jump, bei dem es wieder ging Ja, ich kann Ja, der allerletzte, dass du den ja runtergesetzt hast dann Der war gestern nicht, so, dann konntest du einfach hoch, so Es gab ein Update, dass man den Vorteil nicht mehr so hoch springen kann Schaut die einfach updaten, da hat man nicht mehr rumglitcht Das wär big, alter Die Pflanze geht nicht, ne, die hat keine Hitbox Ich hab tatsächlich die Vermutung, die haben nie so ein Update gemacht Ist meine Vermutung Nein, müssen die Der eine Sprung ist unmöglich gewesen, wirklich Ja Und auch all diese Sprünge waren, als Sebo sie gestern gemacht hat, tausendfach einfacher Okay Also, ist so, ist so Ja, zu meiner Verteidigung, heute, nach dem Update, hab ich dann die Bestzeit gemacht Versuch, die Pflanze zu gehen Die Pflanze geht nicht, weiß ich doch, wieso die Wechsel geben hier alles Du musst jetzt auf jeden Fall locker bleiben Du kannst da links doch runterfallen, ich sag's dir ja Ja Ich weiß, deswegen mach ich ja ganz ruhig, dass ich ganz links nur bin Du musst vor dieser rechten Kante, da ist so eine Kante im Boden Die hier Vorher schon springen, ja Die Kante schon ab Vorher schon springen und Genau da hin Ja Genau da hin, naja Naja So ist eigentlich perfekt Das springt echt hoch, aber nicht hoch genug Du ja siehst, wenn du auch von den Fristzahn kommst, auch eine Frechheit Also, Sebu, du sagst bei diesem allerletzten Jump Boah, das glaub ich dir irgendwie nicht Ja, anhalten, zurück, ganz zurück Sprinten Und im letzten Moment abspringen und die Kante angucken Leertaste gedrückt halten, also springen, gedrückt halten Also, Quatsch, sag ich Ja, keine Ahnung Also, sorry, aber das war gut Ja, aber ich mach das die ganze Zeit so Ich hab das nie anders gemacht Ja, ich auch, ich auch Manchmal klappt's, manchmal eben nicht So, so ist das halt Der Map fackt mich so ab Ja, das hat Romatra gemacht Ich verstehs nicht Keine Ahnung Den hat Romatra gemacht, den Map-Party Wäre ich noch einen Ticken später abgejumpt, dann Ja, das ist Ja, das ist Das ist auch der schwere, also das ist wirklich ein schwerer Jump Ja, da bin ich auch vier, fünfmal runtergefallen, da war ich auch extrem sauer Ja, den hat Max gemacht Ja Den Part hier hat Romatra gemacht, den ist nicht der gut hier Ja, aber Du meinst da, wo du jetzt gegen die Wand springst Ja, da ging gestern Problem los Den hab auch nicht ich gemacht Den gegen die Wand springen Part, der kam nicht aus, den hab nicht ich gemacht Jetzt auch vorsichtig, da ist auch runter Fallgefahr Und dann? So, das Ding hier kann ich halt gar nicht Da, einfach davor Du kannst das auch nicht machen, aber ich bin bei den Heuballen auch runtergefallen Ganz da unten Da ist er So, jetzt stellst du dich da vor Guckst nach oben Das ist krank Nein, guckst da oben, wo ist das Ding, was du anvisieren musst Da Genau das ist das Jetzt gehst du etwas noch nach rechts Dann guckst du runter, springst rückwärts drauf Und direkt Richtung Das ist so dumm, woher hast du das? Hab ich selber Ja, aber das macht doch so keiner Du musst erst von hinten genau gucken Dass du genau da bist, wo das Ding gerade ausschaut Ja, aber ich hab's geschafft, du nicht So, und dann guckst du drauf Ja, ja, es ist Es gibt auch Leute, die werfen Bei Basketball Jedes Mal wie ein Fußball-Einwurf Und sind damit krasser als Leute, die die richtige Technik haben Aber das Potenzial ist Größer, wenn du's so machst Ne Nach hinten ist sicherer, sag ich dir Wie schwer ist der Weg? Wie schwer ist der Weg? Ich find den Weg kacke Der Weg ist sehr flubschig Den müssen wir eigentlich noch ein bisschen einfacher machen Sag ich Kaum ist Reapers hier, sagt jeder Sag ich Ich hab's auch wieder drin Ich war froh, dass ich jetzt weg hatte So, ich guck mich genau rückwärts an das Ding Nein, nicht, hey, warum geduckt? Ja, jetzt Guck hoch So seh ich's ja besser, so Guck hoch an das Ding Und jetzt? Jetzt guckst du runter Machst einen kleinen Sprung nach hinten Und guckst direkt wieder hoch Richtung Windmühle Damit du halt den Jump in der Mitte So hab ich das wirklich Ich hab's nur so gemacht, nur Ach du Scheiße Oh mein Gott Oh mein Gott Ich seh noch nicht mal mehr den Start, Sebo Ja, das ist wir Max, wie lange Ja, wie lange hältst du es denn gedrückt, Junge? Guck mal, wo's hinfliege Schau doch mal bitte Du hast jetzt vielleicht Black Screen für 30 Minuten Guck mal, wo ich ihn fliege, Sebo Ja, hatte ich auch schon Ich kann nicht mehr Ich kann nicht mehr Ey, ist das geil, ist das toll Ich hab noch nie Das hab ich ja noch nie gesehen Wahnsinn Scheiße Was? Was war? Ey, ohne Scheiß Ich geh jetzt bei mir ins VOD und schick dir das Das ist mir jetzt egal, das will ich jetzt Am besten ist, wenn du von der Seite drauf springst So hat's nämlich auch der Speedrunner gemacht Aber ich wollt's nicht sagen Ich wollt, dass du mal Sebo's Technik probierst Ja Kanal So, ich geh jetzt in mein VOD und entgewicht Ist das schön Ich kann nicht mehr Ich geh jetzt erst mal schlafen Ja Ach da ist schon Ende Ach da ist schon GG Da ist der Sprung Sagavait bis so Ich gebe dein Temperatured Das ist schon Mal Wir haben Was ist das Ich will uns Es K souffert und vor So Dingens Jetzt schlafen Ja Romatra, ich wünsche eine richtig tolle Nacht Kann ich bei dir Clips reinschicken? Nee, ne Ist das schön Geht nicht, ne Ich teste mal Ich kriege ein Timeout Ich kriege ein Timeout Das ist toll Warte, wo ist denn Haben wir hier noch einen Moderator bei dir sitzen? Ich spiele seit elf Stunden Fortnite Ich hoffe nicht Nein, ich war mute, als er runtergefallen ist Zinks, geh nicht auf den Sack Ja, Zinks ist nervig Ja, ultra nervig, deswegen ist er überall schon gebannt Zinks ist nicht nervig Doch, der Er ist nicht nervig Der nervigste Zuschauer, den er überhaupt gibt, sag ich Der ist super witzig und lustig Ja, ey, ich lache immer, wenn er Wenn ich irgendwie den Namen sehe Das ist geil, dass selbst Zinks eine Meinung zu Zinks hat Das ist so geil Der Typ ist so unwitzig Dass der sogar bei Zinks angekommen ist Ich weiß gar nicht, warum hast du So viele Leute was gegen Zinks und Sitzkartoffeln haben Das sind ultra Die Ironie hört man Ja, das ist halt dann krass Dann tut es mir leid für deinen Twitch-Chat an der Stelle Deren Gags sind insane Also wenn Zinks und Sitzkartoffeln Deine besten zwei Chatter sind Dann ist es aber auch zappenduster Also wäre ich, würde ich selber Daily Twitch-Streams schauen Ich wäre so auf Sitzkartoffeln und Zinks-Level, ganz ehrlich Hört ihr das? Hört ihr das, Sitzkartoffeln und Zinks? Hört ihr das? Wow! Ach warte, Max, Max, warte Kann ich jetzt nicht, warte, da muss ich Kannst du auch, brauchst du nicht zeigen Guck bei dir selber Öffne das und guck dir den Sprung an Und dann weiß ich nicht Digga, ich schick dir gleich ein Bild von Romatras Schwanz Bitte, Alter Junge, ich würde so Wo hat der den her, Ruth? Alter, ich würde so damit Zapps generieren Hat er, keine Ahnung Der fand's witzig, er hat mir ein Video geschickt Wie er die Flasche packt Auf einmal hat er seinen Schwanz reingepackt Und dann lustig Alter Das ist gelogen Ich weiß, das ist so krank Er hat die Folie reingetan Die Brühwürfel und alles Die Handketten-Säge als eingeklappt Und dann hat er seinen Schwanz da reingetan Er hat gesagt, ja, Flasche Ist gepackt Also, so detailliert kann's keine Lüge sein Das kann eigentlich keine Lüge sein Das kann sich keiner ausdenken, Bro Das wär so ein geiler Gag gewesen Tut mir leid, dass ich das so krank gemacht habe Du bist runtergefallen Jetzt guck Kollegen Chat Jetzt guck Kollegen Chat Christy, jump an und ich bin weg Tschüss Ebo Tschüss, 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 tschüss Tschüss, tschüss, tschüss Macht er nicht, siehst du Der will nicht lernen Ist ihm egal Er wird gleich Vettelfields wieder sein Und dann wird er runterfallen Dann gucken wir ihn auch natürlich an Achso, ist kein Bug Ist kein Bug Ist doch kein Bug Ich weiß nicht, wie die Bumper funktionieren Null What the fuck Hat er gerade einen 360-Minecraft-Leather-Jump gemacht Einfach an dem Scheiß-Ding Hat er, ne? Hat er Hat er wirklich, oder? Ja Bei den Jump-Pads einfach weniger S oder W drücken Einfach nur kurz antippen Den Bumper meinst du Bumper meine ich Ja, ich bin auffällig Ey, ich bin auffällig Ich guck noch ein bisschen aus dem Bett Ein bisschen Clash Ein bisschen Lachen noch Ey, ich wünsche euch eine geile Nacht Wir sehen uns dann Lacht Ja, macht's gut Tschüss Tschüss Sebo Gute Nacht Tschüss Sebo Aha Okay Langsam geht's an die Substanz Richtig? Gut Wird jetzt nicht gut, Max Nee Wenn du's jetzt auch noch vor mir schaffst Dann weiß ich auch nicht Ich kann's nicht vor dir schaffen Das geht nicht Bro, ich kann's nicht vor dir schaffen Das geht auch nicht Wisst du, was das allerkrasseste ist? Ich hatte es ja schon Wenn du einmal auf dem Würfel bist Kannst du nicht mehr runterfallen Danach hast du's so gut wie geschafft Da musst du ein paar schwere Sprünge schaffen Aber da ist immer wieder eine Rettung drunter Wenn du auf dem Würfel bist Hast du es geschafft Und der aller, aller, allerletzte Sprung Damit ich hundertprozentig safe bin Und auf dem Würfel Waren diese Kevin, der Würfel Diese Würfelkrater Und ich bin in diesen Krater rein Drück weh, wie alles richtig ist Und bin einfach Nen Meter nicht weit genug geflogen Und bin komplett runtergeflogen Ich war im aller, allerletzten Jump Damit ich die Map geschafft habe Ich hätte ganz entspannt um Halb zwölf ins Bett gehen können Das wär entspannt gewesen Das wär so krass gewesen Das wär so krass gewesen Aber stell dir mal vor Jetzt schaff ich's noch Das wär halt Das wär halt wow Ne? Wenn du elf Stunden lang es probierst Dann nochmal runterfällst Und dann alles nochmal schaffst Das wär schon krass Dann bin ich halt wirklich mental so der Der stärkste auf dem Markt Ich würd mich auch sehr fühlen Wenn ich's noch pack, Alter Fuck Man muss halt Mechanics Plus Bruch Ergibt Beim Schaffen Mentale Stärke Mentality ist wirklich alles Gutes Internet ist alles Jungs Ich sag's euch wie es ist Nein Wenn du sagen was ihr wollt Gutes Internet ist alles Hier? Bei dem Ding? Ja Bei dem Ding Warum lachst du? Kollegen Chat Und dann guck die Clips Ich hab 200er Ping 200er Ping Hat sein Internet zerschossen Er zockt grad mit nem Ja Ja Mit was Mit was für Internet Spiegst du denn gerade? Sim Karten Das ist kein Spaß Also du Du denkst nicht mal Spaß Ja ja Sim Karte 200er Ping 200er Ping ist schon ne Ansage Ehrlich gesagt Jetzt wo ich deinen Stream Nicht mehr kum Geht's eigentlich wieder 30er Ping 30 bis 50 Ist gut Hast du's denn quasi Von deinem Handy ausgemacht? Ne Es ist so ein mobiler Hochrouter Achso ja Jolu und Mecklenburger Sind auch extrem starke Chatter Muss man auch mal hier sagen Ja und seitdem Rubberband ich Durchsachen durch Stracks auch Wer ist denn noch Mit den besten Chatter eigentlich So Guck mal Clip Also wirklich Da ist so Ich bin halt von so Worst Case Für die PVDSA ausgegangen So Er ist hier noch stark Da ist völlig machbar Selbst dann Das Handicap Mit dem Bug Greifen hier Lässt doch ein bisschen Die Konzentration nach Alter Das ist halt das Ich mach Richtigkeitsfehler Die ich so nicht mehr mach Bei einfachen Jumps Aber dann Volle Konzentration Bugjump Klettert nicht Fällt Schade Ja Oder dann komplett Wieder von oben nach unten Ja Macht es ja auch nicht besser Dann Max Das macht es nicht besser Das macht es nicht besser Junk Junk Komm Komm Wenn wir beide ganz unten sind Wollen wir ein Race machen Max Bis zum Pavillon Subgifts Nein genau Das wollen wir nicht Was für eine Scheiße Genau das wollen wir nicht Das wäre so ein Minus Trade Ich lieb dich Max Auch wenn du mich nicht liebst Ich lieb dich Alter Wenn ich die Abkürzung hier lerne Man kann nämlich von dem hier Auf dem dritten Würfel landen Instant von diesem Jump mit Sprinten Auf dem dritten Würfel Dann kannst du hoch Und bist halt schon Meteoriten Dann kannst du gefühlt hier unten Bei Moisty Meier Hochjumpen Auf Meteoriten Das wäre schon sick Wenn ich die lerne Aber ich weiß nicht wie leicht die ist Also alles bis jetzt Flüchtigkeitsfehler Aber dieser Triple Junction Sprung Bei diesen Schrottpressen Das ist wirklich Mit der schwerste Fortnite Jump Den ich je gesehen habe Ehrlich Ehrlich also Wirklich schwer Also ich habe ihn jetzt Vier von vier Mal verstanden Wenn ich von unten mit Speed komme Ich habe ihn vier von vier Mal gepackt Und ich habe wirklich Keine guten Mechanics Ich bin jetzt genau wieder da Und ich werde ihn jetzt wieder verkacken Bist du bereit? Ja bitte Genau jetzt Geschafft So Geil Bist du weit wie noch nie Jetzt gerade Nein, nein Ich war schon Ich war schon auch beim Würfel Aber beim Würfel bin ich Runtergebackt Also wirklich der 200er Ping Beim letzten Jump Den du meintest Da bin ich durch Ping gefallen Das ist heavy Erzähl mir das doch niemanden Du denkst Ich mache Spaß Und so rausreden Aber der Clip ist da Du kannst dir das angucken Ich bin einfach nur Durch den Boden gebackt Beim nächsten Mal runterfallen Gehe ich mal ganz kurz In den Public Lobby Und gucke wie scheiße Die Leute sind Das gibt mir Motivation Der kann mich immer noch In den Lobby rind verlaufen Zweimal in a row Zu früh abgesprungen La roo Ich struggle jetzt bei einem Stein Bei dem ich vorher Nicht einmal runtergefallen bin Ja ja das ist das Problem Boah das größte Problem Bei dir ist noch Julian Sobald du nicht irgendwie Nach drei Minuten Bei Junk Junk bist Brichst du ab Ja dann brich ich ab Ich komme dann nach unten Ja ja ich weiß Das heißt Du hast übertrieben Den Stress Und ist dabei zu Also das ist halt Was du machst Ist halt nochmal so Du bist natürlich auch Ultra krass Wenn du sie jetzt schaffen müsstest Würdest du sie halt Instant schaffen Aber dass du Sobald du einen Fehler machst Jedes Mal von vorne startest Ist krank alter Er will den Düsi Ja wenn man es perfekt haben will Dann muss man es perfekt machen Ey wenn du die 1000 Euro gewinnst Nein schaffe ich niemals Also es gibt Also ich bin ja kein Speedrunner so Katu hat heute Morgen probiert Komplett abgebrochen Er macht die nicht wieder Ja Ja Es gibt schon echt Wenn du einen Tausend Einen Pott legst Gibt es Menschen Die kommen aus den Löchern Die sind geisteskrank Digga bisher sind alle So krass Arschritze Man kann locker Zwei Minuten schneller sein Das hat noch gar keiner Richtig Wie schnell waren die denn gerade Ich glaube was ist Rekord 14 Minuten Und da waren zwei Shortcuts Oder so ausgelassen 14 Minuten Da wurde richtig getrömelt Ich bin auf den ersten Zwei Stages schneller Als die Speedrun Weltrekord Leute hier Was ist Warum fällt der Wirklich Der schnellste ist Pumpen Digga Mit 15 Minuten 48 Das ist der schnellste Immer noch Der hat den Rekord Noch mal überboten Der hatte doch schon Vorher den krassen Rekord Faddle feels Faddle Maximilian Jetzt werde ich gleich Beim Würfel wieder fallen For no reason Max was denkst du Wenn man schnell ist Wie lange braucht man Von Ende Junction bis Zum Ziel Das weiß ich gar nicht Das weiß ich überhaupt nicht Dann fragst du so den falschen Den war doch nicht einmal am Ziel Markier dir den Bumper Das ist ja smart Den im Faddle Kann man ja einfach markieren Oder Wenn du nochmal fällst Dann findest du den auch Sofort wieder Du findest den auch eh immer Oder Ja Schneller halt Oder Was ist denn los Kurt Ich bin so gefallen Ich bin bei Kevin Wünschst du mir jetzt Glück Oder machst du Auge Ich weiß nicht Wie man hier wieder wegkommt Ist ja überhaupt ein Weg Um wieder wegzukommen Okay er macht Auge Scheißkerl Ich will die 40 Subs von dir Max Das einzige was mich noch antreibt Ich muss den Julian Korn machen Komplett runterspringen Hier ist nichts was mich irgendwie retten können Oder Bist du auf diesen komischen Wolken wieder Ja auf so einer Wolke Ja ich hasse diese Wolken Das sind so Fake Wolken Die bringen einem gar nichts Bei denen denkt man Dass man irgendwie safe ist Guck mal hier Hier ist zack Und dann geht's Oben zu Meteoriten Hier ist direkt Meteorite Direkt neben mir Aber man kommt nicht dahin Oder Okay so weit war ich noch nie Das ist mein weitester Try ever Hallo Du hast es noch nicht geschafft Ich? Ja Nein Was? Gar nein Noch nicht mal ansatzweise Noch nicht mal Was war das zweiteste? Ach doch Nee fuck Ich hab gelogen Ich hab's geschafft quasi Der allerletzte Jump Nicht mehr ansatzweise Doch doch Ich hab's wirklich Ich hab's quasi geschafft schon Der allerletzte Jump Ja Ähm Zum Würfel Dieser Dieser Krater Jump Dieser Krater Würfel Jump Mhm Zum Würfel Wo du dann nur noch Romatras Jump machen musst Und dann bist du Danach ist man eigentlich Danach hast du es geschafft So und dieser Krater Jump Ich drück Sprinten Und weh und alles gedrückt Aber er ist einen Meter zu kurz Von mir geflogen Ich bin runtergefallen Und die komplette Strecke Alles Halt's Maul Ja es ist so passiert Wie unlucky Du kannst dir das vorstellen Ich kann mir das vorstellen Mir ist das auch passiert Ist das krass Das ist richtig krass Ich hab's quasi schon geschafft Vor fünf Stunden Aber seitdem ist Vollausfall Vollausfall Ja das ist krass Scheiße Was mit Reapers Reapers hat Kein Internet Die Telekom hat komplett Internet abgeschaltet Und jetzt hat er Ähm Hat er seine SIM-Karte An In seinem PC Angeschlossen Und spielt jetzt über Mobile Und hat ein 200er Ping Und der leckt wie Sau Der kann es gar nicht schaffen Weil er will es trotzdem schaffen Weil er Subgifts kriegt Und er zockt jetzt einfach Mit den Mit den krassesten Einer der besten Spieler überhaupt Für diese Map Zockt einfach mit einem 200er Drecks Ping Und probiert es trotzdem Niemals Und Julian Com Macht sobald er Eine halbe Millisekunde Zu langsam ist Startet er neu Weil er möchte Die gesamte Map Nicht wie der Rekord In 15 Minuten schaffen Sondern er möchte Die Map in 11 Minuten schaffen Und wenn er es nicht in 11 schafft Bricht er ab In 11 Minuten? Naja sonst bricht er ab Sobald er nicht 11 Minuten hat Bricht er ab Der muss in 5,5 Minuten Bei Junk Junction sein Sonst startet er neu Geh halt Geh halt erstmal so auf 12 oder 13 oder so In den Schwanz gebissen Ich weiß auch nicht Was da los bei ihm Du weißt doch gar nicht Ob es in 11 machbar ist Oder? Er spielt nur 11 11 oder nicht Sagt er Mach doch 12,13 Weil der Rann ist 15 Minuten Und der ist schon echt strong Ich habe ihn versucht zu überzeugen Er macht nicht unter 11 Oh Mann Ich finde es interessant Was du einen Storyteller Du bist ne? Der ist echt ein Storyteller Alter 200er Ping Fand ich auch gut Alter Ja ich wollte gerade sagen Reapers hat gar keinen 200er Im Stream Ich hatte aber wirklich 200 Vorhin teilweise Und bin dann durchgefallen Durch den Boden und sowas Also das ist kein Spaß Also hat Max mich jetzt einfach Straight-Up angelogen die ganze Zeit Ja Ne also das stimmt schon Aber nicht die ganze Zeit Übertreib halt gerne 200er Ping Aber er hat halt den normalsten Jump der Welt Und verpufft auf einmal Und ist 2 Meter weit hinten In der Luft Ohne dass er mehr springt Also der hat da teilweise Bugs gehabt Kannst du Kollegen-Chat gucken Bubaz? Glaubst du? Was gucken? Ja dann schluss drauf Das sind so Ansammlungen Von Romatra und mir Was so passiert ist Ich hab also wirklich Durch den Boden einfach Gebackt Ganz oft Konrad brauchst du gehen raus Ich muss dieses Insekt umbringen Das würde mich Das wäre super Wenn ich das killen würde Ja gut ich bin dann wieder weg Nee Vielleicht komm ich gleich nochmal vorbei Gib mal ruhig noch einen Tipp Bubaz bauen? Einen Tipp Nein Einen Tipp will er haben Zum Bubaz bauen Zum Tipp Der Tipp für den Bubaz Der Tipp für den Bubaz Ja äh Immer Inside-Out ist wichtig ne Sonst ist das Pape zu dick Scheiß True Das klingt nach Fachbegriffen Glaube ich Sehr gut Hört sich viel zu komplex an Ich komm gleich wieder Ja ich muss Ja mach das Du musst kurz Einmal ganz kurz Ja ist klar Ich hab die Abkürzung geschaffen Das ist halt sick Schaffst du die Abkürzung Mit den Eiswürfeln Jedes Mal Ähm Weiß ich nicht Wie Was ist das denn für ne Kacke Ich bin gerade runtergefallen da Okay Das ist wenigstens meine Antwort Und jetzt Ja Schade Wenn ich danach wieder Fortnite Public Runden spiele Dann bin ich der beste Move-Spieler aller Zeiten Ich hab den letzten Allerletzten Sprung verkackt Jetzt bin ich ganz unten wieder Das glaube ich dir nicht Den allerletzten Sprung doch Ja ist nicht gesprungen Doch Von ganz unten Den aller 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 Den zweiten Mal Nein nein nicht zum ersten Mal Hä warum habt ihr dann hier so ein safe gebaut Wo man sich nicht saven kann Also hier ist nichts Verstehe ich nicht Doch Meinst du nicht Wolken Ne ich bin jetzt hier auf dem Cube Nein nein Ich bin auf dem Cube Aber hier ist nichts mehr zum saven Hab verloren Das ist nur Deko wo ich hier bin Ja manchmal haben die so Bates reingebaut Die Wolken sind hier genauso scheiße Also der allerletzte Sprung ist der einfach nicht gesprungen gerade Der aller 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 allerletzte Sprung Wo alle gesagt haben ist es alle safe jetzt Wo alle gesagt haben ist es nur noch safe jetzt Der aller aller allerletzte Sprung Und jetzt muss ich wieder ganz runter zum Meteoriten mindestens Oder vielleicht noch tiefer runter Ne da bin ich aber auch gerade kaum mit zu tun Ich freue mich gerade dass ich wieder hier bin Ne ich schaff's da nicht mal hin Also ich müsste ganz nach unten springen Hier ist nichts mehr safe Aber wenigstens hast du eins Was denn Wenn du runterfällst Was hab ich eins Boah jetzt kommt der Arsch Die Melodie die dich wieder komplett aufbaut Die gibt dir die ganze Kraft zurück Die musst du nur so 5 bis 10 Sekunden hören Gut ihr habt echt einen Jump Den letzten Jump so gebaut Dass wenn man da runterfällt alles von neu machen muss Es war Rumatanael Der allerletzte Sprung war Hey wenn du den nicht schaffst Fängst du von neu an So mag es Rumatanael So denkt er schaffen wir die 20.000 gleichzeitigen Spielern 20.000 gleichzeitige Spieler Rumatras schaffen damit Krass Ich war schon durch unsichtbare Hitboxen und Bugjumps Das ist schon viel Hey jetzt hast du es geschafft Du kannst nicht mehr fallen Und der letzte Sprung war nicht mal easy Also es ist keine Ahnung Ist halt einfach nicht gesprungen Man ist so ein bisschen runtergeruckelt Und dann konntest du nicht mehr abspringen Dann war der Call Also du schaffst du kannst nicht mehr fallen Und jetzt habe ich den letzten Sprung nicht geschafft Wenn du den nicht schaffst bist du ganz unten wieder Hier kann man sich nicht mehr absavenen wo ich bin Ich bin immer noch beim Cube Aber kann mich nicht mehr absaven Ich kaufe eine Blockflöte und lerne die Melodie auf Blockflöte Das kannst du keinem erzählen Krass Man fällt ganz runter einfach Von Anfang bis Ende Wenn man den letzten Jump nicht schafft Dann fällt man auch verdammt lange Ja Was ist denn der letzte Jump Ja man läuft erstmal so ein Ring Unendlich lange Ja So zwei Stunden läuft man Ring Und dann muss man noch so einen weiten Jump machen Krass Krass Und die meinen die ganze Zeit Das ist überleicht Welt bei Rumatra sagt Das ist gut Dadurch kriegen wir mehr Spieler Krass Den allerletzten Jump verkackt Den aller aller Wirklich allerletzten Obwohl die ganze Zeit gesagt wurde Es ist piss easy danach Und man kann nicht mehr fallen Und ich gebetet Melde dich Bei Rumatra Er sagt dadurch kriegen wir mehr Spieler Weil jedem dem das passiert Die spielen doch zu tausendprozentig nicht mehr die Map Der allerletzte Jump Ist ein Instacill Ist das geil Ah chill ich Und ich legge wieder Und kann nicht hochklettern Nice Wie passt Rede mal mit Rumatra bitte Ich kann dich vom Gegenteil überzeugen Was Das war wirklich der allerletzte Jump Eine Scheiße labert schon wieder Der allerletzte Jump Ich will auch nochmal Dass Sebo Wenn Sebo da ist Mir sagt Wie oft er den letzten Jump Nicht geschafft hat Okay Von wie viel Mal Wie oft hast du ihn gesprungen Ich hab ihn glaube ich Fünfmal Sechsmal Ich hab ihn immer geschafft Sebo hat ihn Ja okay Dann habt ihr zu zweit Immer geschafft Ich hab ihn zwölf Mal geschafft Zwölf Mal gemacht und zwölf Mal geschafft Ihr habt den gebaut Ihr habt das Ihr dürft Nee Sebo hat ihn nicht gebaut Sebo hat ihn nicht gebaut Aber er konnte sich doch Die Peen dorthin Oder nicht Nee Sebo hat die trotzdem Nicht gespielt Also den Teil hat Sebo Nicht mehr gespielt Da war er irgendwie Mit Keine Ahnung Mit Kind draußen Okay doch Dann hatte ich halt leider Pech Also du hast einfach Aber trotzdem Der ist nicht leicht Er war nicht leicht Doch der ist leicht Wirklich doch Der ist leichter Du bist einfach nur nicht gesprungen Das hab ich gesehen Ich bin gesprungen Hä Ja aber das sah so aus Als wärst du nicht gesprungen Ich sag doch nicht Wenn Flächen nach unten gehen Dann kann es sehr oft sein Dass du beim Fallen Registriert nicht das Spiel Dass du den Boden berührst Und wenn du springst Springt der natürlich nicht Weil der denkt Du bist in der Luft Das ist bei so unebenen Platten Die nach unten gehen Das ganz normal Bei dem Sprung juckt es mich auch nicht Den könnt ihr also Das ist ein Sprung Den könnt ihr gerne vereinfachen Weil eigentlich soll Warum ist der so ein Instakill Hä Ist doch geisteskrank Also eigentlich war der Plan Dass da niemand verkackt Weil auch Ich hab da nicht verkackt Was war das Das du an dieser Stelle verkackst Ist wirklich nicht der Plan gewesen Klipp das Ding Ist das Wahnsinn Ist das Wahnsinn Alter Das war ja krank Der allerletzte Jump Ist einfach ein Instakill Boah halt Ja also Sebo Also wie gesagt Sebo hat den immer geschafft Ich bin auch sicher Wenn Max da zum ersten Mal ankommt Wird Max diesen Sprung Zum allerersten Mal schaffen Ja jetzt so oder so Weil er weiß ganz genau Alter Wie krass der ist Dass man da doppelt und dreifach vorsichtig sein muss Ja eigentlich Also der sollte Dass das so sicher alles ist da Und einfach der letzte Sprung Sein Instakill Das gewusst wäre hier auch Also ich war so entspannt gerade Ich war so Ich hatte jetzt meine Siegesfeier Hatte ich gerade schon im Kopf Dann bist du So hart habt ihr mich gebaitet Du kannst danach nicht mehr fallen Du musst auch immer noch Und mein Chat deswegen auch so Boah der war auch genauso War so Du kannst nicht mehr fallen Du hast das GG Du musst auch immer noch Du musst auch immer noch mit dem Bumper aufpassen Weil du gegen den Bumper dann oben gegenläufst Und dann kann er dich Kann er mit dir dasselbe machen Was er mit Max vorher gemacht hat In Fatal Fields Ach da war noch Weißt du das Da ist noch ein Bumper Den musst du halt machen Und der kann dich auch Wenn du ihn falsch erwischst Wegkatapultieren Dem Bumper musst du einfach nur Sprinten Drauf springen bis her oben Ja Aber von mir Also den letzten Sprung Den können wir gerne einfacher machen Das ist ja schon der lange Weg Wo du eine halbe Stunde Um den Würfel drum herum läufst Wie ein Dummkopf Gab es da einen kurzen Weg noch oder was Ja es gibt einen kurzen Weg Wo du nur mit so Sprungteilen Innerhalb von 10 Sekunden Um den Würfel drum springst Oh ich habe gar nicht 5 Minuten um den Würfel Um an einen Insta-Kill zu springen Ja aber die Teleport-Dinger Sind halt auch nicht einfacher Aber die sollen ja nicht einfach sein Das ist der schwere Weg Aber das tut mir leid Muss ich sagen Das können wir gerne leichter machen Aber normalerweise Für mich müsst ihr gar nichts leichter machen Aber das ist schon hart Dass das ein Insta-Kill ist Das ist krass Ja dass du da ganz unterfällst Es ist doof Es chillen alle Wir haben 1500 Spieler Und 1500 Spieler Chillen unter Bei Pleasant Unterm Pavillon alle Das stimmt aber Die probieren es auch gar nicht Also nehmen wir sich nicht Als Lobby war Die haben es gar nicht probiert Weil einer von 10.000 Oh der klettert nicht Das ist so verpackt Und daran stirbt Ist der auch raus Ja so schaffen die das schon gar nicht Weil die vorher Von den ganzen Kletterbugs Getriggert werden Das ist noch viel schlimmer Ich wäre auch schon Fast stunden durch Digga Wenn diese Also bei mir war es halt Internet auch Ihr müsst es halt auch schaffen Ich will pennen Leute Das geht nicht Ich war nur da Weil ich musste gerade noch Katzen füttern Du glaubst echt Dass ich das heute noch schaff Ja musst du ey Sonst kann ich Nein 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 Max ist durch Für den Tag Max ist durch Für den Tag Der letzte Sprung Bro Chip baited aus der Hölle Wahnsinn Junk Junction Back again Okay Tschüss Ich guck mir das noch an Was für eine Zeit Ich mich auch Äh die Äh Der letzte Jump Ist eigentlich nicht so schwer Aber ist schade Was soll ich sagen Was soll ich sagen Aufbauen Alter Cool Ganz laut Aber den können wir gerne auch Dich Max Die letzten Jump Den können wir gerne leichter machen Bei dem hab ich gar keinen Den hab ich gar keine Aktien In den letzten Sprung Tschüss Heilige Scheiß Was war das Was war das Tschüss Hau rein War zu spät Max hat er nicht mehr gehört Was ich Chip baited Alter Ich bin für immer gebrochen Trust Issues für immer Vertrauen nie wieder jedem Irgendein Bastard Der sagt Alles danach ist safe Sechs Minuten Dreizehn Junk Junction 23 Minuten Junk Junction Sechs Minuten Dreizehn ist der Rekord Bei mir Ist das Power Der ist Körperlich Ist das total schwer geworden Irgendwie Körperlich Schwitzt du auch Alter Meine Hände laufen Seit Stunden Alter Ich hab richtig Klitschnasse Hände Die sind schon schrumpelig Seit elf Stunden Spielt man hier um Ich hab Todesangst Beim Spielen Also wirklich Ich sollte mal ein bisschen Wasser trinken Nein Den Double Jump gemacht Und Ganz unten Ganz unten Ja Das ist heftig Ich mach Double Jumps immer Das mach ich halt einfach Ja Junk Junk Ich bin mir reingekackt Beim letzten Jump Ja Back to Trapper Back to Trapper Julian sag ich Ich geh back Zu ganz nach unten Ich hab keinen Bock Der ist Scheiß Zeit Daraus zu bekommen Du musst beim Tausender Loslassen Julian So wie Julian das gerade angeht Hat er die größte Wahrscheinlichkeit Meinst du? Zu bekommen Ja ja So wie er das angeht Die anderen haben es einfach nur so Oh ich will die Map schaffen Und dann Schaffen sie es Aber die haben locker Noch zwei Minuten Du kannst es mehr schaffen Also entweder Max oder ich Schaffen sie Alter vorher gehe ich nicht auf Abkürzung Wenn Max vor mir schafft Gehe ich auch auf Machen wir mal die Abkürzung Bin ihr bei 24 Scheiße Immer noch die Abkürzung Zega ist das Respekt Der letzte Jump Der soll nicht mal schwer sein Das ist das Schlimme Aber dass der ein Insta-Kill Das ist einfach Boah alter Gerockt Motherfucker Ich hab's immer noch drauf Sebo kann kommen Wenn er möchte Das 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 Abkürzung Duell mit den Eiswürfeln Da macht mir keiner was vor Braucht ein Clip vom letzten Sprung Hat den jemand Digga du machst das hauptberuflich Mit Bugs kämpfen In Fortnite Das ist dein Job Ja In welcher Klasse bist du gerade Also nach den Sommerferien Dreizehze Der hat mich geschuppen Ich wurde hier gerade Habt ihr das gesehen Der war krass Der hat mich geschuppen Was kann das Der war Der war Was passiert wenn du geschuppt wirst Wenn ich geschuppt werde Dann Dann schuppt es mich Dann zieht es mich auch mal Bist du ganz unten Max Also keiner kann so gebrochen sein wie ich Sagst du wie es ist Ich bin unbroken Nein Achso ja Unbreakable bist du Ja Richtig Ja klar Ich bin einfach scheiße In dem Spiel Und ich mach es einfach immer Und immer Und immer Und immer wieder Ich kenn die Wahrscheinlichkeiten Ich mach mir hier nichts vor Ich spiel gleich noch viermal Vom Würfel Und dann mach ich morgens Wieder das auf Max Schaff es nicht Und geh nach vier, zwei Stunden auf Und hab es nicht gepackt Fertig Digga Ist das geisteskrank Ich kann nicht beim letzten Sprung gefallen sein Ich kann es immer noch nicht glauben Alter Dann kommt Romatka und Sebo Und sagen mir Der ist nicht schwer Ich dachte Sie sind beide schlafe gegangen Auf einmal sind sie wieder Beide live Sind sie wieder da Nachzutreten sind sie da Alter Für nachtritt sind sie immer gut Weil ich dir vertraut habe Alter Ich war sicher Ich war so Ich bin jetzt ruhig Ich genieße jetzt meinen Sieg Mein Feierabendbierchen Und Abfahrt Ich war unbreakable Mein ganzer Chat hat GG geschrieben Versteht ihr Mein ganzer Chat hat geschrieben GG Du kannst nicht mehr fallen Du hast gewonnen Du hast geschafft Und dann kommt ein letzter Sprung Und der bringt mich Straight up zum Spawn einfach Straight up Das ist so krass 2000 Meter bin ich gefallen Alle 2000 Meter Wenn alles voll im Chat ist mit GG Ist fett Ja das ist witzig Das ist wirklich witzig Das ist krass Aber stell dir mal wirklich vor Ich schaff es jetzt noch Dann ist man ja eine Tausendfach größere Legende Weil das hat ja noch keiner geschafft Irgendwie zwölf Stunden am Stück Die Map zu spielen Und dann es zu schaffen Weil man einfach In den Gaming Legastheniker ist Ich sag ganz ehrlich Sobald ich ein Game anmache Arbeit meine Gehirnhälfte Nicht mehr zusammen Ah warte Scheiß drauf Scheiß drauf Die Arbeit auch so Nicht zusammen Das ist übertrieben Du bist eigentlich gar nicht So ein schlechter Gamer Sage ich wie es ist Stellt sich immer mehr los Als du bist Also ohne Witz Fortnite Mobile Mit dem Touchscreen Auf dem iPad Hätt ich das schon Längst geschafft Hier Fucking Vollgeist Warst du auch echt gut Alter Bis du angefangen hast Deine Popel aus der Nase Zu ziehen Und sie zu essen Was zum Fick Alter Ja Warum hast du was gemacht Kannst du mich einmal Nicht auf die Worte Die du sagst Ich höre nur einfach Popel Essen Ich schalte jetzt Aber wieder ab Chef Strobel Popelt einfach Manchmal Und Stream Das ist übel witzig Der vergisst einfach Dass er streamt Oder so Also wirklich jetzt Der ist Popelt Ist die Popel Er macht es aber so Unauffällig Dass er so seine Hand Über sein Gesicht legt Dass er so indirekt Mit dem Daumen popelt Aber so voll tief Und sich so What the fuck Chef Und der weiß Was du da machst Manchmal muss man aber Auch einfach popeln Alter Kennst du das nicht Naja Das ist halt Ich hab mich so gefeiert Gerade Du weißt gar nicht Wie ich mich gefühlt hab Als mein Chat GG geschrieben hat Also wenn der ganze Chat Und GG schreibt Von mir Von ganz oben Nach von unten Ist halt krass Das ist also Ein richtiger Only up moment Die Käseplatte War das gerade für mich Und ich fall wieder Nach ganz unten Du hast die Käseplatte Vernascht nochmal Nach dem Hauptgang Darf es für sie noch was sagen Ja ich hätte ja nochmal Die Dessertkarte Oh die haben hier Eine Käseplatte Hast du bestellt Ist das so lustig Alter Wo hast du die Empfang Wir waren in Schottland Amar Seine Begleitung SU Ich Meine Begleitung Also mein Bruder Und so Und dann waren wir So richtig schön Restaurant essen Gucken Champions League Finale und so Richtig geiles Restaurant Wir waren dann so Epic Games essen Und sowas Richtig geil Weißt du Ja Und wir haben alle Den geilsten Nachtisch Überhaupt Alter Aber der Nachtisch War so scuffed Auf der Karte Hat keiner von uns Verstanden Was da steht Ja Alle bestellen sich Aber irgendwie Auf gut random Den geilsten Scheiß Ja Also so richtig leckere So Tiramisu Action Und so Richtig geiles Himbeereis Und sowas Echt heftiger Stuff Ja Und dann hat mein Bruder Gedacht Okay das sieht auch Echt lecker aus Und dann bestellt er Und da kommt einfach Die allergrößte Käseplatte Mit Stinkekäse und sowas Ja ja Stinkekäse immer Richtig Gammelkäse und sowas Und wir mussten so lachen Alter Genau das gleiche Hatte Chef Strobel und ich In Helsinki Mit Supercell Die auch eingeladen haben Wir waren so ein super tolles Wir haben gar nichts gecheckt Auch auf Englisch Da stand einfach nur so Brot und so Käse Und wir dachten das wäre so geil Brot und Käse Aber es war einfach eine Käseplatte Mit Cressinis irgendwie Und das war Das war nur so Delikatesse Käse Der so geisteskrank gestunken hat Die haben dann gesagt Wir müssen das Essen verlassen Beim Nachtisch Und sind zu Burger King gegangen Und da gab es wieder Ein Missverständnis Was kannst du aber beim Burger King Falsch machen Ne ne da gab es Ein riesen Missverständnis Die ganzen Nordländer Chef Strobel wollte sich So bei Burger King Ne es war nicht Burger King Es war Hens Burger Das haben die da So deren Fastfood Kette da oben Finnland Helsinki Ne falls Inland, Norwegen, Schweden und so Und da war so weißes Eis Und so ganz viele schwarze Stücke Und das bestellt er Weil er dachte Das ist halt McFlurry hundertprozentig Aber die feiern da oben Ja so richtig richtig krass So Salzlakritze Und das war einfach So Vanille-Eis Mit Salmiak Das war ein Salzlakritze Und er dachte Er hat Schoko Er beißt rein Und er hasst halt Zehn von Zehn Hasst der Typ Lakritze Und Salzlakritze Und er hat sich einfach Ein Vanille-Eis Mit Salzlakritzen bestellt Ey Ist das widerlich Klingt aber auch widerlich Wer haut sich sowas rein Alter Also ich find das gar nicht so schlecht Was? Lakritze? Salmiak und Lakritze Die garten Die harten Erwachsenen Lakritze Ja doch Loft Weiß ich aber auch Was die meisten nicht feiern Gut Ihr esst alle Oliven Oder so Ich esse fast alles Ich esse fast alles Aber auch generell so Ich hab kaum so Marziparzi Ja nur Also Marziparzi Kann man auch mal machen Aber wenn du das gut kombinierst Mit anderen Schoki-Stuff Aber so muss es einfach nicht sein Weißt du? Ist nicht geil Marziparzi ist schon heilig Was? Weißt du echt? Harz? Marziparzi? Marziparzi? Marziparzi Wenn du es geil kombinierst Kann das vielleicht auch mal sein Nein Auch einfach so eine Lübecker Nusstorte Einfach so ein Marzipan Oder einfach mal so ein Marzipan Oder ganz im Herbst Marzipan Kartoffeln Das sind einfach nur fette Marzipanstücke Was lernst du, Alter? Einfach nur so Oder Marzipanbrot Findest du das? Das ist einfach so ein halbes Kilo Marzipan Marzipan Einfach so Halbes Kilo Marziparzi-Masse, Alter Holy Shit Das haust du dir nicht rein, Alter Ja, aber selbstverständlich Ah, freilich Marzipan Ist einfach nur Mandel Gecruncht Mit sauf viel Zucker Und Fett Das ist ekelhaft, Alter Das ist echt eklig Marziparzi ist Esstier Ja, guck mal Miesgeil Marziparzi ist Esstier Aber wer das auch schreibt Ist auch ein Sebo-Viewer Sage ich auch, Alter Ja, könnte vielleicht sogar sein Was war das, Max? Frag mich doch nicht Frag doch nicht Da war mir gerade das Herz in die Hose gerutscht So, jetzt kommt der schwere Dampf Vier von vier Mal geschafft Wo bist du? Oh, Junk-Junction, hm? Schwerer Jump geschafft Nein, wie schaffst du denn immer? Leckt mich alle immer und immer wieder Five Oder Five Ich bin jetzt auch Junkie-Junk-Junction Komm, wir schaffen das jetzt einfach beide Und werden Legenden Motherfucker Ja, so wie beim Pokémon Opening Wo wir beide einfach noch ein Lugia ziehen Und dann aufgehen Das war echt so ganz entspannt das Tränen True, Alter Kann auch noch ein Lugia drin sein Ja, wir haben die letzten Booster Ja, krass, wir haben beide Lugia Okay, wir sind auch Hast du nicht zwei Lugias, Alter? Du Pastor, du hast einfach beide Lugias gezogen, Alter Ja, ich bin der Typ, der die Lugias zieht Kann man hier auch direkt lang klettern? Das ist geil Okay, das ist der Chilliger Warum ist dieses Spiel so verbuggt, Max? Bist du gestorben? Ja, er zieht sich, aber zieht sich nicht Naja, das ist ein Bug Ja, aber warum? Das muss doch nicht sein, Alter Ich heule, ich heule Ich war Junkie-Junction und bin wieder Eis 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 ist quasi Shit Ja, ist quasi Scheiße Sag's doch Fall auch mal für mich einmal, bitte Einmal nur Einmal noch, Max Heißt das gut? Erleichtert oder Tödlich kurz vor Warten sind? Viertel Fields, Mann Okay, das heißt erleichtert, schade Ich weiß nicht, was ist hier Leute, die Map hat Romatra gebaut Ich habe jetzt gerade erst verletzt Es ist 3 Uhr morgens Was dachtest du denn, wie spät es ist? Ja, keine Ahnung Irgendwie so halb zwei oder so Was ist das denn für eine Kacke hier gerade? Halb zwei? Was ist das denn für eine geschummelt? Also ich habe, was ist das denn? Ich bin, kennst du das, wenn du so richtig Schlafmangel hast und so voll im Arsch bist? Nee Ja, Schulzeit Dann bist du so, dann bist du so wie Romatra Gut, danke für den Vergeleicht You random einfach, ey Aber Okay Ich nehme die Sause hier jetzt nicht Das, was ich bei Romatra denke, ist dieses Näää Naja, so ist es auch Wie lange bist du live? Moini Try me Try me Elfeinhalb Okay, ich bin elf jetzt fast What? Was hast du vorher gemacht? Du, ich habe PSA Returns Kleines bisschen Fall Guys Und dann habe ich auch nur deine Map gespielt Ich glaube, du hast 2-3 Stunden mehr als ich jetzt gespielt Wie war Fall Guys mit dem Ping? Nicht so schön Das ist nicht so schlimm Witzigerweise, meine Map ist auch einer der meistgespielten Fall Guys Maps Deutschlands Rate, was ich an der Zahlung für bekomme Was hat Romatra gebaut? Ist der dumm? Hat er es nicht einmal getestet? Was ist das? Alter Ist das auch so eine gute Bezahlung wie bei Fortnite? Was denkst du? Weiß ich nicht, wie, was denke ich? Achso, an Wie viele Spieler hast du einlassen? Wie viele Spieler? Kann ich jetzt nicht sagen, sieht man nicht so Aber ich habe mit Abstand die meisten Plays auf dieser Map Da bin ich ziemlich sicher, dass in Deutschland keine Map mehr gespielt wurde Wenn man hier runterfällt wird man ganz runter Was glaubst du, was ich damit verdienen, Max? Julian, was denkt ihr? Mit meiner Vorbereitung? Ja, also 4.000 Ich würde das jetzt einfach mit den Fortnite-Zahlen vergleichen, aber ich kann heute keinen Richtwert so Du hast auch mal eine Zahl Oh, hier waren wir mega krass verpackt Und? Wie ist das einfach? Hast du die? Wir sind halt immer wieder hier gestorben, ne? In einem Monat Eineinhalb Vielleicht Druck kommt 20k Soll ich es sagen? Ich leag Ja Du leagst? Okay, okay Warte Ja, null einfach Da kriegst du kein Geld für Ist gut, ist gut Ist gut Das Geist ist krank, Alter Meist gespielte Map Deutschlands Juckt keinen Schwanz bei Vollgeist Ich denke, man kennt es Also, wenn Fortnite würde, ist es halt eine Goldgrube, so Ja Big Face Nee Ich meine, ich esse jetzt Kirschen Ist mir egal Kirschen, Kirschen wichtig Kirschen Wir wollen eine Kirsche essen am Abend, Alter, um 3 Uhr Ja, was denn? Ich überlege mir eine halbe Packung M&Ms einfach jetzt rein zu pfeifen aus Frust Max, du am Jungle Ja, mir auch Ich bin so am Jungle Ich finde den Bumper nicht Ja, ich habe ihn Ja, guck markieren Hast du erst mit mich gelächelt vorhin? Du Wichser Ja, weil ich so random runtergefallen bin Ich habe mir eine halbe Cola Und Pomben Gold Ja, du slankt alles Pomben ist nicht verkehrt, du Und die halbe Cola? Ich brauche mir jetzt ein VitaVate rein Großer Ich will auch noch in Lese stehen Hat die vorhin weggemacht Ich werde so versorgt Ich bin der größte Schnorre auf ganz Twitch Deutschland, Digga Mein Kühlschrank ist Mein Mini-Kühlschrank ist voll von Red Bull VitaVate Gunnergy Alles Also ich bin legit alles da Alles geschenkt Alles von den Jungs bekommen Absolut Wo seid wohl so Denkt ihr, wenn ich eine Nussallergie habe Dass ich den Kokos Seit wohl trinken kann oder nicht? Nur so eine Einschätzung Ich glaube schon Was hast du eine Kokosallergie? Ja, so gehen wir eine Nussallergie Und auch Kokos mit da drunter Also mit dabei Ist halt künstlich, ne? Max, du musst reden mit mir Max, bitte Max Oh, ich falle auch Max hat seinen Arbeitsplatz verlassen Der ist ultrasauer Der ist schon wieder runtergefallen Danke, dass du es mir sagst Ja, bitte kann ich nicht provozieren Der sah richtig sauer aus, okay? Ist er aufgestanden und gegangen? Ja, ja, ja Der hat das Headset abgezogen Und hingelegt und ist gegangen So, tschüss, ne? Oh Digga, aber egal was ihm passiert ist Meins war schlimmer, oder? Also dein letzter Sprung Von ganz oben bis ganz runter Ist das süßes? Ist immer auch schlimmer Ich genieße meine Kirschen Gott Ich glaube, da muss noch ein Vita-Welt rein, Alter Sonst geht hier gar nichts Was ist dein Lieblingssituation? Jetzt muss ich gucken, wie der heißt Da sind wir so Rangschnüsse drauf, Gämmels Jelpes Mehr Frucht Vanille Was? Vanille? Mehr Frucht, Wandel doch ist er Okay Ist aber ein Tee, ne? Ist jetzt nicht die normale Ah, achso, 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 okay Ich checke, ich check Ich habe mir so einen normalen Vita-Welt reingezogen Die sind gut zum Trinken, glaube ich so Also auf gesund So auf casual Einfach kurz durchgezogen Ich muss auf meinem Bus warten 20 Minuten Und bin zu Rossmann reingegangen Und habe so nebenbei so gesehen Jo, Vita-Welt Ne Pulle, komm Ne Pulle Vita-Welt auch mal Gönnt ihr eigentlich Ja Gönnt ihr ne Pulle Vita-Welt, Alter? Auf gesund Vita-Welt Jetzt Ne halbe Packung Pomme, Digga Krass Geil Und ne Cola Cola, ja Digga, ich Irgendwas Max, dann rede mit mir Max, du ziehst durch, ne? Es gibt keinen Diesmal ziehst du durch Was ist die Bestrafung, wenn du es nicht schaffst? Die Bestrafung ist, dass ich die Scheiße hier 4,5 Stunden spiele Das ist actually true Also das akzeptiere ich sogar als Bestrafung Da sage ich sogar Als Skeptiker ist okay Wenn du so ne Bruch-Challenge hast So, bisschen League of Legends Bisschen Fall Guys Bisschen Fortnite Hier und da Das ist okay Aber wenn du so 24 Stunden nur diese Map spielst Dann hast du halt Das ist die Bestrafung quasi Also selbst wenn ich es schaffe Habe ich trotzdem die Bestrafung kassiert Also ich krieg die Bestrafung so oder so Ich vielleicht Kann ich nen Schaden davon kriegen? Was hast du denn hier jetzt geholt? Ich hab grad Wasser getrunken Dafür musstest du aufstehen und weggehen? Krass Brauchst du mal kurz frische Luft Ich hab kurz eine geraucht auf dem Balkon Ich bin ne Fluppe angezündet mit meinem Big Feuerzeug Aber nur Marlboro Gold Alles gut Alles gut Warum kommt das bei dir, Mann? Der zieht bei dir immer Die sagt auch Ich nenne das ne Taktische, der nicht das Auf Lunge Hab ich nur gepasst Du Bastard Du hast mir die Schachtel geschnappt Aufgemacht Ja gegen den Stress Gegen den Stress erst mal eine Das war ja der echt Stress Da kam ich so ganz nervös und schnell Einfach so auf dem Balkon War ganz schnell Einfach so ne Kippe vernichtet Einfach zweimal ziehen und weg Einfach angezündet Und den Rauch in die Lunge Mega smart Sich einfach so ne So rauchst Und seine Organe zu pusten Das hab ich schon mal Ich dachte mir Das ist jetzt genau Was ich brauch Das ist Mega geil Ich hab mit 28 Angefangen zu rauchen Und bin jetzt Mega fertig Kann das wirklich nur jedem empfehlen Man muss sich aber Diesen Oger vorstellen Wie er da wirklich sitzt Auf dem Balkon Oder auf dem Stress Einer raucht Mein Nachbar ist zufällig Um halb vier auf dem Balkon Sieht mich da einfach Und ich rauch einfach eine Oh mein Gott Alter Junge Boah Ist das krass Aber jetzt geht's mir wieder besser Das lustige ist Das stimmt halt Genau das sagen die Raucher Immer Gegen Stress Ich zieh mir jetzt erstmal Einfach so ne taktische Rauchvergiftung Mega entspannt Die taktische Rauchvergiftung Die kommt auch mal Ganz böse um Drei Uhr morgens Alter Ich hatte sowieso Zu weiße Fingernägel Und Zähne Die sollten schon Ein bisschen gelber sein Ich hau mal rein Das Ding ist halt Ich bin jetzt Ich bin jetzt mal so 20 Und ich hab noch keine Falten Und dann dachte ich Nee, egal Dann scheiß drauf Dann fang ich jetzt an zu rauchen Dann bin ich in zwei Jahren Außer wie 40 Ich kann nicht mehr, Alter Oh, fuck it, Alter Ey, Bro, Leute Die mit über 20 Sogar noch anfangen zu rauchen Da denke ich mir so Bruder, was ist mit dir? Das ist krass Ich hab halt überlegt Ich rauch jetzt halt noch nicht So, aber ich hab halt überlegt Ich hab halt überlegt Dass ich anfangen zu rauchen Wenn ich Kinder bekomme Weißt du? Das ist einfach mal so Ich hab jetzt ein Kind Das ist jetzt drei Wochen alt Ich denke ich Ich fang jetzt erstmal an zu rauchen Vater sei nicht stressig, Alter Aber ich muss ja erstmal eine Kipp anmachen Ich bin auch gar nicht so krass fürs Rauchen Weil ich rauch halt überwiegend Bei mir nur im Auto Aber damit das im Auto nicht so stinkt Damit das im Auto nicht so stinkt Aber dann auch nur auf Autobahn Nur auf Autobahn Ich mach so Fenster auf So bei 220 Gramm Haar Und rauch erstmal eine So Pust dich so aus dem Fenster Nichts geht raus Und die Beifahrer hinten, Digga So Frisur Komplett Ja, ja, komplett Einfach so Asche Einfach komplett Asche in den Haaren Sorry Ey, Mann, Alter Scheiße, Alter Gott, okay Fokus, wo bist du? Wieder Fokus Ne Mäusti Meier, Alter Erst Mäusti Meier Dann Knast Ey Ich bin hier neu eingezogen Ich hoffe, die Nachbarn Hören das nicht alle Ein bisschen cringe Das hier ist halt krass Das kann hier keiner mich hören Ich hab halt Fenster offen Weil es so heiß hier drin ist Aber ja Jetzt hab ich Angst Sonst hat mich aber auch keiner, glaub ich Du hast meinen Hoop immer noch nicht gesehen Ich will deine Meinung eigentlich Ja, ja Schade Dass du so bist Ja, scheiß drauf Meine Meinung juckt dich nicht Doch, wirklich Ich weiß Natürlich juckt dich meine Meinung Wow, Alter Ja, weil du hast bestimmt ein super geiles Gaming-Zimmer Ich hab von all den Streamern, glaub ich, echt die beschissensten Gaming-Zimmer Ja, ja Alles ist immer voll mit Kartons und Tischen Mann, warum fällt man denn da runter? Ja Aber ich zieh ja im Winter auch um Dann hab ich Oh, ist das die Wohnung, wo wir geguckt Ah, das kann ich jetzt nicht sagen, ne? Ja, genau, darfst du nicht sagen Aber es ist auf jeden Fall so Da wird mein Studio Ich glaub dreifach so groß sein Da vielleicht arbeite ich doch auch mit zwei Setups oder so Stehst du? Zwei Setups? Zwei Setups ist groß Wieso kriege ich hier um drei Uhr morgens diese PS-Party-Vibes? Ja, Mann, das ist echt Fuso Also drei Uhr noch am Zocken, Alter Alle für sich, aber alle noch im Discord Hat was Bis die Rentner pennen gegangen sind, leider Reeps, was gab es da nochmal für Sprüche, die man gejobbt hat, als man jemanden kicken wollte? Wo? Was? In Playstation-Party Ja, oder war das überhaupt deine Zeit? Ich war Xbox-Partys Ach so, okay Sprüche? Ne, sag mal Ne, ich war auch nie Konsol-Ding Gibt's denn heute Sprüche oder warum? Bestimmt gibt's da irgendwie so Sprüche So irgendwas Ja, wie komm, du musst ja jetzt irgendwie Warum kommst du da jetzt auch? Guck mal oben links und dann So ein gekickt oder so Was wolltest du jetzt wissen? Hm Ich hab's mal so bis Playstation-Warrior Ja Ja Ich muss jetzt leider los Sag mal, du bist es Was ist? Alles gut Kurz Max Max, wo bist du? Ganz oben Du lügst Was ist du auch schon wieder, will ich wissen Junk Junction Du bist Junk Junction, Junk Junk Ich bin gleich Vettel Bist du nicht Du bist grad ganz runtergefallen, Digga Du bist am Spawn Und isst währenddessen Nein Ich kann jetzt stream nicht aufmachen, weil meine Tannels zu schlecht sind Junk Junction Ende Du lügst Ich ess nicht Und ich bin bei Junk Junction ganz oben Du brauchst grad ne Kippe, der Bastard Sag doch mal, was du isst jetzt, hä? Mahan Ein unglaublich weichen Keks Der ist so weich Stress Keks Er tanzt am Anfang Oh, Alter Okay Jetzt geht's wieder An's Eingemachte Wie faul nennst du mir meine Ein bisschen zu viel, ne? So kommt die nie voran Okay, am einmal Ende warst du mir viel ab Und Ben Hör auf zu backen, Alter Er ist eine bestemode aller Zeiten Weil immer gute Laune wieder Weil auch so ne freundliche Sonne dabei ist Und wieder rein Das war ein Das war mein Lieblingsemote Ich will dafür Blockflöte lernen spielen Ja, ich kann nicht mehr reden Ach, scheiß drauf, lieber So richtig fett geschmolzte Schokolade In meinen Händen Benutzt aber nicht meine Perfektion Hat von euch mal einer so ne Nein, ich hab's verpasst, was ist witzig? Ich krieg's gar nicht hin Was? Was? Was hab ich brauchen? Ich kann das Spiel gar nicht Ich kann das Spiel gar nicht Ich kann das, wie ich das probiere Ich schwör, ich kann das gar nicht Ich werd auch nicht besser Ich hab irgendwas Ach, Digga, ist das krass Wahnsinn Ach, Digga, wie oft will ich noch hier fallen? Ist das krass Oh, die Wolken sind Deko, ne? Naja, die Wolken sind Deko, heißt es noch Einmal drei Wolken, die sind Ich muss einmal ganz kurz neue Energie tragen Weißt du, was für neue Energie gibt? Ne Gippe? Ne Gippe vor allen Dingen Erstmal, klar Ja, was noch? Ja, das war's erstmal Du bist schon wieder ganz Brunzer gefallen Bis gleich, ich geh kurz deine Quarz Ich nehm mir kurz ein Lungenbrötchen Du hast nur den ganzen Scheiß her Guck dir das mal an, Leute Max war 20 Jahre auf dem Bau Als er hat die ganze Zeit Alle Sprichwörter für Rauchen aufgesammelt Guckt euch das mal an So ist jede Public Lobby Leute, probieren es halt Die denken sich Das wär so schwer Guck dir das mal genau hier an Guck mal bitte Guck mal bitte Und runtergefallen Und runtergefallen Da ist der nächste Lungenbrötchen Oh, krass auf dem Baumstamm Oh ja Oh ja Und runtergefallen Pass auf, welche Da chillt einer So, da kommt der nächste jetzt Zack, drauf Und Okay, geschafft Gut, rüber Und runtergefallen der Und runtergefallen Super Und da ist einer runtergefallen So, da kommen die nächsten Sehr gut auf den Busch Und da ist einer runtergefallen Runtergefallen da hinten Runtergefallen Das ist eine Dokumentation von schlechten Spielern Ich bin hier Public Matchmaking Ja, ja Von schlechten Spielern So sieht jede Public Runde aus, Leute Die Map Da ist jemand runtergefallen Die Map Und er ist runtergefallen Die Map ist einfach 50.000 Und er fällt runter Runtergefallen Nächster Versuch Zack Und runtergefallen Runtergefallen Der Nächste ist runtergefallen Jetzt kommt da noch einer Und er fällt runter Er ist runtergefallen Und runtergefallen direkt Da ist jemand runtergefallen Links Er versucht es von oben nach rechts Super, macht er das So, dann haben wir hier da unten Die Nächsten Da ist einer gerade runtergefallen Direkt Runtergefallen ist er Der sieht Der sieht krass aus Der könnte es jetzt Bis nach ganz oben schaffen Hier links haben wir die anderen wieder Und runtergefallen Und runtergefallen 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 Es regnet Es regnet Fortnite Skits Runtergefallen Und hier sind nur 10 Leute Hier sind nur 10 Leute in der Lobby Egal, nächster Try Das machen die auch seit 12 Stunden Runter Er ist runtergefallen So, da sind immer noch Oh, Track runter 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 Drei Leute runter Runtergefallen Jetzt da Runtergefallen Und runtergefallen Fisch runtergefallen Auf der Laterne Und runtergefallen 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 Der Nächste Macht einen guten Run Runtergefallen Fisch jetzt zum 10. Mal Er kann es schaffen Klasse Großartig Oh, da ist der Nächste Runtergefallen Da ist wieder auch einer Oh mein Gott Ist der runtergefallen Der ist runtergefallen 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 Digga Die schaffen nicht Einen Busch Die schaffen nicht Einen Busch Runtergefallen 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 Ach, und er ist runtergefallen Das ist so krass Ist das krass Du schaust dir eine Random Lobby an Ja So sieht jede Random Lobby aus Unsere Map ist 1000 Level zu schwer So sieht jede Random Lobby aus Aber sie sind trotzdem drauf Das ist der Support, den wir brauchen Ja, das ist der Support Das ist wichtig Du darfst sie nicht entmutigen Du musst sie anfeuern Ja, das ist aber krass Hey, der da auch so die Mode Sehr gut, komm mit Jetzt ist halb vier in der Woche Was machen wir hier? Das ist mein Job Ach man, Alter Aber mir krass Ich habe hier einen Freund gefunden Der Arbeitslose Freund am halb vier an einem Dienstag Was ist für ein Wochentag heute? Was ist denn heute? Mittwoch auf der Nachsag Ja, Mittwoch auf der Nachsag Ja, Mittwoch auf der Nachsag Ja, Mittwoch auf der Nachsag Da sind nur noch 280 Leute auf dem Web Um die Uhrzeit Heftig Haben die da Spaß dran? oder ich glaube die hälfte spielt nicht und die hälfte ist aber auch gut ist gut sehr gut so julian du hast doch geschafft inzwischen einmal nein nein oder verpackt wie du sehen bei mir funktioniert sie wunderbar perfektionistisch denselben peter jemals wie beim ersten waren gerade den bouncer the twist auch sehr sehr geiler track auch geiler oder was ist hier los man der twist ist krass habt ihr schon oppenheimer geguckt naja lama glocke auch unglaublich fett ich fand es so ok ok kann man gucken aber hat dich nicht überwältigt so denkst du ok drei stunden sehr viel dialog interessant trotzdem sehr interessant so was er was generell da so ab ging aber ist jetzt keine ahnung war jetzt nicht so dass er mich umgehauen hat ok ja äh willi sitz eli reapers alle hat er nicht umgehauen aber der hat verdammt große bewertung auf rotten tomatoes und das ist tatsächlich bei trashigen film ist mir rotten tomatoes egal das ist ja immer so die beste aussage der filmkritik ist mir jetzt egal so ein morbius finde ich trotzdem geil auch wenn der glaube ich der am beschissen bewertetste film der letzten zehn jahre oder so war was ich einfach superhellen scheißegal finde ich weiß dass der trashig ist ich meine das ist ein fucking marvel vampire film keine ahnung wie krass kann der sein der wurde halt weg beleidigt ich fand ihn eigentlich so kacke ähm aber bei so krassen filmen wenn die da eine gute bewertung kriegen da setzt sich schon viel drauf ich wirklich viel ich hab äh aber bisher sagen alle alle sagen mager echt das kostet ein film hä war in letzteren Saktion jeder Film 4 Euro ne ich hab gestern für Ticket 15 Euro bezahlt dann haben wir Snacks reingeholt ja sonst wär das noch um 15 Euro teurer ich hab hier vor mir noch so Gutscheine liegen für 2x1 Liter Soft geht kein Kino ja hau dir das doch rein alter Barbie hat mittlerweile doppelt so viel eingenommen ne wie Oppenheimer das ist auch ein Szenen alter ist Barbenheimer bitte Barbenheimer ist der überhaupt wirklich gut oder hatten die Leute ja mal mehr Bock auf den Film keine Ahnung also bei Barbie ist halt Ryan Gosling ist halt ultra geil Barbie ist aber gut hast du geguckt? magst du was? ne aber den äh sollen auch viele gucken ich guck mir mal Filmkritiken an hier sollen auch Leute gucken die mit Barbie nichts am Hut haben das ist scheißegal den werd ich so gucken auch ich hab nur keine Zeit hier irgendwas zu gucken weil ich die ganze Zeit ähm entweder auf Festivals bin oder irgendwelche Maps versuche und ich noch nie eine geschafft habe du hast echt noch nie eine Map geschafft wie witzig du hast echt noch nie eine Map geschafft wie witzig du hast echt noch nie eine Map geschafft außer Only Up ich hab noch nie eine Map geschafft außer Only Up außer Only Up außer Only Up ok ich finde aber auch die Schauspielerin Margaret Robbie ja die ist sick die ist die ist die ist sick hast recht die ist krass die hat ja alles gespielt sowohl Wolf of Wall Street Wolf of Wall Street dann haben wir noch ähm Harley Quinn äh ja genau und jetzt gerade auch ganz frisch Babylon wie ist das Ding Babylon wie irgendwas Babylon oder? keine Ahnung nicht geguckt denke ich mir wie viereinhalb Stunden der Film oder so was das war auch krank halbe Leben halbe Leben in der Film halbe Leben in der Film halbe Leben was war das denn das gefickt mich auch einfach ich bin von unten durch das Ding gezogen Spielst du jetzt in der Public glaube ich mit denen oder das? Nein bin wieder rausgegangen oder irgendeine Melodie aber stell mal wirklich jetzt mal wirklich vor ich schaff's jetzt noch kann ich mir nicht vorstellen die Schnauze Irgendwann irgendwann kommt der Run wo er es schafft so ja das weiß ich halt nicht der gibt Feuer auf sag ich auch ich bin äh sauer auf Fatal Fields das ist ja geisteskranke Arschritze die Abkürzung ist super random und die nicht Abkürzung geht gefühlt gar nicht bisher noch keiner geschafft doch 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 also die Abkürzung ist wenn man weiß wie sie geht ich weiß ja nicht wie sie geht ja äh wenn du da bist erklär ich sie dir gern gut der Fatal Fields die Abkürzung? ja ja die wo man da hochgebounced wird aus dem Feld draus? genau Naikles vielen Dank für den Raid um halb vier in der Woche mein Problem bei dem normalen Weg war halt dass es da so ein ein Ding gab wo ich immer zu spät abgesprungen bin weil ich dann halt gar nicht abgesprungen bin weil da war dann auf einmal die Hitbox weg ja ja das muss man fixen ah diese diese Heuballen ne 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 nicht Heuballen das war dieser Turm der quer ist der Turm ganz an der Spitze keine Hitbox die Windmühle ja genau ach so ja ganz an der Spitze keine Hitbox und da bin ich halt drüber gelaufen und tot das geht gar nicht so was das geht gar nicht Romantrat gefuscht sei mal ehrlich Julian mhm das ist doch einfach ein No-Go das war einfach gefuscht oder? ja also ist es gefuscht natürlich I mean ist dann gibt es uns das mehr Spieler oder führt das eher dazu dass Leute denen das passiert dass sie aufhören gibt es das den Spielerzuwachs oder den Spielerabwanderung sei mal ehrlich was glaubst du? ja also psychologisch gesehen guck mal muss man die halt auch irgendwie so ranziehen und das ist halt einfach verarsche so verarsche genau kriegen wir durch verarsche mehr oder weniger Spieler ja weniger gut durch die reale Fails da lässt man sie planen weil man die erkennen ok ich muss aber besser sein hat man falsch gemacht wenn du weit springst und zwar da ist am krassesten da ärgerst du dich am allermeisten wenn du zu weit springst ne weit springen zu weit springen ist krass ich verstehe nicht bei den vierten Fieldpumpern fliegst du immer zu weit oder was? was meinst du? welche Bumper bumsen dich denn immer? was ist es? alle warum hä? ich kann Bumper nicht ich bin noch nie bei nem Bumper gefallen aber immer weil ich dich hochziehen kann check's nicht warum hast du nicht meine Probleme? ich hab nicht die Probleme gar nicht ich hab nicht die Probleme gar nicht deine Probleme zu haben wär auch ein Arsch aber kein Internet ja das stimmt das wird nicht appreciated sag ich auch ich werd nur belächelt dass ich watched bin Arsch 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 alles vorbei Arsch Sola wie ich die Map spiele hat Max die 40 Sub schon verdient alter sag ich dieses ja ja das ist kacke alter also bringst du auch runter bei 40? ja wenn er es schafft kriegt er 40 also wenn du es schaffst kriegst du 40 wenn Julian kommens schafft kriegt er 4 ok ey das sind die jetzt nein was hatten wir gesagt? du hast dich schon 5 mal geschafft krieg ich dafür was? wir haben gar nichts gesagt wir haben gar nichts gesagt wir haben gar nichts gesagt gut dann kriegt auch gar nichts super find ich auch irgendwie besser danke ich aber schon gefickt wurde jetzt auf der Map das kannst du nicht zusammenzählen Digga also wirklich nicht aber ein paar Clips haben wir schon gesammelt die witzig sind der Sprung war clean kann man von da wirklich auf den dritten Würfel? nein kann man nicht what? man kann maximal also ich habe schon sehr gut getestet wie der Bumper in alle Richtungen funktioniert aber selbst wenn du von der anderen Baumkrone springst mit Sprinten in die Richtung schaffst du es ich glaube maximal zum zweiten den schweren Würfelsprung hast du immer drin also den schweren Würfelsprung hast du immer drin und das ist sehr sehr nervig sich so hin zu positionieren dass der Bumper einen auf einen von den Würfeln schießt also das kostet nur Zeit gut gut ich stehe mal wirklich vor ich pack es jetzt Max wann kommt wann kommt dein Energydrink raus? hatte ich gerade schon wir haben 22,30 einen großen reingehauen wann bringst du einen eigenen raus? nein der ist so verklatscht der ist echt verklatscht ein bisschen okay dann Eistee wann kommt der? Eistee nicht ne Eistee nicht Power Raid keine Ahnung man sag doch was Power Raid nicht nur Level Up oder nicht? Aumee bestimmt das ist Level Up Aumee hat nicht viel mehr Kaugummi Kaugummi haben schon viele krass wenn man sein eigenes Wasser rausbringt wasser ja hat noch niemand gemacht hat irgendwer schon sein eigenes Wasser rausgebracht? ich denke nicht ich hab auch übel Arsch wo kommt man das ganze Wasser denn her dann? würde halt so krass würde so krass weggehatet werden für Wasser? ja hundertprozentig ey Wasser ist das bestige Trang überhaupt es klingt so viel Wasser immer ja ist es ist es auch aber du wirst trotzdem weggehatet werden echt? keine Chance boh ich war äh letztens vor der Ventuga im Urlaub und äh da gibt es einfach am Flughafen gibt es nur Wasser von Nestle krass wo ich mir halt dann denke so hä? so trinke ich das dann legit einfach aus den Brunnen von den Leuten raus wenn ich dieses Wasser kaufe ja das ist doch shit ich nehme jetzt vor egal ob ich jetzt noch fest hätte oder nicht versuche einmal zumindest die Map durchzuspielen ja das ist das ist ein guter Anfang weil dann wie schaff ich nicht? schaffst du nicht was wärst du? ich weiß doch dass du du weißt doch dass du washed bist du willst jetzt noch die Map durchspielen ja das wäre auch gut für dich weil dann siehst du dass es immer noch machbar ist ja ich versuche es heute auch nochmal ich hatte die Map durch und wurde von Sebo und Humatra verarscht ja verarscht? was haben die gemacht? wir haben gesagt nach den Würfeljumps kannst du nicht mehr runterfallen vom Ding her ist alles dann piss easy und du wirst immer abfahren dann kommt ein maximaler Range Jump ja dann kommt so ein Range Jump plus die Platte bewegt sich so leicht nach unten sprich wenn du nicht richtig abspringst dann fällst du einfach und wenn du dann fällst ganz am Ende fällst du auch bis zum Boden komplett durch mhm war witzig war witzig für mich mein ganzer Chat hat schon GG geschrieben scheiße mhm aber ich war auch zu locker ich war so ja ok es kann ja nichts mehr passieren ich habe vertraut ja bin einfach nur durchgejumpt ich war so ist mir egal alles locker das habe ich gebraucht Max bringt Tabak raus fühl dich auf will dich auch fühlen Shisha Tabak Shisha Tabak ja erstmal Traubeminze von Trimax the double G alter boah nach der Cannabis entkriminalisierung eigenes Haze einfach ach du scheiße das wird hundertprozentig einer rausbringen try Haze alter try Haze will ich tryn halt zwar nicht so viel vom Kiffen aber try Haze wow das sehe ich auch der Influencer würde als erstes Gras rausbringen aus der Rohart Junge Monte würde CBD bringen safe straight CBD ist auch cool ok cool true ja CBD ist in Ordnung beruhigendes Aloe ja viele Freunde die haben es geschafft durch durch CBD mit Kiffen aufzuhören basically kann ich mich hier retten? kann ich mich hier retten weißt du das zufällig? ja wo du bist schau ich mal um schau ich nochmal weiter um boah ne doch 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 versuch auf die versuch auf die Mauer zu springen auf die Eismauer Fody ist 8 Meter hoch man ja wenn das nicht geht dann müsste die Zone ja ne wenn das nicht geht dann kannst du dich nicht du kannst wenn irgendwie die Wolken entlang laufen versuchen aber du kannst nicht auf allen Wolken stehen halten die mich? ja manche schon manche nicht die kleinen halten dich besser als die großen ja 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 gut perfekt atmen also die Map war wirklich auch ein totaler Bruch bei den ersten Tests ja aber schau du knackst jetzt bald diese erste 12 Stunden Marke wo du dann auch wirklich spielst wir haben vorhin eine Stunde Pause gemacht ungefähr äh danach solltest du diese ja logisch schaffen was? ja weil so so alle Leute haben sie gefühlt nach 12 Stunden geschafft ja die meisten können auch das spiel oder nicht? ja ich ich bin auch schon 8 Stunden dabei Digger internet hin oder her ich konnte Fortnite auch gar nicht als ich wieder angefangen habe äh Spiel zu bauen so von der Mechanics her kann Fortnite auch immer noch nicht konntest du auch noch nie ja du bist halt 500 E-Sportler und kannst kein Fortnite ha 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 du machst bei jedem Cash Card mit ha 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 da kracht's das ist so krass das ist so krass vorher hat nur so coole OG Sachen Props reingebracht so dass man sich an Fatal Fields, Pleasant Park, Towers erinnert und sich so freut fällt einem gar nicht auf ich hasse jetzt einfach nur noch jedes ich hasse jetzt einfach nur noch jedes Propf wo man überall schon mal runtergefallen ist ich hasse alles ich finde deinen Lava Schädel und den Drachen finde ich sehr schlimm das ist mein das ist mein Hassmodul ich weiß nicht warum aber ich komme darauf nicht klar was? das ist das allerleichteste alter ne ich weiß nicht das ist so mein persönlicher Endgegnet den Rest finde ich ultra easy aber das das Lava Modul finde ich echt nervig da bin ich schon am öftesten öftesten gefailed Lava Modul du meinst jetzt ja auch den Meteoriten da ne? ja 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 ich weiß ich weiß nicht es ist für alle sagen bis jetzt immer dass sie so am einfachsten finden aber für mich persönlich ist irgendwie ich kann auch nicht irgendwas check ich da gar nicht ja jeder hat mal seine Nemesis ja bei mir sind sie Bugs die Bugs sind böse die Bugs sind immer der Endgegner bei mir ist es Chef Strobel und Omatra eigentlich nur Omatras atmen und Chef Strobels Aussehen ich weiß ganz genau was du meinst Bruder what the fuck man bei mir schiebt das Game ich hab schon wieder gefailed beim Lava Ding also bei mir ist es überwiegend am schieben komischerweise das ist der Nikotinflash ja wirklich bei Max ist das einfach der Nikotinflash alter ah kracht's die Musik nervig bei mir läuft so lange schon The Weekend ich glaub wirklich da schon Wochenende ist alter ist das Geisteskumpel was ne scheiße richtiger Fiebertraum ey ja tschu Fiebertraum Mann Ketchup und Senf lass mich los magst du siehst so gebrochen auch raus ja der war halt ein Nah er dachte er macht so Ankündigungen 24 Stunden vielleicht so aber er wusste gar nicht dass da wirklich vielleicht was dran ist er dachte er machts locker früher er war ein Nah ich hab mir auch gedacht dass das Easy früher schafft ich hab mir schon gedacht dass ich es nicht schaffe nein glaub ich dir nicht doch wirklich da dachte ich das geht so oder so aber dann ist es deine Einstellung hier ist es wirklich ganz doll ja hier sind es eher die Bugs als die Einstellungen das sind nicht Bugs das sind die Bugs nein Bugs du bist es nicht ich stell mir jetzt einfach vor ich bin Chef Strobl und ich sitz im Baller und du Earning checkst jetzt alle richtig ich wette ich hab mehr Earnings als Chef Strobl oh erst mal geEarnings checkt jetzt ich kenn meine Earnings nicht aber ich wette was hat er schon an Cash gemacht ey weißt du welch im Game ich am meisten Earnings hab Fall Guys Fortnite Fortnite also Fall Guys dann Minecraft Clash Royale ich bin so hässlich wie kann man so ein hässlicher Bastard sein Brawl Stars dann Black Ops 2 okay äh ja ok Apex Legends Apex Legends nein das ist zu random ach wegen den Twitch Turnieren ja ja ich hab da 5 Twitch Rivals mitgemacht überall Preisgeld mitgenommen krass wie viel hatten die denn im Price Pool alter auch schon mal fett eigentlich ja 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 nice wie viel hast du denn da mitgenommen ich hab auch noch AP ich hab auch noch Earnings in Hyperscape in Hyperscape geiles Game gewesen ist das gefloppt alter ja so viele Battle Royale Games sind so gefloppt das war auch so Battle Royale aber mit so krankem Movement und so shit und du konntest so so wie dieses Splitgate oder wie auch immer das heißt ja ne Splitgate war ja eher so ein TDM Ding ja ja aber so movement so crazy so du konntest halt auch mal so 600 Meter nach oben jumpen so keine Ahnung alter geiles Game hier ist grad richtig Alarm wo bist du? kurz vor Junk Junction hab ich mir fast runter gefallen gerade du kommst so clean immer schnell zu Junk Junction ne ich hänge mal unten ne Stunde fest bevor ich da einmal bin ich nicht einmal die Stunde bin ich Junk Junction einmal die Stunde kein Spaß alter ich bin da dauerhaft ich bin da dauerhaft aber dann zackst du alter was füllst du was passiert bist du gefallen das war so ein nein ok ok man er ist ganz unten ha 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 ich bin seit 2 Stunden hier unten ey ich bin wie dieser Public Lobby ich bin wie dieser Public Lobby das brauche ich von dir Max bitte lüge mich nicht mehr an ich brauche alles ich komm nicht mehr zum Paare Junge ja kacke man so geht es dir doch auch alter das will ich auch nur von dir hören das finde ich auch das schwerste Modul sogar ja finde ich auch also real talk jetzt der ganze Anfang ist einfach generell schwer viel schwerer als der Rest der Map so es gibt nur einen wirklich sauschwereren Jump der so konstant einfach sauschwer ist und das ist dieser Triple Auto Blöcke da bei Junk Junction wo du so Pixel Perfect Jump musst der ist wirklich sauschwer das ist so der schwerste Jump der Map und ich habe jetzt die ganze Map gesehen also bin ich mir ziemlich sicher ja da stimme ich zu Romatris Jump ist schwerer Romatris ich bin auch bei dieser Abkürzung welcher Curved meint so aber da ist ja safe der Curved da ne ist hier bei der Abkürzung den letzten Jump auch anspruchsvoll welche Abkürzung 50 Abkürzung Keulimi Meule äh bei der Eiswürfel Abkürzung der dritte ach den Würfel da ja ja der ist auch richtig scheiße ich habe ich nicht einmal gemacht weil die lohnen sich auch gar nicht doch die lohnen sich sehr dick also von der Zeit her echt 30 Sekunden meinen doch alle ich bin jucken 30 Sekunden du brauchst länger als 30 Sekunden länger als 30 Sekunden ach das gibt das ganze Labyrinth ja ok aber Labyrinth hä da bist du doch voll safe Labyrinth kannst du ja nicht runterfallen ja ja klar aber du es gibt halt den Weg zum Labyrinth und vom Labyrinth wieder weg einmal diesen ganzen Kreis den drumrum läuft kannst du mit diesen drei Sprüngeln auf einmal es gibt für Speedruns sehr relevant einfach nur durch der Gas ab ja ja das wie gesagt für Speedruns halt ist das sehr sehr krass sonst äh ist eigentlich scheißegal wir werden hier bis 6 Uhr morgens noch mindestens sein sag ich nein 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 ich geh pennen du gehst nicht pennen sammeln sammeln? ohne pennen Max alter what the fuck was will ich mit pennen aber dann werden die Stunden nach oben aber dann werden die Stunden oben laufen halten nein wer pennen ist das dann ist das einfach Stream du gehst schlafen und machst einen neuen Stream ja 24 Stunden Stream ja nein das ist keine Challenge und auch wirklich lachauhaft wirklich jetzt es ist keine Challenge es ist nur eine Bestrafung es hat nichts mehr Challenge dazu es ist einfach eine Bestrafung nur ja aber du gehst schlafen du bist bei voller Energie und es ist keine Challenge du streamst aber ich könnte es so machen aber ich habe dann ist halt schlafen was im Arsch danach ne du kannst ja pennen so 4-5 Stunden und dann gehst du das geht schon ja genau einmal geht ja nicht viel 4-5 würde ich sagen aber nicht jetzt sondern um 18 Uhr Digga du gehst jetzt nicht schlafen hä willst du mich verarschen um 4 pennen 4 Stunden und um 8 geht es weiter 4 pennen alter ist das geistes echt random das ist echt turbo random um 4 pennen geht es random eh um 8 pennen um 8 Uhr morgens ja ja 4 Stunden das ist dumm oder um 10 weißt du was dumm ist diese Bugs warum ist dieses Spiel so verpackt alter ich spreng ganz normal und fall runter ganz normal don't hate the game hate the player ja ok ich hab fall ich bin falsch gesprungen ja ich bin falsch gesprungen alle schweren Jumps geschafft alles was schwer ist geschafft und dann klettert er nicht kein Sprint kein nichts es ist so verbuggt Digga ist das geisteskrank wie soll man das tanken wie soll man das tanken wenn man nichts dafür kann beim Fallen wie wie warum wird mit der Zeit der Baumjump immer schwieriger ich mach jetzt was verrücktes welcher Baumjump wir fängt jetzt an zu rauchen ich mach jetzt so was allererstes mal allererste mal die Würfelabkürzung also beim letzten ist es nein auf die Wolke ist leicht oder was nach dem letzten ja 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 easy der letzte Würfel ist der harte er ist einfach geworfen der first try wow du hast die Eisläufe gefasst wie leicht die hat Sebo noch nie geschafft geschweige denn Romatra Wer ist Romatra Romatra dafür dass wir die rausnehmen ja keine Ahnung wie ist das Eiswürfel ja die Eiswürfel die hab ich jetzt auch gerade gebraucht Alter ich brauch den Timesafe wo du ne 85%ige Chance hast Julian ah ok gut soll ich dich Julian oder Com nennen oh hab ich dafür so lange gebraucht um den zu verstehen Alter ja was du beziehst es auch gar nicht du hast einfach nur ne geisteskranke Schlafparalyse über Schlafparalyse macht man sich nicht lustig du Bazzi morgen wenn ich jetzt angefangen haben Leute Bubaz zu nennen ey ja auch man Bubaz zu brauchen Alter um 4 Uhr morgens Nämlich Anton oder so das ist ok aber Bubaz was im Namen steht was nix es ist so verbuggt als das unbedingt wieder umbenennen ey gleich werden so die Nachbarn hier spawnen Alter ja neu eingezogene Nachbarn auf Stress was aber ich kann hier keiner hören es ist ich gleich ab ich hab ich hab keine Tänke am Lauf warum bin ich hier ich hab auch keine Challenge am Laufenden du lach auch 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 ja ja was ist was war gestern komm guck mal erst musste ich um viertel vor vier aufstehen für diese scheiß Fahrstunde oh 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 hatte die Fahrstunde hast du getweetet dass die gut war hab ich gesehen ja das hab ich das hab ich die war gut dann hab ich an meinem Handy gechillt kurz gechillt weil es zuhause war dann war es dann wieder halb acht bin dann nochmal pennen gegangen geh dann am nächsten Tag nochmal also geh dann am selben Tag nochmal pennen wie oft gehst du pennen alter ich hab nur gehört wie der den ganzen Tag nur pennen geht alter ja ich hatte den Fahrstunde von vier Uhr morgens auf fünf Uhr morgens und hab dann erst mal 80 Stunden geschlafen und dann war ich pennen und bin ich aufgestanden am Handy war pennen ich hab nichts gehört Julian nichts was hast du geschlafen hast alter bin ich in 14 Uhr aufgestanden obwohl ich um eins schlafen gegangen bin einfach weil mein Körper von selbst nicht aufgestanden ist ich wurde geweckt um 14 Uhr 14 Uhr krass ich fühl mich hier als würde so ein Stream als würde hier Subway-Surfer laufen die ganze Zeit und irgendwie als würde ich Seife schneiden der Chat sieht wie so satisfying Fortnite-Gameplay alter mit nur Seife geschnitten grad wir reden Max darüber wie er überlegt anfangen zu rauchen alter und ich fall wieder runter weil ich lache ich bin so was mir aber auch passiert alter bei den Tests habe ich mir eine Kippe gedreht zum allerersten Mal Wahnsinn das ist echt die Zeit die Map die also ich habe nicht angefangen zu rauchen aber die Map hat mich dazu gebracht mir eine Kippe zu drehen das war einfach äh einfach nötig in dem Moment oh mein Gott wo habe ich mich gerettet die Konzentration ist ich sehe ich sehe ich sehe ich sehe Sachen Same ich sehe Kanten überall auf einmal in der Luft ich will mich auf einmal sehr hochhangeln das ist aber nicht gut ich werde so vom hochgrappeln träumen und so Angst haben dass ich runter bugge beim Grappeln ich auch ich werde immer im Schlaf auch immer so aufspringen und so ins Leere grabben einmal ich versuche mich ganz einfach irgendwo hoch zu ziehen und er zieht sich einfach nicht hoch alter Digga stell dir vor ich ja und da zieh ich mich nicht hoch das ist so ein Albtraum das ist so ein Albtraum das ist so ein Albtraum du denkst die ganze Zeit oh da zieh ich mich jetzt hoch drück das Leerzeichen und er zieht sich nicht hoch du fällst weiter ich bin so gut zergefallen oh nein diese aggressive ich bin wieder am Spawn ich kann nicht mehr also wenn du das heute noch schaffst das wäre halt krank ne Max das würdest du sagen wie viel wie viel Prozent stärker schlägst du deine Leertaste inzwischen als am Anfang ich habe mir schon den Finger kaputt ich spüre meinen Paddelfinger auch nicht mehr der ist komplett blutunterlaufen alter oh Gott ey zumindest habt ihr nur den Bruch auf dieser Map ich muss morgen ein Turnier spielen wo jetzt eine neue Waffe rausgekommen ist eine neue Piste ist die über 120 Metern 180er Headshots macht und die Insta-Kick ist das sind die größten Sorgen von Julian das sind Julian-Komm-Sorgen alter ja das sind seine Sorgen geisteskrank alter und plus die Render Distanz von allen Leuten man einfach geringer gemacht man kann ich chill jetzt hier ein bisschen im Krometen ja ich chill morgen nur ein bisschen da sieht man mich okay ich nehme morgen an einem Kapteil und schieße nur in Büsche mit der Piste das ist krass ich werde dich suchen und ich werde dich finden ist hier alles doppelt mittlerweile alter sag auf erstmal ne Ziese ne Ziggy alter ne kleine Ziese ich sehe völlig schneue Hindernisse die sind gar nicht da ne ja ja ich bin so weit wie ich kann ins Leere ins komplette Leere springe ich eine Stange diese dumme Animation wie er sich auch hochzieht als wäre das so voll leicht in real life ich hab von real life würdest du dich so hochziehen ja der drückt sich einfach so hoch als würde er nichts zwiegen alter aus dem Wasserbecken raus ist so alter selbst im Wasser könnte ich diese Bewegung nicht machen alter ja ja stimmt Junge der Fisch macht seit 10 Stunden muscle-ups einfach das ist krass das Geist ist krass Tilted Towers mal wieder endlich vielleicht lange nicht mehr oder? what the fuck aber stell dich mal wirklich vor ich schaff's jetzt noch ne die Motivation geil ich bin wirklich der Überzeugung dass es Max schafft auf jeden Fall hinfall Frage der Zeit mein Bester Frage der Zeit mein Bester In den 24 Stunden? in den 24 Stunden Es muss nicht unbedingt eine Frage der Zeit sein also Sebo hat es geschafft das musst du dir nochmal in den Kopf rufen ne Er hat es schon zweimal geschafft. Der ist der 5 schnellste Speedrunner gerade auf der Welt. Er ist Platz 5 Global von den Speedrunnern. Zweimal Eiswürfel geschafft, Back-to-Back. Die sind gar nicht so schwer. Warum habe ich die nicht vorher gemacht? Strom, Strom. Ich schaff die Map jetzt. Das ist der Try. Following since 23. Dezember 2016. Was, was? Redest du? Mein Following, seit wann ich folge. Das ist sick. Max, folgst du seit 2016? Dezember 2016. Digga, da warst du zwölf. Da warst du nicht mal zwölf, da warst du zehn oder so. Nicht mal zwölf. Du hast mir mit elf gefolgt? Ja. Ja. Das ist wild. Jetzt bist du 23? Ja. Warte mal, warte mal. Das ist nicht 23, Rian. Ich bin 23. Er macht grad seinen Fügerschein. Seit zwölf Jahren voll. Ich mach nur sieben Jahre Twitch. Warte. 2016. Welcher Monat nochmal? Dezember? Dezember 2016. Das ist sick. Hast du mit elf einfach gefolgt? Du hast mir den ganzen Tag zugeschaut, wie ich Clash Royale spiele. Ja. Ist das geil. Hey Leute, aber das ist wirklich so. Das sind viele. Das ist immer noch ein Großteil der Community. So wie Julian. Wirklich jetzt mal. Das ist so ein Prototyp. Ich weiß nicht, wie lange ich schon dabei bin, aber den ersten Eismagie aus der Free Test habe ich mitbekommen. Ja, guck. So. Da waren alle irgendwie so elf, zwölf, dre... Ja. So zehn bis dreizehn. Aber die sind dann jetzt alle zwanzig und haben alles Abitur nicht gepackt. Ey, ich bin 18 jetzt. Ja, krass. Ab dem Zeitpunkt, wo... Wo Clash Royale auf Android kam. Den ersten Tag, da... Das ist krass. Ich bin jetzt bei den Skiern. Ich seit ich mein erstes Handy hab eigentlich. Das ist auch sehr gut. Da hab ich auch angefangen, Max schon zu gucken, ne? Digga, was ist da... Ja, Conard war noch krasser. Der hat sich richtig, richtig doll gefreut, dass du ihn gegrüßt hast. Geil, das ist wichtig. Junk... Fucking... Motherfucking... Fucker Junction. Wow. Bist du jetzt wirklich da oder lauerst du wieder Scheiße? Er ist wirklich da. In Spawn. Okay. Ja, aber wieder witzig, wenn ich wieder am Spawn bin. So richtig abfeierst mit Junk. Mein größter Rage in Gaming jemals war, glaube ich, als ich einmal vor der Schule Clash Royale gespielt hab. Das war irgendwie in dieser Eis-Arena. Das war in der Arena 5 oder so damals. Ja. Und da hab ich dann mein Handy an die Regalkante gehauen. Und dann war das ein bisschen... Handy geschrottet. Wie geil. Fühl ich aber. Ich hab auch so doll mal mein Handy gegen die Wand geworfen bei Clash Royale. Was? Ja, ja, ja. Aber halt auch... Da seid ihr für zornige Rage-Kids. Ich weiß halt auch, was ich mag. Das war halt immer ein X-Bogen-Spieler. Die haben mich aber auch mal ultra zornig gemacht, dieser Batsache. Ich weiß nur noch, dass ich sehr wütend war auf Clash Royale. Das war auch ewig her. Schlimmste Rage? Kann ich ehrlich sein? Boah, FIFA hab ich noch nie gezockt. Nur mal so... Vier Clan-Decks. Vier Clan-Spiel-Decks. Bei nem Kumpel irgendwie und keine Ahnung, was die Steuerung ist. Da bin gar nicht der FIFA-Typ. Ich hab immer NBA 2K gespielt. Ich hab vier Clan-Spiel-Decks. Und ein Deck... Nehme ich für diesen Dreierkampf bei den Clan-Spielen. Nur in nem X-Bogen-Deck. Aber ich spiel nicht auf Angriff. Ich spiel einfach auf den Gegner mental zu brechen. Ich verliere die ersten Games meistens. Aber ich fang einfach immer mit nem defensiven X-Bogen an. Du Bastard, Alter. Du bist ein Bastard, wirklich. Nur um ihn im ersten Game zu brechen, mental, mach ich erstmal so ein 7-Minuten-Game mit übertriebener Verlängerung und Tiebreaker, weil er kein Damage am Tor macht. Aber ich auch nicht. Dann ist der so pisst, dass ich danach die nächsten 2 Games mit Golem und Royal Giant einfach so gewinnen. Ekelhaft. Krass, oder? Schon immer verachtet. Witzig. Jeder hasst X-Bogen. Gibt's irgendwelche Leute, die... Ich spiel's ja nur, weil ich den so krass hasse. Ich hab'n Kumpel, der X-Bogen sehr, sehr oft sehr gerne spielt. Und wir alle hassen ihn dafür. Riesen Jump jetzt. Ich kenn wirklich jemanden, der X-Bogen mag. Geschafft. Sechs von sechs. Lutscht mir alle Kim. Ne. Wenn man das mit dem Sprint macht, dann funktioniert das wunderbar. Aber hat man das so beim Üben eingestellt? Äh... Was ist das so gedacht, als wir die erstellt haben? Ich mir nicht. Ne, wir haben immer nur geschaut, ob der Sprung einmal möglich ist und dann haben wir ihn drin gelassen. Super getestet, Alter. Pappnasen. Ja, da haben wir mit den Mods getestet, aber die haben wie so eine Public Lobby einfach mal ganz entspannt zwölf Stunden getestet und keiner hat's bis zum Pavillon geschafft. Das war... Das war... Das war der Test-Run. Also wirklich, das ist jetzt nicht überzwiegen. Labyrinth war, glaub ich, das Maximum, was die Mods geschafft haben. Ich glaub, einer hat's auch zu Tilted geschafft. Und dann irgendwann hab ich mit nem 45 Minuten Run als Erster die Map beendet und dann konnten wir alle den Test beenden, weil wir wussten, es ist machbar. OMG, dieses Haus bei Junk. Jetzt kommt mal, die Leute sehen diese Häuser von Junk Junction und schicken Herz rein, weil sie das toll finden. Toll. Es war eine Person in zwölf Stunden, die das geschrieben hat, Alter. Ne, immer mal viele, immer mal viele. Wer hat Junk mit C geschrieben? Aufteig. Aufteig. Kacke, Alter. Das war unser Ziel und das haben wir geschafft. Ich geh jetzt auch nach Junk... Junk... Ich bin jetzt Tilted Stowers, Alter. Weil hier Stau ist. Wow. Ne, magst du's nicht einmal... Ja? Nix, alles gut. Du warst nur einmal am Leggen, ganz am Ende bei diesem Ding. Nur einmal hast du ja geleckt. Ich bin ein guter Mechanic. Ich bin ein Motherfucker. Das mag im Chat. Ich lag jede... Jede Stufe da. Warum lag... Warum lag das Ganze? Oh ja, direkt hoch. So, jetzt komm, 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 komm. Komm, äh, Anton. Hubertzbauer. Okay, okay, okay. Du gehst jetzt... Du suchst den erst, ne? Erst suchen. Und ganz vorsichtig, nicht dagegen laufen. Ich laufe dann nicht gegen. Ich laufe seitlich. Bro! Ich bin Jungler. Hier, hier ist er doch. Hast du nicht... Also wenn du mich von früher schon schaust, dann weißt du ja, was ich für geisteskranke Feldmechanics hab. Stimmt, stimmt. Feld ist krass. Feld hab ich jeden geholt. Jetzt stellst du dich sozusagen vor den Bouncer und nicht hinter den Bouncer. Boah, echt jetzt? Du musst nämlich rückwärts drauf springen und du stellst dich so hin, dass du sozusagen perfekt in der Linie stehst zwischen dem Bouncer und der Windmühle oben. Die musst du jetzt anvisieren. Oh ja, gut. Äh, das Wasserrad, nicht die Windmühle. Das Wasserrad, tut mir leid. Das zweite Wasserrad. Die vordere, ne? Das zweite Wasserrad. Das zweite? Das zweite Wasserrad erwischst du, ja. Wo ich jetzt gerade schaue, das hier? Genau, das... Ne, 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 das zweite. Das hier ist das zweite, das mittlere. Ähm... Ah ja, war fast sogar im Stream. Das passt, genau. Okay, und jetzt springst du rückwärts mit S auf den Bouncer und dann... Aber S nur einmal ganz kurz antippen. Während ich da hochgucke. Ja genau, einfach mittig auf den Bouncer rückwärts und dann wieder... Also, kannst schon runterschauen beim auf den Bouncer springen und dann hochschauen und dich hangeln. Schaffst du, Max. Kriegst du hin. Ich hör schon Stimmen, Alter. Ich hatte eben geklickt. Warum spammt der so? Boah. So knapp. Boah. 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 Hat er es geschafft oder ist er tot? Die müssen mir Feedback geben. Es war richtig close, es war richtig close. Er hat es... Ich weiß aber nicht, ob man da wieder draufkommt. Du musst von der anderen Seite gucken. Na gut, ich geh pin. Was passiert? Mann, ich brauche Feedback. Kann man hier lang? Ich glaube, ich geh pinnen. Kann man hier lang? Du musst es ausprobieren. Hier ist es aus, für die Wissenschaft. Oh! Ist das so knapp? Oh Gott! Ich lebe! Ja! No way. Kommando. Opa! Genau. Nochmal. Aber warum hast du dich geklettert? Und dann jetzt... Du hast gesehen, du bist ein bisschen weit nach links geflogen. Dann ein bisschen mit D ausgleichen, ja? Also in der Luft, oder? Ja, ja. Klar, in der Luft. Komm, jetzt hast du es. Kann ich auch nur nach hinten gucken? Jetzt so nach hinten gucken. Geht das dann auch? Du musst halt dann schauen, dass du dich im richtigen Moment hangelst. Das ist wichtig. Aber sonst kannst du schauen, wie du willst. Ne, also ich guck die ganze Zeit hoch. Nur. Ich mach jetzt... Das kannst du auch machen. Ja. Das ist doch viel geiler. Leck mich doch! Leck mir alle mal. Genau. Let's go. Das war crispy. Das war wirklich... Das geht nicht besser. Das ging nicht besser. Das ging nicht besser. Hä? Das ist schon smooth, wenn man die schafft, gell? Ja, wenn man die schafft, ist es gut. Geil. Digga, wer wird da gerade von... Oh, da gibt's ja gerade. Oh, das war keine Alexa. Nee, das ist doch die Mutter, Alter, von irgendjemandem. Nein, das ist doch die Alexa. Du bist kurz vorm Ziel. Ah, die backt seit zwei Monaten. Ja, Alter, nennst du deine Mutter Alexa einfach. What the fuck? Ist nicht verkehrt. Das schaffe ich dir nicht richtig. Dann ist sie am Backen, oder was? Ah, ich falle. Scheiße, du musst es wieder schaffen. Anthony, wir brauchen noch mal Hilfe. Ja, genau so wie gerade. War perfekt. Wunderbare Ausführung. Wo ist meine Hilfe, wenn ich sie immer brauche, Anthony? Anthony. Ja. Einfach cold, einfach cold. Also wirklich. Anthony Massey, ey? Anthony Massey, ey? Anthony Massey, ey? Anthony Massey, ey? Anthony Massey. Anthony ist so ein cooler Name, aber was do you mean, Alter? Anthony. Anthony ist so noble. Noble? Noble, meinte er. Noble aus Fortnite. Leertaste S. Ab nach oben. Julian denkt nur in Fortnite. Ja, ja, immer. Trotzdem keine Earnings. Wieder mal. Boah, das war auch wieder knapp, ey. Ich falle. Ich verstehe jetzt auch einmal so hart. Das stimmt. Da schreibt einer rein, markier den Bouncer, dann musst du nicht jedes Mal suchen. Habe ich ihm dreimal gesagt, er sagt, das ist Quatsch. Habe ich gesagt, das ist Quatsch. Habe ich gesagt, das ist Quatsch. Das stimmt, das ergibt gar keinen Sinn. Und dann. Und ab. Leertaste. S. Boah, ich hab so krass die Mechanics, dass ich diesen Turn so schaffe, ne? Dieser Turn. Zweimal, back to back, diesen Turn. Du musst jetzt ein bisschen mehr Anlauf nehmen. Nimm sozusagen das Rad bisschen hoch und dann so nach rechts drehen. Und dann kannst du dich da geiler dran. Ah, bisschen hoch. Genau, genau, genau. Easy, easy, easy. Geil. Die Mechanics habe ich drauf. Wenn ich weiß, wie es geht, machst du kein Problem. Von den Mechanics her bin ich einer der besten Spieler auf der Map. Weil ich halt einfach die Übungen habe. Ich weiß nicht schon, dass... Das ist ja auch free. Das ist immer dieser raufspringen, nach links drehen. Ja, genau, genau. Aber trotzdem aufpassen. Und nicht auf die Dinge daneben springen. Der rutscht einfach ab. Oh, der ist auch gegen die Kante gesprungen. Kranker Gamer. Weiß ich. Irgendwie triggern mich diese Wege. Diese Juga-Gest. Man kann da einfach von diesen Röhren, kann man da auf die dicken Röhren einfach oben drauf springen. Ich geh da mal oben lang, weil dann ist der letzte Sprung viel einfacher. Witzig, mach ich auch immer. Also der jetzt. Aber es macht gar keinen Unterschied. Ah, der, 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 der. Fuck, 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 fuck. Ich rette mich, ich rette mich, ich rette mich. Gerettet. Gerettet. Ich kann das, ich kann das. Von den Mechanics her ist kein Problem. Ich muss nur wissen mal, wie es geht. Weißt du, wie es geht? Naja, klar. Ja. So. Einfach nur gerade hoch und zum Würfel, ja? Ja, und dann. Äh, ja genau. Einfach. Und dann kannst du dich da hochhangeln. Mit bisschen, also natürlich weh gedrückt halten, wenn du da drauf springst dann. Und dann kannst du dich da easy hoch. Ja, das kenn ich, das hab ich schon gesehen. Und jetzt hat wirklich. Ich bin wirklich nur von dem allerletzten Sprung gescheitert. Da weißt du ja jetzt, ganz wichtig, wenn ich an die Kante springen. Hier, auf die Schräge bist du tot. Ja. Bist du auf der Schräge bist du tot. Ja. Wo bist du jetzt? Oh Gott. Ich denke, kurzer Schockmoment. Ich kann in den Würfel reingucken. Ja. Ist die Kamera dafür gut. Gut gegankt quasi. Oh, was ist das? Uiuiui. So, von hier nur gerade, sprinten oder nur wedeln? Äh, drauf sprinten und wedeln und dann landest du perfekt drauf. Also mit sprinten da drauf laufen einfach geradeaus. Beinahe wieder zu weit, ne? Ich fiel grad so mit. Hier war ich schon. Da hab ich das letzte Mal alles first time geschafft. First time heißt, dass es gar nicht so fair sein kann. Der ist auch free. Mach ich gut, ne? Mach ich gut, oder? Super, ja. Cleaner hier scheiß. Zack. Hier direkt drücken. Oh mein Gott. Weh drücken. Zack. Noch vor vier Uhr wär echt stark. Ich falle. Wie weit falle ich? Oh, ich falle. Nein. Nein. Oh, hell no. Nein. Egal, wir sind bei Junk. Wir sind bei Junk. Alles gut. Alles gut. Bereit euch schon mal den Mode vor. Ich bin zu sehr angespannt. Ich kann nicht mehr. Ich bin grad einfach nur angespannt davon, Max zuzuschauen. Ich bin so mental so strong. Es ist direkt der Reset. Wenn du nochmal runterfällst, Arsch. Jetzt ist es vorbei. Jetzt oder nie wieder. Aber nein, nein, nein. Max fällt nicht. Ich rauch gleich noch einen im Bett. Selina. Selina schläft gerade noch auf einmal. Max, rauchst du etwa? Scheiße, Alter. Kippe rauchen, Alter. Wirkst du die Kippe ins Gesicht aus? Oberkörper frei, Alter. Kippe im Bett, Alter. Hase nach Händen. Einfach irgendwo reinaschen. Überall hin. Egal. Ich asche einfach bei mir auf dem Nachttisch. Ohne alles. Woah. Woah. What the fuck. What the fuck. Fuck. Junkie, was du machst? Wie weit ist er gefallen? Gar nicht. Er hat nur 10 Mal auf demselben Prop wieder hochgehangelt. Ab so einer Hundehütze ist er hin und her. Wenn ich halt solche krasse Kinder-Mechanics hier hab, das ist der Wahnsinn, dass ich solche... Ich hasse diese Bastard-Map und jeder, der daran gebaut hat. Ihr Wichser. Ihr blöden Wichser. Warum? Oder bist du jetzt wieder gestorben, du wannabe? Ja. Ja. Clip. Max Schicken. Der guckt's eh nicht an, weil es ihm egal ist. Richtig. Erzähl mal. Bist du runtergefallen? Nein, ich bin nicht schuldig. 15 Mal in derselben Stelle hochgeschlagen. Wenn es irgendwo buckt, ist Anthony einfach schuld. Punkt. Ist das geisteskrank, Alter. Was war das? Vielleicht hat Konrad und Mika noch eine kleine Teile schuld. Clipen, Konrad, Anthony, alles schicken, Alter. Scheißegal, Alter. Ist das geisteskrank. Mods clippt das mal und schickt das mal Konrad, was da gerade passiert ist. Ja, und Anthony. Anthony aufschicken. Anthony! Ich bin doch da! Guck dir das an, du sagst mir die Maps nicht verbuggt, Alter. Das war das letzte Mal. Du hast doch immer einen Schuss genommen bis jetzt. Bin ich gesprintet, ich bin nicht gesprintet. Ist das geisteskrank, Alter. Wer hat die Venenschutz genommen? Geisteskrank. Am Ende wieder bei Cube. Reapers hat den ganzen Tag schon immer gesagt, wenn ein bug kam, dass das am Spiel liegt und dass wir nichts dafür können. Ja, scheiß drauf. Und die Hindernisse? Mitgegangen, mitgehangen. Ihr mit Fortnite. Ihr packt das Geld von Fortnite ein. Ihr habt das gewollt. Das ist geplant alles. Ich glaub, das ist alles geplant langsam. Die packen gar nichts ein. Ich war für die Hindernisse zuständig. Das ist ja auch so random wieder. So, ich kann nicht mal gerade auslaufen in Fortnite. Wieso mach ich eine Map? Ich hab die Sprünge getestet, als ich fliegen konnte. Ich dachte so, das muss doch passen ungefähr. Oder auch so, oder auch so. Anton, komm mal her. Passt das? Ja, passt. Okay, nächstes Hindernis. Wir müssen die Map heute noch fertig spielen. Einen knappen Sprung nach dem anderen. Ja, ist der möglich? Ja, ja, passt. Einmal runtergefallene Hose gefallen. Schieben wir ein bisschen vor. Ja, ist möglich. Anthony, hast du nen zweiten Namen? Ich hab keine Zeit. Das ist mein Internet wieder schlecht, ey. Okay. Das ist eigentlich nur Anton. Jetzt leck ich wieder am Discord sogar. 50er Pink. Geil. Geil. Nur Anton. Hast du nen zweiten Namen Julian? Nee. 100er Pink. Einfach nur Julian. Was ist denn los jetzt hier? Nachnamen hab ich auch nicht. Das ist einfach nur Anton. Nee, so wie McLovin. Jetzt muss ich die Arschritzen scheiße hier machen. Max sollte meinen Nachnamen kennen eigentlich. In die Ritze rein. 80er Pink. Ja, kenn dich klar. Der Pink wird nicht besser. Deswegen bin ich bei Ken. Ey, du bist gefühlt die einzige Person auf der Welt, mit der ich auf Instagram schreibe. Das ist kein Witz. Echt krass. Ja, ich schreib damit kein. Ja, merk ich. Ja, ja, ich bin auch nicht so aktiv. Das ist schon krass. Du hast ja in der Story gesagt, man soll die auf Instagram schreiben. Ja, richtig. Ich hab das erste Mal mit meinem Hauptaccount auf Instagram geschrieben. Sonst bin ich immer nur auf unserem Podcast, weil wir da so Zuschauerfragen und so machen. Da lese ich. Aber so auf meinem Account. Hab ich noch nie eine Instagram Nachricht gelesen. Da schreiben mir so 1000 Leute Tag 456. Und da hab ich mir ein Pausenbrot gegessen. Bis Trimix mir antwortet. Gibt es auch so Leute, die so Notizdinger, also Notizen machen in deinem DM? Ja, ganz viel. Die schreiben Leute Tagebuch einfach, was denen so passiert ist. Da schreiben sie meine DMs. Also wirklich nur so kleine Kids, die so Tagebuch führen. Aber ich schreibe es eigentlich. Und ich muss einfach nur schreiben. Hallo, hab schon mal eine Map für Arvive gebaut. Und du antwortest. Hat mir gereicht, hat mir gereicht. Geil. Ich habe schon eine professionelle Nachricht geschrieben. Ne? Ja, das war ohne. Das war die professionellste. So, hey. Ich hab das. Der eine war so. Hey. Ich kann mir das vorstellen, dass ich dir da gut helfen könnte. Wäre cool, wenn ich mitmachen dürfte. Ne. Ey. Wieso schaffe ich das nicht? Auf die Pflanze vielleicht? Nein. Auf die Pflanze geht nicht. Die Pflanze hat keine Hitbox. Jedes Mal, wenn ich hier hin bin, schreiben alle Leute die Pflanze. Die Pflanze. Geh auf die Pflanze. Die Pflanze hat keine Hitbox. Du kannst nicht drauf landen. Egal wie. Du kannst dich mal hochgrabben an der. Das geht nicht. Du musst genau mit Vollspeed genau richtig time und dann da an die Kante springen. Ich muss sagen, das Projekt bis zu dem Punkt, wo man spielen musste, hat sie sehr Bock gemacht. Wir müssen hier was anderes machen. Das ist zu frustrierend. Hier hat Romar drauf vorhin so lange gehangen. Er hat das Hindernis nicht gemacht. Das heißt, du musst es gemacht haben, Anthony. Und dann heißt es. Die Dinger da hoch. Ja, die waren halt easy möglich. Kann ich gerne ändern. Die waren easy möglich von dem Update. Mach da mal irgendwie noch einen Heuballen hin. Ah ja, das kann man jetzt Update, dass man nicht mehr so hoch springen kann, ne? Ja. Ey Leute, nach 6 Jahren kommt ein Fortnite Update, dass man nicht mehr so hoch springen kann. What the fuck? Genau, wenn wir gerade eine Map releasen. Wie random ist das denn? Ich muss offline gehen. 180er abfingen. Es geht nicht mehr. Es geht nicht mehr. Es geht nicht mehr. Ich mach den Try jetzt noch, dann hau ich ab. Ich dachte, du bist 8. Ja, ich mach morgen mal besseres Internet und dann... Ich versuch's mal mit dem Handy wieder. Dann hau ich zu dich, falls du nicht darfst. Wuuuuh. Ich bin für den angecurvten. Wo bist du, Max? Oh, wir fallen, wir fallen. Fatal Fields, wie immer. Ich bin immer weit oben heute. Du bist zum Sworn, oder? Nein. Lügt doch nicht. Er ist wirklich Fatal Fields. Er ist wirklich Fatal Fields. Max ist immer schildrig. Entweder der raucht ne Kippe oder der ist dann Sworn, Alter. Ja, ich merk schon. Das ist irgendwie immer eins davon. So richtige Kettenraucher. Max ist ein Kettenraucher. Immer auf den Partys raucht er so Kette, Alter. Ich sag mal, das ist keine gute Partys, weil ich keine ganze Packung geraucht habe. Keine große Packung, Alter. 12 Euro Packung Malbero Gold, Alter. Wenn du zum nächsten Mal nochmal sparen im Urlaub bist, kannst du mir fünf Stangen mitbringen mit deinem Gepäck. Darf man nicht. Egal. Fünf Stangen Tabak-Schmuggel, Alter. Malbero Gold Big Packs, Alter. 15 Euro das Pack. Richtig fetten, Alter. Das hab ich aber schon mal gemacht. Wie viele muss man... Nee, das mach ich nicht. Wie viel muss man rauchen, dass es Spaß macht? Mann, ich bin nicht gesprungen. Ich kann nicht mehr. Du hast ihn einfach runtergejokt. Ja, das ist so. Wie? Wir machen uns seit sechs Stunden überraucherlustig. Es wird aber auch nicht langweilig, sich überraucherlustig zu machen, Digga. Es ist halt so dumm zu rauchen, ist Wahnsinn, Alter. Ja, okay, ich geh offline, Jungs. Jetzt hat halt nicht meine Wirkung. Jetzt bin ich wieder ganz unten. Erstmal ne Ziese. Erstmal ne Ziese um 4 Uhr. Okay, ich mach morgen die Map immer noch mit schlecht im Internet. Dann krieg ich immer noch 40 Subs, okay? Wax. Ja, na gut, hat er gesagt. Ich spawne dann morgen. Das kann ich nicht hören, weil ich legge einfach. Wurrfell. Ich weiß gar nicht, wo ich eben runtergefallen bin. Ähm, bei dem Boot. Bei dem Boot? Ja, die Drecks. Hit. Box. Ich gekillt. Digga, meine Maus ist klitschnass. Ja. Es ist so schlimm. Die Schweißhände sind so schlimm. Oh, no! Hilfe! Hilfe! Hier ist alles im Rahmen. Alles im Rahmen. Alles normal. Alles Fatal Feels. Solange ich... Wie panisch auch. Wie panisch. Ja, ja, klar. Wenn ich hier jetzt runtergefallen bin, dann würde ich mir ganz schnell... Dann würde ich direkt so ein... Weil ich mein Bett damit aufpuste. Schlaf doch einfach in deinem Zimmer, Digga, hä? Mach ich doch. Also, nee, das muss doch schon on-stream schlafen. Das zählt sonst nicht. Zählt auch so nicht, sag ich. Schlafendes Schummeln. Schlafendes Energietanken. Das musst du ja machen. Ach, du kannst doch irgendwie in 20 Stunden wach sein, hä? Kein Sinn. Oh, danach ist der Schlafrhythmus so krass im Arsch. Oh. Dann bin ich schlechter beim Fußballspiel. Dann bin ich schlechter bei Bessel of the Socials. Ich muss 12 ein... Nee, ich muss über 13 Stunden ein Auto fahren. Dann ist das gefährlicher. Danach ist alles dumm. Das macht so keinen Sinn. Ja, dann macht die Challenge nicht. Ja, dann kann ich nie die Challenge machen. Dann kann ich nie die Challenge machen. Dann haben wir wieder das Fußballspiel. Dann haben wir einen Angestream. Dann haben wir... Die ganze Scheiße. Das funktioniert nicht. Dann kann ich nie so einen Stream machen. Will ich aber. Ich brauche nur 4 Stunden Schlaf. Dann gehts. Ich bin schon mit Streams nicht schlafen. Einfach nur da hocken so. Nein! Das Wettbüro ist zu spät geschlossen. Weiße. 3. Und es läuft wieder Weekend bei mir. Und es ist Wochenende in meinem Kopf. Erst morgen. Mann, du bekommst nicht jedes Mal mit dem Scheiß-Joke, weil er so scheiße ist. Es ist Weekend einfach. Hey Chat, vielen Dank fürs Zuschauen. Euch allen ein schönes Wochenende. Es ist so Wochenende gerade bei mir, Digga. Es ist so Wochenende. Fuck und Max hat immer noch nicht mein Gaming Room gesehen. Ach du Scheiße. Was ist das? Eigentlich hast du... Gaming Room. Ja. Coole Backgrounds. Hast du es dem Kollegenchen? Dekoration, Alter. Auch nicht sein Dekoration im Background. Ja, das ist ne Dekoration, die ist geil, Alter. Besser als deine Christmas-Dekoration. Oh shit. Oh shit. Baby, I would die for you. Hast du deinen Head-Up hier reingeschickt in Discord? Nein, Mann. Hm. Nach vorne bitte, nach vorne, nach vorne. Nach vorne, ja. Sauber. Kevin the motherfucking Cube. Und rein. Unfair, unverdient sage ich. Cool Concentration. Stell dir mal wirklich vor, ich pack's jetzt. Ich pack die Map einfach noch so ganz entspannt auf halb 5. Damit hätten Sebo und Matra, würden sie niemals rechnen. So fest dran. Oh, ich glaube, fester dran. So. Ein Backsprung, ein Backsprung. Sollst du es nicht einfach diesen Sommer rauskommen und übelst rein gehen? Magst du erst mal kurz in den Totspringen, bitte? Oh, Mann! Nach vorne. Einmal zu Junk. Einmal zu Junk. Einmal zu Junk. Junk, 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 Junk. Einmal zu Junk. Ja, das brauche ich. Willst du noch einmal zu Junk? Ach, nö. Das brauche ich, das brauche ich so doll. Happy. Ich verstehe nicht, wie doll ich das brauche. Er ist Junk. Er ist Junk. Ja, okay. Er ist halt auch Junk, ne? Bei Junk gibt's auch einen guten Skipp, aber der ist schwer. Skipp! Ja, also von, also nicht, du skippst sozusagen die Brücken und die Hundehütte und so. Für die Toiletten. Ich brauche ein Atemgerät. Stell! Stell dir Atemgerät! Ja, hast du. Ach ne, fuck, ist ne Kippe. Good one, good one. Mir wird schwindelig, hab' zu schnell geatmet. Wow. Es gibt Leute, die aufstehen. Mit dem Kaffee und Kippe, Digga. Ja, 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 also das ist das Bräutigste, was ich mir vorstellen könnte. Mein Tag kann ich starten, wenn ich noch keine Kaffee und keine Kippe hatte. Da ist der Tag scheiße. Ja, davon musst du doch so krass scheißen. Da musst du ja dann immer morgens direkt scheißen. Ja, das scheißen ist doch gut, hä? Aber vom Kaffee, aber nicht von der Kippe, Alter. Ist doch ekelhaft. Stell dir vor, du hast ein Partner, der morgens erstmal einen Kaffee und eine Kippe sich reinballert, Alter. Was ist das? Ja, Kaffee ist doch normal, oder? Also. Oder nicht? Ich wurde gehackt, ich wurde gerade einfach gehackt. Ich auch. Irgendwer hat mir auf Twitch so eine Pride-Message geschickt. Ich weiß nicht, was das ist. Ich habe auf den Link geklickt. Warum klickst du dann auf den Link? Das ist doch echt auch dumm, oder? Ja, ist ultra dumm, natürlich. Digga, du bist Programmierer. Wer klickt denn? Du bist ja, komm, du bist ja jetzt am Arsch, ne? Nee, weil ich habe es nicht gecheckt. Oh ne, ist alles gut. Ist alles gut. Ich wurde nicht gehackt. Oma hat ihn gerade geschrieben. Hey, mein Handy ist kaputt. Hier ist meine neue Nummer. Hey, hier ist Mama und Papa. Hier nehmen meine neue Nummer. Scheiße, ich brauche mal ganz schnell 5000 Euro. Oh ja, ist klar, Oma. Also jetzt werden im Hintergrund die Bitcoins gefarmt. Ja, die werden gefarmt. Da werden gerade Bitcoins wirklich gefarmt. Getradet, Alter. He doesn't know. Aber ich sehe, wie es auskommt. Aber mir dreht sich alles, Alter. Ich drehe mich auch nur noch im Kreis mit Fortnite, Alter. Fortnite, Fall Guys und alles heißt irgendwie gleich auch. Na, ich bin cool. Ich bin vor drei Jahren mal auf so ein Fake-Product-Place wieder reingefallen. Alter, smart. Und dann war der auf einmal in meinem Google-Konto drin. Wuuuuh! Im Google-Konto war alles rot. Ich kann es zum Glück saven, weil ich eine Backup-E-Mail hatte. Weil sonst wäre ich am Arsch gewesen. Ich wurde auch mal so doll gehackt. Mein ganzer Fortnite-Account war weg. Fortnite-Account? Okay, so schlimm warst du mir noch nicht. Ja, mein Fortnite-Account, 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 alle Sachen waren weg. Äh, und, äh, die wurden halt so als 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 verkauft wahrscheinlich. Und mit denen wurde dann gehackt. Und dann, irgendwann kam dann Epic Games Live-Chat-Support. Und das war einfach mein Lebensretter. Dann habe ich da den größten irgendwann rangekriegt. Und der hat mir einfach meinen ganzen Account wiederhergestellt, alle Sachen wieder entbannt, alles komplett und fort halt wieder da. Warum? Das ist fair. Also einfach, einfach... Ja, wo bin ich eben gestorben? Wo bin ich eben gestorben? Wo bin ich eben gestorben? Bist du schon wieder bei Kevin, oder was? Kevin, schon wieder? Ja, 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 klar doch. Bei dem Würfel nach... Gamer, Gamer. Gamer, Alter. Da muss in die Ecke gehen. Bist du gestorben, der so, der so verkantet in der Wand. Trotzdem, dass ich mich über ZS geredet habe. Crisp. P-Rob. Wow. Trotzdem kommen wir zu meiner Frage zurück. Sollte CS nicht das übelste Hype-Game dieses Sommer sein? Ja, wenn das mal rauskommt, bitte mal. Sollen wir nicht mal raus, Digga, hä? Ja, ja, das sollte doch diesen Sommer rauskommen, oder bin ich... Irgendwie... Ja, aber ganz lange. Sommer bis September. CS 2, ja. Fünf Stunden war ja nur in der Beta oder so, ne? Ist immer noch Beta, ja. Kein Arsch kann das spielen. Gefühlt zwei Leute spielen das. Sollte. Sollte. Ist ja der ganze Ding selber schuld, oder? Ja, ja. Max, wenn du fällst, gehen wir offline. Ja, ja. Boah, Alter. Stream im Squad-Modus anschauen. Cool. Das ist so beides. Siehst du Reapers die ganze Zeit im Spawn und... Warum... Warum haben wir keinen Squad gemacht? Digga, irgendwie... Irgendwie weiß ich auch nicht. Ich habe keinen Squad gemacht. Krass, du bist anders geworden, Max, irgendwie. Wieso? Ihr müsst das... Was ist passiert, Alter? Ich will gerne einen Squad machen. Das ist voll ein Mehrwert für die Menschen. Was hat sich verändert, dass du so bist jetzt? Ich möchte mit dir einen Squad machen. Ja, aber wir stehen seit zwölf Stunden. Deine Map. The Cube! Okay. 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 Boah, das ist so scary jedes Mal, wenn du da rein guckst in den Cube, Alter. Ja, ja. Man denkt immer, man fällt. Welcher Arsch hat diese Map gebaut, Alter? Oh, das war dann wohl meine Wenigkeit. Ja, bitte schrei, schrei. Ich will, dass du schreist. Kein Junk. Diesmal kein Junk, oder? Junk, 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 Junk. Bitte kein Junk, bitte kein Junk, bitte kein Junk, bitte kein Junk. Bitte kein Junk, bitte kein Junk. Das ist kein Junk. Das ist kein Junk. Alright, Leute, es geht abwärts. Haha, jubi, 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 yeah. Na komm, es ist halb fünf, das war's. Mein letzter Try, dann bin ich auch raus. Aller letzter Try. Final. Final 3. 3 wie 3, Max. Wer ist nicht geklettert? Damit enden die Wege. Enden die Wege. Lass einfach alle vier Kettenrocher werden jetzt. Egal das noch mehr wird. Komm lass jetzt einfach mal ein Kiosk. Lass den Kiosk, den Kiosk, den Kiosk kauf. Naja, kiosk, den Kiosk kauf. Der Kiosk, den Kiosk kauf. Der Kiosk, den Kiosk, den Kiosk kauf. Der Kiosk, den Kiosk kauf. Der Kiosk, den Kiosk, den Kiosk. Der Kiosk, den Kiosk, den Kiosk, den Kiosk. Und das war's auch für mich, Freunde. Let's go. Blueberry coconut und dann so zwei Vapes gleichzeitig ziehen. Max, willst du jetzt noch mal einen Rube sehen? Kurt? Ja. Guck jetzt noch. Wo sehe ich das denn? Ja, bei mir. Mit deinem Stream. Guck mal, wo schon mein Gesicht von der Brille geworden ist, Alter. Guck dir das an. Von der Brille geworden ist, Alter. Ey, du hast echt viele Farben im Hintergrund. Alter, das sieht schon krass aus. Guck mal, erkennst du das hier, Max? Klar, ne? Ich erkenne, meinst du die Perks aus FOMI oder was? Ja, klar. Das ist stark. Die Fallguys-Map-Dings, auch gut, geil. Fettes riesiges Hintergrund-Ding, das ist krass, das sieht sehr cool aus. Das Ding ist richtig gesprayt, ne? Von so einem Sprayer, also Graffiti-Sprayer. Das leuchtet das so krass. Ja, ne? Je nachdem, welches Licht drauf leuchtet, leuchtet der auch. Da hast du ein Mortal Kombat-Automat. Das ist cool. Das ist echt geil. Das ist ein sehr, sehr geiles Setup. Boah, hast du neben dir noch ne Klimaanlage rechts, oder was ist das? Ja, 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 ja. Musste ich auch holen, Alter. Kein Weg drauf. Wow. Das ist krass. Und du trägst ein Twitch-Partner-T-Shirt? Ich würde auch sagen, das T-Shirt ist besser. Bro, du wirst seit drei Jahren gefickt und trägst das Ding, hä? Weil der Fit gut ist, nur deswegen. Weil der Fit gut ist? Weil der Fit gut ist, wenn ich gefickt werde vom Fit, Alter. Du hast ne Klimaanlage und wollt dein Winter aufmachen? Das Shirt habe ich geschenkt bekommen, sonst hätte ich nicht mehr gezogen. So Leute, vier Stunden Schlaf und dann geht es direkt weiter. Dann ist es ja schon um neun. Okay, dann sehen wir uns morgen wieder. Ich schlaf jetzt neun Stunden. Gute Nacht. Boah, das ist so viel mehr, ne? Geile Zockstation, aber abgesehen von dem ganzen Bruch, ne? War irgendwie echt PlayStation-Party-Vibes gehabt irgendwie. War geil. Fühl ich, fühl ich. Okay, ich freue mich. Guck, ob ich zu vier Stunden mitmache oder auch einfach ausschlafe. Vielleicht komme ich noch dran. Ja, schon, wenn der Reiser du es schaffst. Max, by the way, okay. Hä? Ja. Ja, für den Re-Sub habe ich gesagt. Oh, gerne. Tschö. Ja, okay, Freunde. Gute Nacht, alle. Wir hören uns. Gute Nacht. Und tschüss. Gute Nacht. Tschüss. Ciao.